Okay. Musst du aber doch die anderen nicht wissen lassen. Ach so. So, wir haben mich das eingestellt. Ich kann das. Ich bin Profi. Ich habe schon mal gestreamt. Ich bin auch Profi, weil mein Emulator ist komplett schwarz. Aber das war letztes Mal schon so. Ich habe noch vergessen, wie ich das gelöst habe. Ich bin in Viola City und einfach alles ist schwarz. Okay. Statt SoulSilver hast du schwarz und weiß eingelegt. Japp, 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 japp. Versteht ihr? Da habe ich wieder einen Jokos gemacht. Den bitte direkt ins Video schneiden, Leo. Wie fandest du das? Hast du das gesehen zufällig? Ich habe leider nur reinzappen können, weil ich bin viel zu spät aufgestanden heute. Aber deine Tröte hast du gesehen. Das klingt schmutzig. Ich stelle, ich musste so lachen, als du einfach diesen Lachflash kriegst. Sondern einfach habe ich mir gedacht, Moment mal, das klingt irgendwie seltsam. Da habe ich einfach ein Bild von der Tröte reingemacht und es hat so perfekt gepasst. Ich fühle mich persönlich beleidigt. Wie auch immer du das hingekriegt hast. Hä, warum? Ich bin einfach nur neidisch. Ich will auch so. Ich fand, du hast so herzlich gelacht. Das musste ins Video rein. Und du hast mich ausgelacht. Ich habe auch sehr viel Spaß. So, sind wir technisch... Moment, ich muss kurz hier noch was einstellen. Die Alerts mache ich aus für den Stream. Aber wir müssen noch fusion. Danke für den Follow. Dankeschön. Wir müssen uns noch fusion. Kami, Kami. Ja, ich bin... Ich mache. Ich fliege. Ich eile. Wie geht es mit dem Fusion nochmal? Letztes Mal hast du mich eingeladen. Achso, es ging ja nicht. Du musst mich einladen. Genau. Ja, weil ich das abgestellt habe. Ja. So, Achtung. Wir gehen rüber zum Game. Und dann brauche ich noch... Und stelle ich alles ab. Ich brauche auch noch deine Cam. Gehen wir rüber zum Game. Aber das ist peinlich, was man da sieht im Moment. Pass auf, wenn du jetzt im Discord irgendwas anmachst, sieht man es in meinem Stream. Oh, also nicht die Schmuddel-Sachen aufmachen, oder? Doch. Deswegen habe ich es dir gesagt. Ich bitte darum. So, guck mal. Direkt alles eingestellt. Als wären wir Profis. Warum sagst du, guck mal, ich sehe nichts? Ich hasse diese Co-Op-Streams. Ja. Schau, mein Bild ist auch gut, oder? Ich würde gerne sagen, dass die Quelle nicht aktiv ist, aber so sieht mein Spiel aus. Ja, du kriegst das gefixt. Ich kriege das auch gleich gefixt. Einen Moment, wir müssen jetzt noch fusion. Ach so, ja. Eins nach... Eins after dem anderen. Ja. Wir fusionieren jetzt unsere Chats. Chat-Fusion! Ich hoffe, ihr könnt den Tanz. Ich habe meinen Browser zurückgesetzt. Jetzt ist alles nicht mehr sortiert. Ah, wo bist du denn? Da. Ich wollte auch gerade noch was machen, aber ich habe es vergessen. Ach ja. Nichts vergessen, nichts Vollbild machen. Sonst sagt Discord... Leute, schaut auf, was wir alles achten müssen. Wir können unser Discord... Wir dürfen kein anderes Fenster auf unserem PC Vollbild machen, weil dein Discord sagt, dann ich zeige euch nichts mehr. Es ist unfassbar. Dein Bild flackert. Ach so. Ähm... Ähm... Gemeinsamer Chat. Gemeinsamer Chat starten. So, jetzt sollt ihr fusioniert sein, theoretisch. Muss ich das nicht annehmen? Maybe. Yeah. Mach doch mal. Mach. Gemeinsamer Chat ist aktiv. Wir sind fusioniert. Jetzt? Ich habe noch nichts... gedrückt. Ja, bei mir geht es jetzt schon. Bei mir flackert alles, dieses scheiß Discord. Bei dir geht es schon, bei mir dreht sich ein Rad. Aber ihr seid fusioniert? Nein. Ach so, ich darf nicht Chatirino benutzen. Okay. Ah, hier Accept. Something went wrong. Accept again. Something went wrong. Aber ihr seid fusioniert. Ach, bei mir funktioniert alles super. Die Klein. Something went wrong. Okay. Immer noch? Ja, immer noch. Okay. Jetzt steht bei mir, Lord Pappnasa seine Beitrittsanfrage storniert. Das ist gelogen. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe auf die Klein gedrückt, damit die Nachricht weggeht, weil es nur so eine fette rosa Nachricht. Aber es geht immer noch. Irgendwas ist hier komplett kaputt. Ist es bei dir eigentlich auch so, dass deine Musik im Spiel die ganze Zeit schneller und langsamer wird, je nachdem, was dein PC arbeitet? Ja. Meine Musik macht sich die ganze Zeit. So, ich stehe im Pokémon Center. Und ich weiß nicht, wo ich rausgehe. Ah, hier. Jetzt bin ich aus dem Pokémon Center rausgegangen und jetzt stehe ich in Viola City. Sieht man ja. Ich, 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 ich meine, ich kann mal speichern. Ich habe noch keinen einzigen Safe hier. Vielleicht, wenn ich dann neu lade, ist wieder alles da. Ich habe ja den Hard-Safe. Ich habe so Angst, dass das irgendwie... Ah. Christi, danke schön für dein Feedback an Dublin. Kannst du mir das nochmal wann anders schreiben? Dann können wir auch richtig drüber reden, wie geil es hier ist. Den Absatz kann ich jetzt gerade mich nicht beschäftigen, aber ich will mich damit beschäftigen, aber vielleicht nicht jetzt. Wir haben einen Gast. Und wir sind Gast. Warte mal. So, und jetzt resette ich. Ja, nochmal den Vorteil aus dem, aus dem letzten Stream, also die größte Errungenschaft ist, dass ihr bei mir im Chat Kappa schreiben könnt und Leo es lesen kann. Stimmt. Es gibt auch noch andere Kappas als das Original Kappa. Nur das Original Kappa ist bei mir gesperrt. Ey. So, wollen wir nochmal Revue passieren lassen, was passiert ist? Ja, äh, der Chat kann das mal zusammenfassen. Das mit der Musik ist echt, es ist, es stresst mich. Hat irgendjemand eine Idee, wie ich diesen Emulator auf eine Fixe am Ende liegt es daran, dass die FPS sich einfach verändern von 30 auf 60 ab und an. Also ich habe das Problem nicht, aber ich habe eine andere Emulator-Version. Hast du die immer noch nicht geupdatet? Ich habe geupdatet, allerdings auf die aktuellste von der Website. Du bist aber auf 14 und ich bin auf 13. Ich habe das Gefühl, 14 ist so eine Beta-Version. Kann das sein? Ich bin auch nur auf die Webseite und dann runtergeladen. Ja, weil auf der Website ist aktuell nur die 13er. Wieso hat Nase nur drei Monsters? Das darfst du ihn fragen, denn er ist immer sehr faul mit dem Aktualisieren der Sprites. Ich bin doch gerade noch am gucken. Ich war gerade am gucken, ob das noch stimmt. Ja, nee. Ja, jetzt radikal. Aha. So, guck mal, guck mal. Ich bin doch nicht angefangen, so ein Stress. Ja, es geht doch nur darum. Darum geht es doch. Hat irgendjemand eine Ahnung, wie ich diesen Emulator auf fixe 60 Frames stelle, dass die nicht die ganze Zeit schwanken? Das muss doch, das kann ja nicht sein. Warum schwanken meine Frames? Was steht bei dir oben bei FPS? 60 oder 30? Bei mir steht 60 von 30. Das verstehe ich auch nicht. Wo, wo, wo steht bei dir was? Das Fenster, das Fenster heißt das Mume und dann steht danach die FPS-Zahl. Nein, bei mir nicht. Hä? Wie siehst du dann FPS gar nicht? Hä? Wir haben Zeit, wir haben den ganzen Samstag Zeit. Aber ich krieg die Krise, wenn die Musik die ganze Zeit... Ähm. Das fängt schon mal sehr gut an. Großer Fan. Vorsprung geht. Du brauchst halt einen besseren Rechner für 60 FPS, genau. Ähm. Kannst du wenigstens bei deinem HUD mal Display-FPS machen? No, ich will wissen, was einfach bei dir da steht. Bei meinem HUD-Display... Ja. Nee, ich kann nicht. Meine Maus ist gerade leer gegangen. Sekunde. Genau, genau. Eißfunkpäuße. Immer wenn man es nicht braucht. Die Drachengeduld. Gott. Die ultimative Attacke, die keiner... Ist das quasi... Drachengeduld ist dann, wenn du... Geduld machst, dem Gegner zweimal eine Drachenwut gibst und er dann mit... 160 Schaden angreift. Geduld war schon sehr... bescheuert. Bescheuert von mir. Was ist das hier in den Kabeln hin? Was heißt denn dieses... Leute, ihr seid doch alles Technik-Profis. Ihr seht's bei mir. Hier steht 60 von 30. Wie kann man denn 60 von 30 Frames haben? Was heißt das? Frameskip auf 0. Ne, steht auf 1. Das soll man auf 9 stellen. Und ich hab's schon extra auf 1 gestellt. Aber gut, dann mach ich 0. So, ich soll auf View klicken und dann? HUD. HUD. Und dann Frame. Ja. Display, FPS. Ja, 60 von 30. Bei dir passiert das gleiche wie bei mir. Und bei dir macht die Musik nicht... Aber kann sein, dass das das jetzt gefixt hat. Bei mir ist alles super. Das kommt durch dein Vorspulen nämlich. Nein. Was, ähm... Kannst du mir noch eine Sache sagen? Wenn du auf Config gehst, nur Frame Skip. Was steht dann da bei dir? Frame Skip? Äh, 0. Limit Frame Rate und... Okay, ich hatte da 1 stehen. Vielleicht war es deswegen. Ja, 1 ist ja auch falsch. Also 1 geht... Also... Die Tutorials, die ich mir angeschaut habe, haben gesagt, man soll auf 9 stellen. Na gut. Ja, Tutorial, Schmutoriel. Also ich hab auch überhaupt nicht diese Optionen, die du mir geschickt hast, ne? Also hier diese 3D-Settings, sieht bei mir komplett anders aus. Okay, aber sind die schwarzen Punkte bei dir weg? Nö. Es geht nur darum, dass du OpenGL machst, 4x und Anti-Aliasing. Hast du Anti-Aliasing irgendwo? Siehst du das? Ja, ja. Okay, aber die schwarzen Punkte sind immer noch da. Also mich, ich würde ja ausrasten mit den schwarzen Punkten. Die Hälfte meines Layouts ist einfach voller schwarzen Punkte. Das ist ja schrecklich. Okay. Sind wir jetzt zufrieden? Läuft alles? Ich muss einmal kurz den Ton checken. Äh, meine Stimme, sag mal was. Ähm, guten Tag, guten Tag, guten Abend, äh, guten Tag und guten Abend. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Dingens. Okay. Irgendjemand noch Probleme? Will der Herr Pappnase lauter? Soll der lauter? Hat irgendjemand was? Also ich hab alle Einstellungen so wie letztes Mal gelassen, deswegen hoffe ich, dass alles noch passt. Ich doch auch. Okay. Gerne auch muten, hallo? Entschuldigung. Danke, Neon. Okay. Äh, letztes Mal war chaotisch. Ich mach ein bisschen Werbung für mich. Ich hab ein Video rausgebracht, wo ich unseren, den letzten Soul Link, äh, Stream zusammengefasst habe. Ist relativ lustig geworden. Es mein, ich mein, wir sind Anfänger, deswegen Soul Link Profis werden sich denken, Gott sei denn das Trottel. Ich guck mir den Quatsch nicht an. Aber wenn ihr ein bisschen sehen wollt, wie idiotisch wir sind und nicht wissen, was Drachenwut und Geduld ist, dann schaut euch das Video an und dann wisst ihr, was das letzte Mal passiert ist. Wir haben ziemlich starke Pokémon, beziehungsweise Mew und halt, äh, den Magmortar im Magbrand. Und wir haben Falk gerade besiegt, haben das Ei abgeholt und jetzt können wir runter zu den Alph-Ruinen. Und da sind auch einige Routen, die wir nochmal checken können. Und wir müssen einfach ein bisschen besser aufpassen. Warum guckst du so? Ich war verwirrt, weil ein Mintling bei mir angezeigt wird, dass er in meinen Chat gepostet hat. Dann war ich verwirrt, warum er einen Link posten kann. Dann guck ich in deinen Chat, dass er, also hier stimmt irgendwas gar nicht. Die Verwirrung ist klar. Leute, es ist, letztes Mal nach, nach unserem Stream am Montag haben die Leute gesagt, es war echt super, nur die Aussprache hat mich fertig gemacht. Und sie haben dich damit gemeint. Jetzt sagt er nicht nur Pokémon, sondern Mintling. Da ist Wodka drin. Was ist denn mit meiner Aussprache jetzt schon wieder falsch? Mintling? Heiß ich Leos Mint? Heiß ich Leos Mint? Ach so. Ja, Amtssprache ist immer noch Deutsch. Korrekt, ja. Okay, wir werden uns nicht aufregen, nichts wird chaotisch sein. Äh, okay, wir müssen einfach anfangen. Ich habe ein bisschen Angst. Vor allem, weil mein Menü nicht aufgeht. Also, wir können ja noch rechts in der Höhle ein Pokémon fangen. Sicher? Ja. Hast du dir das notiert? Ich weiß es. Rechts in der Höhle haben wir noch nichts gefangen. Und unten, südlich der Stadt, auf dieser kleinen Route, haben wir auch noch nichts gefangen. Genau, da. Sicher? Ich sage mal zu 90. Weil letztes Mal haben wir, ah ne, da haben wir auch Sachen gefehlt. Okay, das lässt sich nicht vergleichen. Ja, okay, dann gehen wir zu der, äh, zu der Höhle. Gehe ich zu der Höhle und guck mal, was ich da fange. Ja, die Frage ist, ob ich noch Bälle habe. Ich hatte noch Bälle. Habe ich noch Geld? Jetzt ist ja schon wieder so ultra genau. Weißt du, wie lustig das gewesen wäre, wenn ich jetzt da meinen ersten Encounter habe und einfach null Bälle da steht? Okay, ich gucke, ich gucke. Du brauchst dann einfach die Balls. Aha. Ich habe sechs. Das ist schön für dich, aber was hat das mit Pokémon zu tun? Ich habe dir aber auch extra die Steilvorgabe gegeben, ne? Okay. Mal schauen, ob diesmal der Tunnel wenigstens bei mir angezeigt wird. Ich sage euch, ich haue heute so gute Witze raus. Um 15 Uhr mittags zu streamen, ist komplett neu für mich. Ich habe schon zehn Kaffee drin. Das wird eine ganz neue Erfahrung für alle. Mein Tunnel ist wieder komplett schwarz. Also, mein Tunnel existiert nicht. Wenn ich da irgendwann mal durch muss, dann wird das sehr anstrengend. Ja, du brauchst halt nur Blitz. Ja, aber nein, bei mir sieht man noch nicht mal den Eingang. Schau mal bei dir, wenn du gleich drin bist, wie es bei dir aussieht. Okay, mein erster Encounter in dieser Höhle ist... Problem aber, Problem. Weißt du, was das Problem ist? Wir haben keine Probleme, wir haben nur Lösungen. Okay, was ist die Lösung dafür, dass ich Riolu-Freundschaft entwickeln muss? Ja, muss sich halt mal ein bisschen anstrengend. Also, ich sehe die Höhle, deswegen... Da denke ich immer noch, dass du eine komische Beta-Version hast. Nein, ich weiß nicht, was mein Hardgold macht, dass sauernd irgendwie Glitches sind. Hey, ist halt ein bisschen Handicap, dafür, dass ich ein bisschen mehr weiß. Heavy Senior ist cool. Ach. Sollen wir es einfach nicht fangen? Ich will eigentlich schon Riolu. Riolu ist gut. Meint ihr das Helden-Tackle aus? Nein. Du bist Schildterus. Äh, Bolterus. Ist das gut? Bolterus ist ein gutes Pokémon, ja. Aber... Wie Senior hält, glaube ich, kein Tackle aus. Ja, dann schmeiß ich halt einfach Bälle. Ich meine, Riolu ist echt kein schlechtes Pokémon. Ich meine, das mit der Entwicklung ist halt Quatsch, aber Riolu selber ist ganz cool und süß. Close. Ich kann wenigstens... Riolu war Generation 3? Vier. Vier? Habe ich den Film gesehen? Den fand ich richtig schlecht. Ich habe ehrlich gesagt erst einen einzigen Pokémon-Film gesehen und es war der allererste im Kino, als ich acht Jahre alt war. Also... Ey, das sind ein paar echt gute dabei. Ich weiß. Und ich will bald ein Video machen, wo ich... Also, wo ich alle Filme angeschaut habe und bewerte und durchgehe. Die zehn besten Pokémon-Filme. Also, ich habe meins. Du darfst deins nun auch fangen. Ja, das will halt nicht. Alle nach dem zweiten Film sind schlecht. Nein, ich habe auf Nein gedrückt. Oh... Ja, dann brauche ich es nicht fangen. Wollen wir einfach skippen, ne? Wollen wir einfach skippen. Du hast gesagt, wenn man den Nicknamen vergesst, dann ist es gleich tot. Das weiß ich... Also, letztes Mal wusste ich das nicht, wie ich das sagen soll. Weiß das jemand besser? Ist es tot oder soll ich... Darf ich nochmal eins suchen? Naja. Ich gehe raus. Nochmal eins suchen macht keinen Sinn, weil dann könnte man ja... Ja, ich habe... Ich spame halt immer... Ich spame halt immer B. Aber wie gesagt, das Riolo war mir nicht so... Guck mal, wie wenig Schaden Tackle gemacht hat. Oh. Ich höre nie wieder auf dich. Ja, hör nicht auf mich. Nein. Ich hatte auch bisher nur einmal recht und es war mit Pichu. Furchtbar. Ey, tu nicht so, als ob ich... Okay. Welche Solding-Regeln benutzen wir denn? Die, die... Die, die sagen, dass unsere Pokémon miteinander verbunden sind. Sonst keine. Park es erst. Okay. Aber du hast jetzt deins nicht gefangen, oder? Nee. Okay, ich darf meins eh nicht behalten. Ähm, stimmt. Jetzt erinnere ich mich, die Regel ist nämlich, ich darf's behalten, aber ich darf's erst benutzen, wenn ich ihm einen Spitznamen gebe, was so ungefähr in der vorletzten Stadt ist. Das ist die Regel, wenn man den Spitznamen vergisst. Äh, Duplex-Heap? Nein. Ah ja, aber zu den Pokémon-Filmen, weil, äh, also der zweite ist meiner Meinung nach der beste. Sagen viele, ja. Oder der dritte. Aber der vierte ist halt auch geil. Den dritten finde ich furchtbar. Welcher ist der zweite? Ist das der mit Entei und den Icognitos? Der zweite ist das mit Lugia. Okay, nee, dann ist der dritte. Der dritte ist das mit Entei. Den finde ich furchtbar. Echt? Okay. Der hat so eine dumme Story und so ein dummes Pacing. Und der vierte ist der mit Celebi. Und den finde ich wieder geil. Okay. Der, wo, wo, Spoiler, am Ende Samuel ein Kind ist. Also andersrum. Man am Ende checkt, dass das kleine Kind Samuel aus der Vergangenheit ist. Schau, ich weiß alles von diesen dummen Filmen, aber ich habe sie alle nie gesehen. Äh. Und sicher, dass wir diese Route hier auch noch nicht haben? Die, bei der unteren haben wir auch noch nichts gefangen. Hier, okay. Ich warte auf dich. Lugia war der Beste. Ich finde meine Rosanna echt geil. Vor allem, das Todeskuss macht alles so viel einfacher. Und es sieht halt echt aus, als ob es mich die ganze Zeit verfolgt und knutschen möchte. Rosanna, Rosanna. Komm her, Küsschen, mein süßer Küsschen. Mein Sonnfell. Geht ihr nicht etwas zu locker mit den begrenzten Encountern um? Ah, ich habe Mew. Stimmt, du hattest ja einen Mew. Was heißt zu locker? Ich, ich... Er hätte es ja jetzt gerade fangen können. Aber er wollte ja sein Visenio nicht. Nein, nein, jetzt schieb mir wieder die Schuld in die Ruhe, weil du den Spitznamen vergessen hast. Nee, aber ab jetzt ist, wenn man einen Spitznamen vergisst, darf man es nicht benutzen, bis man einen Spitznamen gegeben hat. Also du hättest eins auch nicht benutzen dürfen. So begrenzt sind die nicht. HGSS hat so viele Routen, ey. Die Hälfte konnten wir noch gar nicht checken, weil wir keine Angel zum Beispiel haben. Ja, und später gibt es noch so viele Fleckmon-Routen. Das ist unfassbar. Weniger Kaffee. Zu spät. Trainierst du gerade, weil dann trainiere ich auch. Ich gehe kurz in den Account hier rein, weil ich will auch trainieren. Meine Musik macht immer noch schnell langsam. Nein, ich nehme kein Snobilikat. Wie ist die Regel, wenn... Ich meine, ich habe schon Snobilikat. Ich darf noch mal, ich darf noch mal, ich darf noch mal, ich darf noch mal. Ach, wenn man Pokémon schon hat, dann darf man noch mal. Sicher, dass ich hier nicht das Snobilikat gefangen habe? Ziemlich sicher. Habe ich das Snobilikat im Turm gefangen? Ne, ich habe Milotic im Turm gefangen. Nase, ich glaube... Also ich glaube, wir haben noch nichts gefangen. Ich glaube, wir waren hier schon, weil... Im Turm habe ich Milotic gefangen. Chat, ihr habt doch aufgepasst. Ich habe den ganzen Watt letztens geschnitten. Ich kann nachschauen. Aber... Milotic habe ich im Turm gefangen. 100%. Und was kommt nach dem Turm? Hier sind wir hingegangen. Ne, den Arenaleiter. Ja, aber da ist kein wildes Pokémon. Was sagst du? Wir sind vor Falk, nochmal hier runter und haben den fünften Encounter gefangen. Ah, you sure? Ich meine, ich habe einen Snobilikat. Wie hoch ist die Chance, dass ich nochmal einen Snobilikat auf einer anderen Route finde? Bei 400 Pokémon. Ich kann den Bericht von Radical schauen. Ja, guck mal schnell, ein Bericht von Radical. Aber so oder so darf ich nochmal, wenn. Aufgepasst. Es ist eine Woche her. Warte, da wäre es gestanden. Da ist es... Die Erste. Im Ersten? Erhalten... Nofenzerturm. Wo habe ich denn das Milo-Ticket her? Okay, also habe ich Snobilikat. Okay. Dann waren wir hier noch nicht. Dann habe ich Snobilikat aus dem Turm. Okay. Aber ich darf nochmal, ich darf nochmal, ich darf nochmal. Sonnenfell entwickelt sich nicht, ne? Nein. Ist das dein Encounter? Ja. Aber es ist geil, es ist Stein-Psycho. Es ist ein starkes, vollem Tanki-Ding. Du hast irgendwie nur Tanks die ganze Zeit. Ja, ja, ich habe vor allem sehr viel, das gegen Boden-Pokémon hilft. Okay, dann mein erster Encounter ist... Ich verstehe Randomness nicht. Wahre Randomness ist keine Randomness. Ja gut, dann... That's funny. Dann, 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 dann fange ich das jetzt. Dann ist das jetzt wohl meins. Überlebt das einen Pulverschnee? Ich mache Todeskrispust schon. Aber ich habe, glaube ich, nur fünf Bälle. Evoli ist, glaube ich, kein Tank. Nee, und Pichu auch nicht. Der sollte doch einen Pulverschnee überleben, weil Feuer und so. Ich habe nicht so viele Bälle und ich hätte ihn gern. Ich habe fünf Bälle. Ich traue mich nicht, irgendeine Attacke zu machen, deswegen mache ich gerade einfach... Du bist zu stark, aber du könntest ein schwarzes Pokémon nehmen. Ja, ich habe halt nur... Ich habe das Namen vergessen. Schildterus. Und das macht mir Tackle halt gar keinen Schaden. Ja. Okay, ich schmeiße noch... Die letzten zwei Bälle mache ich mit einem Pulverschnee. Ich glaube, Pulverschnee sollte er aushalten. Oder? Verdammt. Da wart ihr noch nicht. Darfst du das denn fangen? Ich kenne so, dass jedes Pokémon, beide Spiele übergreifend nur einmal erlaubt ist. Wollen wir die Regel machen? Darf ich das fangen? Ich fände es auch... Soll ich noch mal? Aber dann darf ich noch mal. Einen dritten Encounter. Die Frage ist, ob ich die Sonnenfälle hier gerade überhaupt fange. Äh, bitte. Wir müssen ein paar Pokémon fangen. Ach, Pokémon Schmokemon, sag ich immer. Guck mal, ich habe es gefangen. Kenne ich so nicht. Ja, das Problem ist halt bei... Weil ich gucke in die internationalen Regeln. Ich gucke in die internationalen Regeln. Ja, international schminternational. So, Link, Nuslock Rules von der Nuslock University. Das muss doch stimmen. So, jetzt zeige ich euch einen ganz geilen Trick. Den kennen viele Pokémon-Profis nicht. Wenn ihr an der Stelle seid und einen Spitznamen vergeben wollt, dann müsst ihr da auf Ja drücken. Das ist ganz wichtig. Und nicht auf B. Also für Spitznamen... Wer braucht Spitznamen? Drückt man da auf Ja? Folgt mir für mehr Tipps. Also in der allgemeinen Regel steht es nicht, dass wir nicht das gleiche fangen dürfen. Es gibt halt die Regel, dass wir nicht den gleichen Typen fangen dürfen. Aber das ist sowieso egal, weil sich bei uns... Entwicklungen sind random. Deswegen würde die Regel keinen Sinn ergeben bei uns. Hier steht nicht, dass ich nicht das gleiche fangen kann später wie er. Es geht nur mal darum, dass man im gleichen Moment nicht das gleiche fängt. Also ich würde sagen, wir erlauben es. Weil ich jetzt sowieso schon zwei Bälle geschmissen habe. Wie soll es heißen denn dann? Okay, ich habe Angst. Es schläft nicht mal mehr. Ich habe nicht aufgepasst. Big Daddy, das passt zu meinem sehr gut. Aber es kann sein, dass du es nicht behalten darfst. Dein Big Daddy. Das ist okay. Ist eh gerade in der Box gelandet, weil ich das Ei noch dabei habe. Ich muss jetzt Pulverschnee machen, aber das muss das überleben. Pulverschnee ist nicht stark und es ist Eis gegen Feuer. Aber ich habe Stab. Werte die Attacke ab. Komm schon. Warum ist es in diesem Spiel so schwer, Pokémon zu fangen? Gut, dass ich keine Finta eingesetzt habe. Aber alle Regeln bei Nuzlocke sind Hausregeln. Also die eine Regel, die wirklich jeder halt einhalten muss, ist, wenn Pokémon K.O. geht, ist es für immer tot. Ich glaube, sonst ist alles, wie man mag. Ja, ich denke, da ist man auch ein bisschen flexibel. Also ich mache ja, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, ich mache ja viele Challenge Runs in Gothic. Was ist Gothic? Danke. Und wir waren letztens vor der Herausforderung, Wassermagie only. Und es gibt da so einen Wächter, den kannst du nicht töten mit Wassermagie. Aber er kann ertrinken. Und ertrinken ist ja jetzt, also ist ja quasi, also man muss schon sagen, ist ja auch Wasser. Ich würde sagen, das ist Wassermagie. Jemand ins Wasser schubsen und dann ertrinkt er an dem Wasser, ist Wassermagie. Dann bin ich Wassermagier gewesen. Ja. Aber habt ihr dann so gemacht? Ja, hat geklappt. Aber was ist dann mit der Regel, dass du jeden hättest ertrinken können? Äh, geht tatsächlich nicht. Achso, okay. Das kann nicht, das kann nicht, oh, das hätte ich gern gefangen. Oh, ja, das, das, oh, ja, 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 das wäre ein... Das ist eins meiner absoluten Lieblings-Pokémon in Shiny. Ich liebe dieses Viech als Shiny. Ja. Ich habe ein Problem, dass ich Markbrand nicht mehr angreifen kann, weil ich voll gerauchwolkt bin. Ich habe meinen letzten, ich habe meinen letzten Todeskuss. Okay, ich mache jetzt Pulverschnee, bis es irgendwann funktioniert. Ich kann nicht. Äh, ja, Metagross hättest du wahrscheinlich aber nicht bekommen, weil Metagross hat die Catch-Rate von einem Leggy. Ja. Also in Gen 4 wahrscheinlich 0,3%. Das ist kein Problem. Ich habe in einer Naslog, glaube ich, Lugia First Try gefangen. Full Life und... Ja, aber guck mal unser Glück hier an. Pulverschnee geht, glaube ich, nicht, da der Schnee schmilzt. Euer Ernst? Ist das eine Eigenschaft von Pulverschnee? Nee, das muss ich jetzt gucken. Pulverschnee. Während du da versuchst zu fangen, grind ich hier mal ein bisschen. Oh, guck mal, Metagross. Oh, so belasten, das taucht hier richtig oft auf. Aber du kannst richtig geil Level an dem Grinden. Ähm. Pulverschnee schädigt das Ziel. Das Ziel kann nicht eingefroren werden, wenn es bei einem Typ Eis... Also hier steht nichts von wegen, dass Pulverschnee nicht funktioniert gegen ein Feuer-Pokémon. Ich bin einfach, kommt... Meine Genauigkeit ist auf minus 10.000, deswegen. Ich würde es lustig finden, wenn du gegen Magbrand irgendwie... Ja, wegen Magbrand. Achso, die Fähigkeit von Magbrand. Oh Gott, okay. Magbrand. Ja, ich gehe jetzt K.O. gegen Magbrand, weil ich es nicht fange. Ist Flammkörper... Flammkörper macht das, oder wie? Stellt der Gegner mit seiner Attacke Kontakt, er besteht in einer 30er Wahrscheinlichkeit Verbrennung. Jeder Treffer... Steht aber auch nicht. Es steht nicht da, dass Flammkörper Eisattacken schmilzt. Ein Zapdos. Die Route will mich doch verarschen. Ey, es kommen einfach ein paar meiner Lieblings-Pokémon. Und ich kriege ein fucking Sonnenfell. Ich habe gesagt, Sonnenfell ist geil, aber im Vergleich... Das ist das Schlechteste. Ist Metallsound eine Angriffsattacke? Metallsound? Nee, es schwächt die Verteilung. Ich kann einfach mit nichts angreifen hier. Außer mit Tackle. Und Tackle ist langweilig. Sehr belastend, ja. Hackbrand kann eine Fähigkeit haben. Nee, wir haben die Fähigkeit nicht gerandomized. Das heißt, er sollte Flammkörper haben. Ein Flammkörper sorgt nicht dafür, dass Eis geschmolzen wird. Also, ich habe einfach sauschlechte... Aber ich kann hier jetzt nochmal einfach... Eine Aquaknarre sollte der auch überleben. Von dem gleichen Level-Pokémon. Boah, ein Metacross gibt mehr Erfahrung als ein Subdoss? Not bad. Ist Nassmacher schwächer? Okay, nee, das passt schon so. Ich bin da aber bei den Attacken auch raus, ne? Ab zweiter Generation konnte ich mir keine Attacken mehr merken. Bin ich komplett weg vom Fenster. Obwohl ich die nachfolgenden Generationen eigentlich gespielt habe noch. Ich kenne die alle, aber natürlich... So die Kleinheiten weiß ich nicht und merke ich mir auch nicht. Sowas wie Geduld oder so. Ja gut, das ist schon peinlich. Das kann das Onyx bei Rocko... Ja, aber ich habe mich seitdem, dass ich das gesehen habe, als ich damals sieben alt war, sieben Jahre alt war, nie gefragt, hey, was ist eigentlich Geduld? Ich habe einfach immer akzeptiert, was passiert ist. Aber ich habe nie hinterfragt, warum. Ich hasse diese Route. Ja, das ist auch ein starkes Pokémon. Okay, Leute, das muss jetzt drinbleiben. Das ist ein bisschen schwächer. Darf ich eigentlich ein Pokémon... Pokémon nennen, ja. Pokémon, Pokémon, Pokémon... Jetzt bin ich komplett verunsichert. Pokémon, langes O. Pokémon, also ein langes O. Pokémon. Pokémon. Kriechen. Ich meine, du machst, was du willst. Aber... Ja, ja, aber darf ich jetzt... Also das Sonnenfell ist jetzt ja in der Box. Wenn du jetzt noch das Magbrand fängst... Was ich nicht tue, weil es ist aufgewacht. ...darf ich dann das Sonnenfell mitnehmen, obwohl es du nicht dabei hast? Nee, wir müssen immer die gleichen Pokémon haben. Ah, ja, okay. Also das hier muss immer... Unsere Übersicht muss immer stimmen. Ich habe nur noch einen Ball und es ist aufgewacht. Und ich habe so viel Pech in diesem Kampf gehabt, das gibt es gar nicht. Komm, du schaffst es. Der letzte Ball ist es. Es schläft nicht mal. So eine Scheiße machen, so ein Scheiß-Pokémon. Wir sollten mit unseren Encountern... Also, wir sollten da ein bisschen... Ich versuch's doch. Aber wir haben... Ich habe auch kaum Geld noch mehr zu kaufen. Das macht überhaupt keinen Schaden, geil. Also, du musst dein Sonnenfell auch wegschmeißen. Okay. Also, ich grind jetzt, bis ich drei Drachenwut überleben kann. Okay, du hast so Angst vor Drachenwut. Das ist passiert nochmal. Es ist nicht so... Okay, es ist möglich. Aber... Sehr gering. Ich habe auf jeden Fall eine gute Route zum Trainieren. Mhm. Das ist alles... Das klingt alles falsch, was man sagt bei Pokémon. Das klingt alles so falsch. Was klingt falsch? Moin, Fetzi. Ich habe eine gute Route zum Trainieren. Achso. Schau, ich denke da gar nicht dran, Mann. Das ist einfach euer Mind. Du bist so unschuldig. Ja, total. Wegen Route. Eine gute, dicke Route. So. Ich bin so langsam. Du bist so krass überlevelt. Level doch mal die anderen anstatt Magbrand. Na, ich setze ja die anderen immer ein. Aber die können halt keine Attacken. Deswegen wechsle ich zum Magbrand, weil es das einzige Pokémon ist, was Schaden macht. Soll ich jetzt... Wir könnten in die Alphroin das Rätsel lösen. Da könnte auch nochmal ein Pokémon sein. Ein Pokémon, Entschuldigung. Ich versuche hier eine Aussprache zu lernen. Pokémon. Pokémon, komm schnapp sie dir. Pokémon, komm schnapp sie dir. Kannst du eigentlich den Pokérap? Nein. Lässt er uns durch? Ja. Hallo Anna. Pokémon. Pokémon. Ich kann den Pokérap für den Mondberg. Schau mal, er hat Pokérap gesagt. Anstatt Pokérap. Ja, Pokérap. Den kann ich für den Mondberg. Zubat, 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 Kleinstein. Zubat, Kleinstein. Zubat, Kleinstein. Kleinstein, Zubat, Zubat, Kleinstein. Paras. Pipi. Paras, Pipi. Zubat, Zubat, Zubat. Kleinstein, Onyx. Zubat, Zubat. Ein Schnäppke. Paras und Onyx, die kommen doch nie. Die kommen sehr selten. Ich glaube, Onyx kommt auch gar nicht. Nur im Fels-Tunnel. Ich glaube, Onyx ist Fels-Tunnel. Das wäre zu krass, Onyx zu haben. Schon am Anfang. Achso, wollten wir zu einem Alfruin? Ich gehe da gerade hin, ja. Achso. Da sind noch ein paar Trainer, die da stehen. Onyx gibt es im Mondberg? Was? So, was trainiere ich denn jetzt? Ich würde sagen, Milotic ist das stärkste von einem. Was, bei den Alfruinen stehen Trainer? Nee, auf dem Weg dahin. Ich habe keine gefunden. Hä, dann bist du gerade an einem vorbeigegangen. Oder bin ich falsch gegangen? Ich bin bei dem Wundersaat-Typen gerade runtergegangen. Da steht einer, der mit dir kämpft. Ich löse mal das geile Rätsel. Itachi, danke schön für deinen Prime. Möchtest du nicht auch irgendwie drehen? Die sind ja echt so viel einfacher. Kannst du mit R und L drehen? Oder mit A oder so? Kann man das nicht? Ach, das muss man mit der Maus machen. Wie drehst du? Doppelklick. Was? Okay. Das ist Logik, wenn man... Ich finde es so krass, dass es gibt Schultertasten seit dem GBA, seit dem dritten Gameboy, der existiert. Und kein Pokémon hat jemals Schultertasten benutzt, außer um das Spiel zu resetten. Leo, actually, doch. In Generation 7 konnte man... Da geht es übrigens nicht zu den Alphroiden, wo du gerade hinläufst, by the way. Ach, deswegen vielleicht. Das ist aber keine neue Route, wo ich hier gerade bin, oder? Das ist immer noch die gleiche. Okay, ich dreh wieder um. Oh, das Icognito-Heft. Gilt jetzt eigentlich jedes Icognito als eigenes Pokémon? Pokémon? Als eine Form, ja. Es gibt 26 Pokémon, also Icognito-Formen. Aber es ist ein Pokémon. Ich habe einen fucking Simsalat. Warum kriegst du nur die krassen, durchtrainierten oder halt entwickelten Mons? Das darf ich jetzt nicht killen, das will ich fangen. Und dann darf ich meinen es auch nicht. Ich habe 15 Stück, ja. Okay. Da geht es nicht zu den Alphroiden, aber hier geht es zu den Alphroiden. Ne? Ne, da geht es zu dieser... Ne, wo bin ich? Wo ist die Alphroine? Er setzt Teleport ein. Nein. Er ist kein fucking Teleport. Darf ich jetzt auch nicht? Ne, du darfst auch nicht. Wir haben noch kein Pokémon heute gefangen. Aber hast du einen Ball wenigstens geschmissen oder so? Weil das Teleport kann... Du weißt es nicht ins Mikrofon. Hast du wenigstens einen Ball geschmissen? Nein. Oh Mann. Ich habe nicht daran gedacht, dass das Teleport kann. Ach, ne, ich bin so. Der Randommeister will mich doch verarschen. Hey, ähm, das ist ein krasses Pokémon. Dürfen wir jetzt echt in den Alphroiden auch nichts fangen. Das ist doch so ein... Es ist doch... Wir können... Okay, langsam sage ich auch. Wo muss ich denn dann lang? Hier lang? Hat der einfach einen Manafi? Ah, hier geht's lang. Okay. Dann brauche ich ja da nicht runter. Außer wir trainieren da jetzt. Aber ich würde eher trainieren auf dem Weg zur nächsten Stadt. Manafi. Ich bin nicht gebrochen oder so. Das Simsala ist echt, aber das... Ja, das hätten wir wissen sollen, dass es Teleport kann. Du hättest sofort einen Ball schmeißen müssen. Ich hätte Todeskuss gemacht. Ich kann mir doch nicht merken, dass das A-Brat... Wer setzt denn auch Teleport ein? Welche Simsala konnte jemals Teleport? Naja, wenn's auf Level 6 ist... Jedes. Jetzt kommen wir doch hier nicht mit Fakten. Wen interessieren denn Fakten? Okay, ist hier noch ne Route, die wir checken können? Ne, hier steht nur Mogelbaum. Ja. Was hätte ich bekommen können? Soll ich schauen? Okay, ich schaue, was ich hätte bekommen können. Komm ich da nicht rein? In welches Ding muss ich rein? Doch, da rechts in das da, ja genau. Aber... Oh, mein Ei schlüpft. Aber bonk, 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 es macht bonk, 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 ich komm nicht rein. Dann nach rechts laufen. Lauf mal nach oben und dann nach rechts. Sehr gut. Ich dachte, das ist das Ding. Oh, ich hab mein Tokepi. Oh, das ist nicht randomized. Randomized. Warum ist das nicht randomized? Ich glaube, Tokepi ist nie randomized. Das hatte ich bei mir auch im Randomizer. So, wer ist denn Tokepi? Vielleicht gilt das als Geschenk und deswegen hätte ich Geschenk randomizen anklicken müssen. Hm. Wer möchte denn ein Tokepi sein? Ich, Fetzi, okay. Ich fähl auch das Tokepi gleich, pass auf. Irgendwie. Fetzi. Mal gucken, zu was sich Tokepi entwickelt. Stimmt. Freundschaft. Es gibt zu viel Freundschaftsentwicklungen. Hallo? Hä? War das falsch? Was? Tokepi war ja das erste Gen 2 Pokémon, das in Pokémon, das in... Irgendwann kriegst du rein. ...in der Fancy-Serie war, ne? Das zweite war, glaub ich, Meryl. Wobei das erste war Ho-Oh. Das erste war eigentlich Ho-Oh. Dann Tokepi und dann Meryl. Meryl, ja. Schätze ich. Das erste war Don-Fan. Das erste war sicher Ho-Oh. Das war, glaub ich, in einem Film. Don-Fan war, glaub ich, Film, oder? Ah, der Film war nach dem Anime. So, mein erster Encounter wäre gewesen, wenn... ...nicht Simsala Teleport gemacht hätte. Okay. Passt schon. Ja, das ist ein bisschen unterwältigend, ne? Also, ich meine, es ist ein cooles Ding. Es kann coole Sachen, aber... Boah, ich glaube, in der Nasslock ist das Ding sehr unnötig. Meryl hatte Tracy, glaub ich. Oh, hier hat's Nickel-Lava gegeben. Hey. Nach vorne schauen. Nase. Nicht nach hinten. Nach vorne. Aber Nickel-Lava. Fabiegel kann hier Schlummerort? Was ist Schlummerort? Warte, ich will jetzt auch mal was anderes trainieren. Hätte-hätte-Fahrradlenker, genau. Ein Ursa-Ring. Hätte-hätte-Fahrradlenker. Okay. Oh, das mit dem Simsala kopfst mich gerade an. Ja. Ja, wir haben so schon genug gute Pokémon. Aber das Simsala... Das Manafi wäre aber noch cooler gewesen. Dann hättest du nämlich endlich mal ein Wasser-Pokémon, das Schaden gegen Boden machen kann. Ja gut, ich hab ja meinen Philippa, meinen Angel. Ach, Philippa hast du. Okay. Ja, es darf halt nur nicht verrecken. Und es kann schon Aqua knarre. Wusstest du, dass sie inzwischen Blubber abgeschafft haben? Die geile Attacke, Blubber. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil sie zu ähnlich mit Blub-Strahl ist. Ich mochte Blubber. Ich auch. Ich muss Angel trainieren, oder? Komm, wir trainieren beide unser Angel. Ein Wasser-Pokémon. Also eigentlich genau genommen haben wir beide ein Wasser-Pokémon bekommen. Wobei ich weiß nicht, ob Philippa nicht vielleicht zuerst Flug ist als Wasser. Weil die sich beide nicht entwickeln können. Aber gut, wir haben gesagt, die Regel ist egal. Blubber gibt's noch in Gold. Ja, hier gibt's Blubber. Blubber gab's bis Gen 7 oder 8. Gesundheit. Dankeschön. Ich hab mich extra ein bisschen zurückgehalten. Perleber müsste Flugwasser sein. Ja, dann ist ja alles noch okay, oder? Dann sind wir komplett zwei verschiedene Pokémon. Warum kann ich gegen Pantimimi nicht Nassmacher einsetzen? Was geschieht hier? Agua-Knarre. Ach, ist Nassmacher gar keine Angriffs-Attacke? Ich hol mir mal Zertrümmerer, damit ich das später nicht vergesse. Ach, der hat das. Ich dachte, der steht in der Stadt. Ich hab eingestellt, dass jeder alle vor ihm's lernen kann. Also das, wir müssen nur noch ein Pokémon deklarieren, das nichts anderes können soll. Achso, ich brauch ein Bild von Togepi, ne? Achso. Warum schlüpft meins eigentlich nicht? Bist du so viel mehr rumgerannt? Ah, dann suche ich auch schon mal das Togepi-Bild raus. Oh, ein Vylord. Das gibt XP. Glaub ich. So, du hattest doch da so eine tolle Seite gesickt. Pokéos. Unser Weingang. Pokéos. Warum heißt der nicht Pokéos? Pokémon. Kosmos. Genau. So, was suche ich in Togepi? Wie spricht man das eigentlich richtig aus? Da war sich die Serie auch nie einig. Also der Anime sagt in das erste Mal, wo es vorkommt, Togepi. Was natürlich schrecklich ist. Oh, der Sprite. Ich mag auch immer, wenn der Pokédex das vorliest und dir denkst du, mhm. Nein. Der Sprite von Togepi ist super. Pass auf. Nimmst du den auch? Der ist super. Pass auf. Der hier. Ja, der ist mega. Der ist vor allem voll klein. Das ist so klein. Ist ja auch klein. Ne, klein ist Kleinstein. Mal schauen, ob ich überhaupt einen Togepi kriege, aber wahrscheinlich. Das wäre komisch. Schau, meins ist größer als deins. Macht das Layout nebeneinander ihr oder streamt together? Nein, das haben alles wir gemacht. Wir machen nix mit streamt together. Streamt together fusioniert nur die Chats. Ja. Das im OBS eingestellte Layout. Und im Endeffekt ist es einfach nur, dass wir haben das gleiche Layout. Und wir übertragen uns gegenseitig die eine Hälfte. Das heißt, alles, was ihr bei mir rechts seht, ist Discord. Alles. Nicht nur die Bilder, sondern alles. Falls hier ein paar Technik-Affine Menschen sind, die das interessiert, wie wir das gemacht haben. Ach Gott, stimmt. Und geschlüpfte Babys sind ja in Level 1 hier und nicht Level 5. Überall. Ist es in Gen 2 Level 5? In Gen 2 ist es Level 5. Ziemlich sicher. Echt? Wann haben die es geändert? Dann haben sie es Gen 3 geändert wahrscheinlich. Würde ich 2 Euro drauf wetten, mindestens. So, ich gehe jetzt Richtung nächster Stadt, da wo unser Fapol letztes Mal passiert ist. Oder deins. Ach, jetzt bin ich wieder schuld. Das gibt es hier sogar Zwirfins. Das wäre geil gewesen. Wenigstens gebe ich meinen Pokémon-Spitznamen. Ja. Pass auf, ich werde es gleich wieder vergessen. Vergesst bitte nicht beim geschlüpften Ei. Ich meine, wollen wir Toggepi? Das Toggepi wäre das Erste, was ich auswechseln würde, wenn wir was Besseres kriegen. Das kann nix, das entwickelt sich ewig nicht. Ja, aber es kann ja Randalen. Ja, es dauert ewig. Aber es kann halt was megageiles rauskommen, wie zum Beispiel. Ja, das kann das Raupi, das du findest, auch. Ja, aber es könnte ja, was weiß ich, Radfatz rauswerden. Ja, und das entwickelt sich dann wieder schnell. Den habe ich schon besiegt. Du willst im Team bleiben. Also, ich weiß nicht, wie wir das entscheiden, weil wir müssen beides dann wegtun. Beide. Wie machen wir dann schnick, schnack, schnuck, wenn wir uns nicht einig sind? Ein Schiggi, 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 schiggi. Wenn wir uns nicht einig sind, dann entscheidet... Münzwurf. Ich glaube auch, dass Pokémon schon immer Level 1 waren aus dem Ei. Warum sollte denn Pokémon auf den... Bist du sicher? Das sind Gen 2. Also, ich bin mir schon sehr sicher. Aber dann wurde es in Gen 3 geändert. Ich würde sagen, es darf der entscheiden, der am öftersten Gothic durchgespielt hat. Jemand sagt Gen 2 und Gen 3 auf Level 5. Gen 2 war 5. Okay, 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 okay. Trotzdem ist es... Level 1 macht mehr Sinn, oder? Das Baby. Naja, Level 1 ist quasi das Ei. Würde ich sagen. Achso, ja, und man könnte sagen, da drinnen trainiert ist und dann mit 5 schafft es durchzubrechen. Genau. Okay, man könnte es argumentieren. Klinge. Das hätte ich immer gern gehabt in Pokémon, dass du... Ähm... Dass die Pokémon größer werden, je länger du sie levelst. Ja. Ich meine, inzwischen in Gen 9 gibt es Größe, aber sie ist nicht levelabhängig, sondern einfach random. Also manche Pokémon sind groß und manche klein. Ich träume ja auch irgendwann davon, und das ist ja auch möglich, dass sie irgendwie einen Algorithmus so wie bei Pandir schaffen, dass jedes Pokémon wirklich anders aussieht. Also eins hat längere Haare, eins hat anderes Muster, Mil-Tank hat ein Muster, Visor hat andere Fellmuster oder sowas. Und jedes Pokémon sieht halt wie ein eigenes Tier aus. Was ja machbar wäre mit ein paar Texturen, die random sich mathematisch positionieren. Aber würden dann die Sammler nicht komplett verrückt werden? Aber es gibt bestimmt einen Sammler, der von Pandir alle Versionen haben möchte. Möchte, ja, aber es ist unmöglich. Es gibt ein Projekt im Internet, die versuchen, das halt gesammelt als Community zu schaffen. Aber du, wenn du es ausrechnest, im besten Szenario, wie lange es dauert, sind es allein schon 3000 Jahre oder sowas. Also wirklich, also nicht mal irgendwie zwei leben, sondern unendlich. Also es ist nicht machbar. Ja, weiß man vorher nie. Also es haben auch Leute geschafft, die kompletten Chalice-Danzens in Bloodborne zu katalogisieren. Ja, aber das hat ja nicht. Mit der Gemeinschaft der Community. Ja, aber das sind ja auch nicht vier Milliarden wahrscheinlich. Auch mindestens. Also wie viele Erfahrungspunkte gibt denn Voynera? What the fuck? Äh, die meisten, die ein Pokémon geben kann. Also beziehungsweise halt... Ja, natürlich Hytera, aber Voynera ist ja die gleiche Rubrik. Äh, ja Grimson, wir wissen, dass wir Freundschaft durch Laufen machen können, aber wir haben auch keinen Bock für euch 10 Minuten lang im Kreis zu laufen. Das ist ein bisschen langweilig und finde ich, fühlt sich auch cheaty an, einfach mit Speedup ein Pokémon zu entwickeln. So, ich gehe jetzt übrigens zu dem Trainer, der mich letztes Mal weggefegt hat. Ist hier eine neue Route eigentlich? Glaub nicht. Ist das immer noch die Route, wo wir vorhin... Weil ich habe einen Selfair. Sind wir uns sicher, dass das... Moment, ich gucke. Hier mal kurz da hoch. Hier, irgendwo ändert sich hier... Okay, wenn es sich hier ändert, wäre blöd. Ändert sich gar nichts. Auch nicht, auch nicht. Nö. Nö. Okay. Schade. Ihr solltet eine Tabelle führen. Wir haben eine Tabelle. Wir schreiben noch nichts rein. So, da ist der Trainer. Mal gucken, was er hat. Rache. Vielleicht ein schönes Drachen-Pokémon? Räche dich. Der hat jetzt einen Knackrack mit Drachenklaue. Kemper Erwin. Ein Zipurze. Das ist kein Geduld, oder? Wie Geduld hältst du bitte aus mit deinem Level 18-Mark-Brand? Wie er es sogar mit Mark-Brand? Ja, natürlich. Weg damit. Ah, ein Volltreffer. Dankeschön. Kann mir wer kurz zusammenfassen, was Soulink bedeutet? Wir spielen beide quasi eine Nasslock mit gelingten Pokémon. Pokémon. Irgendwann kriege ich es nochmal hin. Jetzt ist halt die Frage, weißt du, was eine Nasslock ist? So, ein bisschen Fetzi trainieren. Fetzi ist noch ein bisschen schwach auf der Brust. Pikagirl, wir geben uns... Warum ist dein Ei eigentlich noch nicht geschlüpft? Ja, ich weiß es nicht. Weil du dauernd mit Speederbrum läufst. Ich laufe nicht mit Speederbrum zum Beispiel. Ja, ich habe Turbo-Träter. Ja, okay. Pikagirl, wir geben unseren Pokémon die gleichen Namen. Inwiefern ist das gelingt? Wir fangen die Pokémon auf der gleichen Route. Viele Leute denken, dass das programmtechnisch gelingt ist. Aber es ist nicht gelingt. Wir machen einfach nur die gleichen Sachen. Ja. Und die Pokémon sind da gelingt. Und wenn eins davon stirbt, ist das andere auch tot. Und du siehst hier zwischen uns, siehst du, welche gelingt sind. Prof. Fetzi einfach, Level 5. Ambi-Diffel. Ich hasse Ambi-Diffel. Ich mag Griffe schon nicht. Und Ambi-Diffel ist dann noch so eine Ecke hässlicher geworden. Wie kann man etwas machen, was so eine Grabsche Hand als Schwanz hat? Äh, vor allem die sehen aus wie so Euter. Es sieht einfach aus wie Mil-Tank-Hände. Wer hat dieses Ding... Pass auf, das Ding kann eine Explosion. Tanzer kann eine Explosion ist bekannt dafür. Und auf Level 8 weiß ich nicht, aber es ist bekannt dafür zu explodieren. Ja, auf Level 8 kann doch Tanzer keine Explosion. Der fängt schon wieder an, der Kel. Der fängt schon wieder an mit solchen Aussagen. Das wäre ja Quatsch. Es kann doch überhaupt nichts passieren. Ich sag's bloß. Diesmal schreie ich's. Ich hätte letztes Mal auch schneller und lauter sagen sollen. Drachenwut Level 7. Nachdem ich es mehrmals gesagt hatte. Einmal. Ja, wir kriegen das schon hin. Trainierst du jetzt echt Togepi? Äh, ja klar. Ich hab eins noch gar nicht. Bisher haben wir noch keinen Pokémon gefangen auf der Route. Ich muss das nehmen, was wir haben. Ja, du hast so viel coolere... Togepi dauert halt so lange. Okay, okay, okay. Aber wie entscheiden wir das? Wenn ich ein Togepi hab und ein anderes Pokémon fangen, will ich Togepi als erstes weglegen. Das heißt, ich würd sagen, entweder wir schmeißen... Wir können auch Schnickschack Schnuck machen mit Delay. Für was willst du Snobilikat im Team haben? Das entwickelt sich gar nicht. Das kann nichts. Snobilikat ist ein starkes Normal-Pokémon. Und es kann krasse Attacken. Aber ja, okay. Snobilikat könnten wir auch weglegen. Oh, Togepi. Naja. Wir können auch Snobilikat im Rettikar weglegen. Weil ich seh halt noch die Entwicklung, weißt du? Es können sich entwickeln. Und aus dem Metronom. Metronom only. Let's go. Habe ich nicht letztes Mal gesagt? Der letzte Kampf gegen die Top 4 müssen wir nur Metronom machen. So, Millikat kann Zahltag. Genau. Was ist, wenn wir auf einmal Pokébälle brauchen? Oh, das ist Level 15. What the fuck? Ähm. Genau. Der Begriff Nuzloc kommt von dem, der das erfunden hat. Und der hat in seinem Run, wo er das gemacht hat, glaube ich, ein Blanas. Wobei, das mit Blanas macht keinen Sinn. Warum? Warum? Warum Blanas heißt nicht mal Blanas auf Englisch. Das ist einfach ein Begriff, den jemand erfunden hat, der das erfunden hat. Ich glaube nicht, dass das irgendeine... irgendeine Bedeutung hat. Tanzer erlernt Explosionen auf Level 34. 34. Wenn wir nochmal einem Tanzer oder Forsthelka begegnen. Auf über 34. Run. Ja, welche Pokémon können überhaupt... Explosionen und Finale. Lektroball, Kleinsteine, Tanzer. Es gibt noch andere Attacken, die hier so sind. Es gibt ja auch noch sowas wie Abgesang. Gibt's ja auch, ne? Was, es lernt... Irgendwie. Es lernt Finale auf Level 6. Dein Tanzer konnte Finale! Nein, das hat Deckel gemacht. Alles, was rund ist. Okay, sagen wir mal ein bisschen vorspulen hier. Wir müssen aufholen. Oh, Feuerwerbel. Ist gut, oder? Ich hasse Feuerwerbel. So eine dumme Attacke. Und? Ist die Musik so besser, wenn sie doppelt so schnell geht? Also, Attacken sind nicht randomized, nein. Die Pokémon, die Gegner und Entwicklungen sind randomized. Warte mal, Rosanna ist Psycho, ne? Das war dumm. Aber gut. Hier fangen jetzt die Pokémon an auf Level... Oh, Shit. Ich hab Angst gehabt. Abschlag ist, glaub ich, Unlicht. Okay, ich muss jetzt aufpassen. Die Pokémon sind hier auf Level 10. Ja, das wird langsam heftig. Ach, Plan. Der eine Angler hat halt auch normalerweise ein Carpador Level 15 und das kann halt auch alles sein. Stimmt. Ach, Nassleaf heißt Planas. Okay, dann kann es sein, dass der in seinem ersten Run Nassleaf hatte und deswegen hat er es Nasslock genannt. Megani ist einfach so ein geiles Pokémon. Weißt du, wie ich... Äh, ich hab immer Megani gesagt. Als Kind. Und ich hab erst vor ein paar Jahren rausgefunden, dass es Megani heißt. Als ich mich mit den Namen beschäftigt habe. Aber ich find auch Megani klingt besser. Ja, aber viele, viele Pokémon hat man doch so ausgesprochen, wie man's... Entweder wie man's gelesen hat, wie es auf dem Schulhof gesprochen wurde. Ja, aber Megani ist so offensichtlich halt auch. Oder wie es halt auf dem Schulhof falsch ausgesprochen wurde. Hier, Camper Erwin. Ich räche dich jetzt auch nochmal. Achso, wie war das Meftu? Ich hab nie Meftu gesagt. Ich weiß auch nicht, warum. Also wir haben zum Beispiel auf dem Schulhof früher immer Missingno gesagt. Ja, das hab ich auch immer gesagt. Bis vor kurzem sogar. Missingno. Missingno. Nee, Missingno. Klingt auch cooler irgendwie als... Ja, aber es ist halt die Missing Number. Ja, das ist doch mir egal. Sandama ist auch Sandamea. Ja, das ist mir egal. Aber inzwischen sag ich tatsächlich... Inzwischen sag ich... Ähm... Macholo und Machomai. Das hab ich mir irgendwie angewöhnt. Glimp. Holy shit. 46 Monate schon dabei. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. TeeNaga. TeeNaga, ja. Also ich hab die ganzen Erinnerungen bei Harry Potter, wo ich Hagrid und McGonagall gesagt hab. Oder im Kopf halt. Dann kam der Film und ich so... Klingt irgendwie besser, Hagrid und McGonagall zu sagen. Aber woher soll man, wenn das alles im Kopf stattfindet? Okay, ich habe mich gerecht. Oder dich gerecht. Ja, TeeNaga war auch immer gut. Item, Item und... Ich sag heute noch Item manchmal. Nee, aber... Es gab noch so ein anderes Wort. Item, Quest. Nee. Ich witt. Nee. Ich kann Heilung. Nee. Ach komm, das schaff ich doch. Das kann doch nur Wasser attacken. Wenn überhaupt. Und ich kann Wickel... Was seid ihr eigentlich zusammen? Lios Nase. Dungion. Nee, ich hab nie Dungion gesagt. Doch, Dungion. Dungion hab ich bestimmt gesagt. Dungion. Komm, wir spielen ein bisschen Wackkraft 3. Ich mein, eher hat man's halt... Ich hab das halt immer gedacht. Und dann, wenn man's irgendwann mal laut ausgesprochen hat, waren alle gleich, äh, bist du dumm? Ach stimmt, Gentleman. Ja. Gentleman ist auch gut. Donphan? Das heißt Donphan. Das heißt Funpi und nicht Panfi. Ich hab mir mal Panfi gesagt. Ja, aber ich hab dann auch, weißt du, dadurch, dass ich dann die Pokémon-Serie nicht mehr weitergeguckt hab, ab Generation 3 war ich raus, zum Beispiel. Die Weitentwicklung von Trassler heißt bei mir immer noch Gardevoir. Aber es heißt doch Garde... Ja, du möchtest was sagen. Aber Gardevoir klingt doch... Gardevoir klingt doch besser. Oh, Nido King. Gardewehr? Gardewehr. Nein. Im Gardewehr ist nichts zu schwör. Oh, ich will nur zurück zum Pokémon-Center. Dann nicht laufen, ne? Wenn du nicht Torbetreter machst, dann kommen weniger Pokémon. Ich lauf gar nicht. Deswegen schlupft vielleicht mein Ei nicht. Ich hab Zertrümmerer jetzt nicht geholt. Brauchen wir das überhaupt? Gibt's irgendwann eine Stelle, wo man Zertrümmerer haben muss? Ich glaub, du brauchst Zertrümmerer später, ja. Können wir dann schon fliegen? Wir müssen später aufpassen, wenn wir da heute hinkommen überhaupt, bei der Wasserinsel. Da gibt's einen perfekten Weg, damit du nicht die ganze Zeit hin und her, weil du musst ja fliegen und dann aber dahin und dann kannst du aber dahin und dann musst du aber zurück und dann... Ich hab absolut kein Schimmer, von was, dass du reden tust. Amelia, die mit der Ampharos-Frau im Leuchtturm. Die Stalos hat als Trainer, als Arena. Die Stalos-Arena. Das wird interessant, was das wird. So, oh, da ist... Okay, warte. Äh, ich geh gleich in diese Höhle rein. Soll ich auf dich warten? Soll wir jetzt zusammen in die Höhle reingehen? Du bist wieder in Viola City. Ich hab ja gesagt, ich will zurück zum Pokémon-Center. Aber da ist ein Pokémon-Center bei der... Oh, oh. Du musst aufpassen bei Forst Helka. Das kann sein, dass das Finale kann. Ich guck jetzt nach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf Level 6 Finale kann. Ich muss aber, glaub ich, eh wechseln. Forst Helka in Gen 4 kann Finale auf Level 1. Okay, ja gut. Und es slams sogar auf Level 8 nochmal Finale. Okay, aber sonst kann es nur Tackle und Schutzschild. Ich glaub, ich würd das nicht überleben. Deswegen wechsle ich das jetzt ein gegen ein... Überlebt-Mune-Finale. Safe. Ich hab doch 10 Level mehr. Das ist ein Trainer-Kampf. Ich kann nicht flüchten. Tangela hat eine Weiterentwicklung. Die nennt sich Tangela Merkel. Ja. Oh nein, das macht K-Verbiss. Okay, aber alles gut. Komm, lass mich zuerst. Jawohl. Aber Stahl, Problem. Kann man bitte jemand meinen grandiosen Wortwitz appreciaten? Was soll denn das, Chat? Forst Helka, kannst du... Oh Gott, Forst Helka. Oh Gott, Forst Helka. Was? Du würdest mir sagen, ich wär überlevelt, aber du hast ein Mew Level 16. Du hast ein Sail auf Level 19. Ja, da ist das Mew deutlich besser. Was? Nein. Wie? Natürlich. Nein. Mew ist immer besser. Das ist nämlich ein Ditto-Klon. Ja, ja. Ich hab echt ein Problem. Ich hab echt schlechte Typen gegen dieses Pokémon hier. Aber ich sollte trotzdem gewinnen, oder? Aber es kann Finte. Ich hab Angst, hier war 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 Angst. Ah. Kriburg ist Geist-Unlicht. Also ich kann selber Geist machen. Kann ich? Kann ich? War das nicht in Gen 3 oder 4 ein super seltenes Pokémon? Ja, Kriburg ist immer ein super seltenes Pokémon. Das ist nie etwas, was du einfach so findest. Das ist immer mit einer Quest verbunden. Ich hab hier kurz, ich hab grad ein bisschen Angst hier. Ich mach mal Todeskuss. Aber Todeskuss wirkt vielleicht nicht. Okay, doch. Gut. Kriburg darf keine Finte machen. Mew schon Premium, fast keine Schwachstellen. Außer Unlicht, Käfer. Okay, Schlecker aber sehr schlecht. Oh, guck mal, ein wildes Kriburg. Das wär geil, wenn du das fangen dürftest. Ich glaub, joa. Erstmal. Unlicht, ja, aber Käfer sind doch auch alle schwach. Naja, aber wenn da ein Scherock mit einer krassen Klinge kommt, dann... Naja, Scherock ist ja eher Stahl. Und Käfer. Tjaaa. Was ist... So, jetzt bitte nicht Finale. Ich würd ja jetzt an seiner Stelle Finale machen. Aber ich mach Pulverschnee. Vostelka ist schneller. Nein, Schutzschild ist immer schneller. Aber diese Schutzschild-Mons, das ist so... Solche Angsthasen. Was machen die denn? Kriburg war das erste Pokémon, Pokémon, das bis zur Einführung von Fee keine Schwächen hatte. Ja. Und es ist immer noch nervig. Immer noch ein schwer zu besiegen, das Ding. Ich frag mich halt bei so Entscheidungen immer, machen die das mit Absicht oder passiert denen das aus Versehen? Was, dass sie ein... Dass es ein Pokémon ist, das dann keine Schwächen hat? Ja. Das ist Absicht. Hm. Ich mein, es kommt schon hier und da vor, dass sie natürlich Sachen falsch kalkulieren und dann müssen Sachen genervt werden. Das passiert hauptsächlich aber dann wegen BGC, weil die dann die Wettkämpfe und sowas... Auf einmal merken sie, Moment mal, warum nehmen alle dieses eine Pokémon? Und dann wird so ein bisschen genervt so, aber... Sowas wie Typen wurden... Also werden nie geändert. Also wenn Pokémon rauskommt mit einer Typen-Kombi, dann bleibt es so. Das ist so durchdacht von denen. Diese Encounter-Rate in Ergen ist einfach absurd. Gehst du auch brav? Ja! Ich mein, wir können uns irgendwann... Wir können uns irgendwann Schutz holen. Okay, ich bin jetzt vor der Höhle hier und ich bin schon wieder Missing-Norm. Ich sag's ja immer wieder, das ist dein komischer Emulator da. Ich glaub eher, dass es die ROM ist. Sind Fahrräder verboten? Ja. Hä? Wir waren noch nicht in der Stadt, wo es Fahrräder gibt. Äh, Bitterkuss, ist das eine gute Attacke? Äh, es ist... Also es macht keinen Schaden, es ist irgendwas. Irgendwas. Gib mir jemanden, drück drauf. Lest es. Einfach draufdrücken. Ah. Da steht's. Anwender küsst Gegner, der ob dieser Niedlichkeit verwirrt ist. Ah, das ist ja wie bei mir Realize! Ja, ich bin auch so verwirrt jedes Mal. Ähm, dann bist du bald da. Okay, warte, dann trainiere ich noch ein bisschen, bis du da bist. Hornbohrer! Ist geil. Mensch, stimmt, wir sind ja auch gerandomized, die Items. Ich hab gar nicht geguckt. Oh, es gibt hier Turtok einfach. Oh, es sieht richtig süß aus. Ich find Turtok in Gen 1 war eins der hässlichsten Pokémon. Die haben's irgendwie verkackt. Es sieht aus, als ob es einen geschwollenen Panzer hat. Oh, ein... Pingsbum. Driftzeppeli. Was zum Henker ist das? Ein Driftzeppeli. Ein Geistflugzeppelin. Sehr cooles Pokémon. Waren Pixies in Gen 1 nicht schon fehl? Nein. Erst in Gen 6. Erst 20 Jahre später oder so. Ach, die Items im Supermarkt sind auch randomized beim zweiten Verkäufer. Sicher? Schreib grad Grimson. Gucken wir. Ich mein, wir waren erst bei einem einzigen. Da müssen wir mal abchecken. Ach, das ist ein Trainer. Das heißt, wenn wir Pech haben... Ja, alle sind hier Trainer. Das heißt, wenn wir Pech haben, können wir nur im allerersten Center Pokébälle kaufen. Ne, die Pokébälle sind nicht randomized, aber da gibt's immer noch einen zweiten Händler. Ach so. Stimmt, hier gibt's zwei. Können wir... Ne, Driftzeppeli darfst du nicht fangen. Können wir's dann... Psst. Ist dein Ei immer noch nicht geschlüpft? Nö. Ah, ich weiß, warum dein Ei geschlüpft ist, Mann. Das ist so logisch. Du hast einen Magbrand. Magbrand hat Flammkörper. Flammkörper halbiert die Zahl der Schritte, die du brauchst. Ja, dass ich da erst jetzt draufkomme. Kennst du das nicht? Dieser neumodische Knarm. Neumodisch ist seit Gen 3 so. Seitdem es Fähigkeiten gibt, ist das so. Ja, ich sag ja, neumodischer Kram. Gen 3 ist neumodischer Kram. Hä? Das ist super gut. Hm. Das ist super gut. Flammkörper ist großartig. Äh... Ist hier... Dienstags oder Freitags jemand da? Stimmt, ne? Ich hab mich auch grad gefragt, was ist da? Ja, das sind die Leute, die immer nur zu bestimmten Tagen da sind. Badribi und Molung... Schauen wir mal an eine Angel. Badribi und Molung sind die einzigen, die sich nur weiblich entwickeln. Ja, und Leufeo ist eins, was sich nur in männlich entwickeln. Hast du die Angel hier geholt? Nein. Aber stimmt, wir können backtracken. Ich will nicht backtracken. Können wir bitte einfach... Ähm... Wenn wir fliegen haben, zurückgehen. Wir brauchen doch jetzt noch keine anderen Pokémon, oder? Ne, mein Team ist ja voll. Pokémon Trivia ist geil, finde ich auch. Aber irgendwie nur zu Gen 1 und Gen 2, da gibt's viel mehr Creepypastas. Direkt mal Lavandia-Soundtrack anmachen. Ich hab A gespammt an der Stelle, da war kein Item. Leufeo entwickelt sich auch weiblich, ja. Aber zu zwei verschiedenen Sachen. Ein männliches Leufeo sieht anders aus als ein weibliches Leufeo. Ich find ja das eine Pokémon geil, wo du den Nintendo DS oder die Switch falsch herum halten musst. Welches ist das? Ich weiß nicht. Irgendwie dieses... Oktopus-Dings. Zeug. Qualle. Welchen Typ hat das Ding? Das hat, äh... Qualle... Wasser. Ja. Nur, Qualle stimmt mehr als Wasser. Es ist ein Psycho... Es ist ein Psycho... Psycho-Unlicht-Pokémon und heißt, äh... Wer ist es nochmal? Ich weiß immer. Aber ja, das ist voll cool. Das geht heute immer noch. Du musst die Switch andersrum drehen. Iscala und... Wer ist es davor? Calamaneiro. Cala... Calamaneiro. Calamaneiro und Iscala. Ja, Calimero mit Sombrero. Calamaneiro. Aber ich hab das geliebt, Cali... Calimaneiro. Ich hab nicht eine Folge gesehen. Was? Aber du kennst es. Ja, ich kenn das Serien-Intro. Hm. Ich warte hier auf dich. Ja, fang doch schon mal an. Ich brauch hier noch den Trainer-Kampf. Ja, ich will das gleichzeitig machen. Warum kann man in der Höhle jetzt eigentlich plötzlich sehen bei dir? Was ist das eigentlich? Ja, ich weiß auch nicht. Okay, dann geh ich auch noch mal trainieren. Ich hatte schon gedacht, wir müssen uns in dieser Höhle jetzt zünden. Okay, Leo, ein Schritt nach links. Das wär geil. Das wär so gut. Hier, angel. Angel, angel, angel. Wollt ihr überhaupt angeln? Irgendwann müssen wir angeln, weil es gibt in Städten Wasser. Und dann können wir in der Stadt auch ein Pokémon fangen. Zum Beispiel in unserer Anfangsstadt. Hast du eigentlich die Pokémon-Mystery-Dungeon-Spiele gespielt? Ich habe nur das Remake gespielt für die Switch. Und es ist nicht meine Art von Spiel. Ich mag dieses Grinden nicht. Und die Fans sagen dann, das ist doch gar kein Gegrinde. Für mich ist das schon Gegrinde. Ich mag es einfach nicht, dass wenn du in den Dungeon reingehst und es nicht schaffst, dass du dann alles verlierst und es war sinnlos. Ich hasse dieses, ich hasse Fortschritt, der dann, wenn du es nicht schaffst, sinnlos ist. Ich hasse das. Und das ist typisch Dungeon-Crawler-mäßig. Ja, also ich fand es interessant, aber viel zu lang. Also es zieht sich ja irgendwann. Und vor allem, wenn du es durch hast, kannst du danach noch doppelt so lange weitermachen, um wirklich alles zu sehen. Ja, ja, das war... Also es ist schon interessant, aber es ist auch nicht mein Genre. Ich würde es wahrscheinlich viel mehr spielen und mich vielleicht ein bisschen mehr reinfuchsen, wenn man die auch verbinden könnte mit den Hauptspielen. Übrigens hast du gar keine schwarzen Punkte mehr bei dir. Doch. Ich sehe keine. Ah doch. Ja, ab und zu. Es sind wenig, also es sind wenig. Sind wir jetzt bereit? Ich muss noch ins Pokémon-Center. Okay, dann mache ich jetzt meinen ersten Encounter. Wir machen deine Pokémon wieder fit. Achtung! Ich habe noch 15 Bälle, ne? Hast du Poké-Bälle? Ja, 15 Stück. Ich habe keine benutzt. Aber es ist Zeit für ein Hard-Safe. Oh ja, mal wieder speichern wäre interessant. Wir haben lang nicht gespeichert. Let's go! Und es ist ein Schnäppke. Entwickelt sich. Ist das Eisstein? Hi, Thais. Thais, hallo. Which Emulator are you using? Ähm, der ist Mumie. Der ist Mumie. Der ist Mumie. Hello, Clusterfuck. Danke. Ähm. Thais ist bei Leo im Chat. Das sind die Präferenzen schon wieder ganz klar gesetzt. Hey. Ich habe es direkt gesehen. Schnäppke ist, glaube ich, Level aus Phenontor. Aber es wäre, wenn es weiblich wäre, was es nicht ist, wäre es, glaube ich, Eis... Lichtleuchtstein? Ah, egal. Das werde ich niemals fangen! Wie viele Bälle hast du? Okay, ich warte. Weil ich will keine... Du musst deins fangen. Wenn du deins nicht fängst, brauche ich keine Bälle einsetzen. Zwölf. Okay. Du bringst das jetzt aber runter irgendwie. Ich kann Tackle machen. Am besten in den gelben Bereich auf jeden Fall. Aber überlebst du das? Reggie, es wird... Mach lieber Ruckzuck. Das ist stärker, glaube ich. Aber ich bin... Ich habe doppeltes Level. Was ist die letzte Attacke? Ein Energiefokus. Damit machst du Volltreffer. Ich habe doppeltes Level. Ja, du wirst nicht gewiped. Aber es wird auf jeden Fall dich, glaube ich, mit vier Angriffen killen. Weil es kann wahrscheinlich schon Eis attacken und so. Ne, wir machen keine Glückswürfel. Ich mache Ruckzuck-Keep auf... Ich mache Ruckzuck-Keep auf deine Verantwortung. Leute, Leute, Leute. Glaubt ihr, es stirbt durch einen Ruckzuck-Keep? Doppeltes Level, aber es ist ein Leggy. Das hat krasse Stats. Wie wir keine Ahnung von den Attacken haben. Dann mach Tackle. Tackle macht weniger Schaden als Ruckzuck-Keep. Überlebt? Chat sagt Überlebt. Ein Mensch sagt Überlebt, okay. Sag nicht, Chat. Nein. Mit Nein können wir nichts anfangen, weil wir haben sehr viel gesagt. Nein. Ruckzuck-Keep macht nichts. Überlebt? Ja, ich sage auch so Überlebt. Das ist ein Leggy. Und es ist auch noch ein Tanky-Leggy. Das kann Explosion. Ich dachte, das war ein Glitch, weil so blüpp. Von wegen nur runde Sachen. Ey, du hast überlebt, aber du hast überlebt. Boah, ich dachte, du gehst drauf. Wieso kann das Explosion? Können Reggies nicht auch explodieren? Ja. Krass, warte, ich schau mir Reggies genauer an. Weil Reggies... Normalerweise, wenn du Reggies encounterst, sind die halt Level 40, 50. Und da können sie wahrscheinlich nicht mehr explodieren. Wir werden nie wieder ein Pokémon fangen. Ist dir das klar? Nee. Wir fangen in dieser Nasslock nie wieder ein Pokémon. Nee. Explosion auf Level 1, ja. Aber dann nie wieder. Das heißt, nur die Baby-Reggies können explodieren. Die anderen können... Und du... Ey, man encountert nie einen Baby-Reggie. Nie. Deswegen. Außer das Reggie-Gigas vielleicht in Platin auf Level 1. Ja gut, habe ich mir ein paar Bälle gespart. Aber war wieder schön, was Besonderes zu sehen, ne? Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel. Schlimmste Edition ever. Aber der wäre nie drin geblieben. Ich meine... Doch, natürlich. Die Chance war höher. Guck mal, das ist der zweite Encounter. Ich könnte so kotzen. Ja, kleiner... Keiner braucht einen Blinfer. Hi, Tice. Grüß dich. Tice ist der falsche Chat. Das erste war schon richtig. Level kann schon gut sein, dass es drin bleibt. Nein, Curvy. Level hat null Auswirkung auf Fangchance. Fangchance ist rein auf das Pokémon bezogen. Hat nichts mit Level zu tun. Ein Level 1 Mewtwo bleibt genauso wenig drin wie ein Level 100 Mewtwo. Das behauptest du. Das weiß ich, weil ich darüber Videos gemacht habe. Hier gibt es doch in dieser Höhle gibt es doch einen Abschnitt fürs Labras und ich glaube, das ist ein extra Abschnitt. Ich meine, wenn der Bereich selber einen Namen hat, wir können auf unserer Tabelle nachschauen. Wenn es einen Namen hat, klar. Der Bereich hat glaube... Also zumindest in dem Original hat er einen eigenen Namen. In Gen 3 gibt es ja auch sowas wie die Kaumalath-Höhle oder wie das heißt. Mal gucken, ein Kusilla. Küsschen, Küsschen, Küsschen. Wir können hier gucken. Wir sind hier ungefähr. Hier steht... Ich meine, dass das einen eigenen Namen hat. Also hier gibt es Union Cave, Route 33 und dann die Stadt. Gibt es sogar einen Shiloh und ich kriege einen scheiß Regice mit Explosion. Sag nicht scheiß Regice, das war geil. Do it for the clip. Was ist da oben? Die Encounter-Rate ist echt heftig, ja. Also das Regice hatte eine Catch-Rate von 0,3 Prozent, wenn er einfach einen Ball geworfen hätte. Das wäre sehr unwahrscheinlich gewesen. Er konnte nichts tun eigentlich. Naja, aber Wahrscheinlichkeiten sind ja bei Pokémon eher so. Entweder bleibt es im Ball oder nicht. Also 50-50. Warte, kann ich. Heute haust du die ganzen Klischees raus. Ja, ich muss dir auch mal... Das ist doch nicht dein scheiß Herz! Das ist ein geiles Mann. 0,3 Prozent. Ich mag nicht mehr! Ich will nicht mehr! Zeig den Leuten, was passiert. Nein, nein, drück jetzt einmal einen Ball. Schmeiß einen Ball und zeig den Leuten, was passiert, wenn man einfach einen Ball auf dem Legi schmeißt. Aber wenn jetzt mein Couchi kaputt geht... Ich wechsle erstmal zur Sale und schmeiß dann einen Ball. Pass auf, Deoxys kann Explosion. Nein, ich glaube nicht. Das wäre wenigstens nicht explodiert, ja. Aber es hat die gleiche Encounter-Rate wie ein Catch-Rate wie ein Regice. Ja, pass auf. Ich werfe jetzt einen Ball und es bleibt drin. Ich sag's dir. Können wir es dann behalten, Leute? Wenn das jetzt drin bleibt. Nope. Guck, fast drin geblieben. Fast. Das war aber auch... Das war auch jetzt Pech. Ah, was hast du für kranke Pokémon? Die du nicht fangen darfst. Es ist halt echt belastend. Hier lässt sich gut trainieren, aber wenn du gegen Deoxys die ganze Zeit kämpfst. Wir einfach einen Deoxys finden. Ich weiß gar nicht, wo es lang geht. Müssen wir runter oder müssen wir tatsächlich zu dem Feuerspucke hier? Ja, das ist ein optional. Guck, Einheitstunnel. Eigener Name, oder? Union Cave? Nee, heißt Einheitssonne. Beides. Das ist die Union Cave. Die heißt so. Da gibt's keinen eigenen Raum. Also laut unserer Liste auch nicht. Auch nicht später? Okay, vielleicht war das auch nur in Gen 2. Vielleicht meinst du auch eine andere Höhle einfach. Nee. Sind die Pokémon aus der Spielhalle random? Weiß ich nicht. Da Togepi nicht random war, glaube ich, dass die auch nicht gerandomisiert wurden. Ich hab halt... Aber gambeln! Ich hab Trade-Pokémon nicht random eingestellt und ich glaube, das ist die gleiche Rubrik. Gab's da oben eigentlich was? Ich kämpfe da gerade gegen was. Da oben ist ein Item. Soul Stink. Das ist so ein hässliches Pokémon. Haspior. Vor allem sein Ohr sieht nur so aus, weil es in sich reingestülpt ist. Es ist so hässlich. Also es gibt wenig hässliche Pokémon. Aber dafür entwickelt sich... Wie heißt dieses Biber-Pokémon? Dieses Biber-Viech? Du hast was gegen Bidiza. Ey, so ein dummes Pokémon. Leute, ihr habt's hier zuerst gehört. Lord Pappnasa hasst Bidiza. Das ist so scheiße. Den Gott der Pokémon-Welt. Den... Das Lieblings-Pokémon von allen. Nase, du bist hässlich. Du bist hässlich. So nämlich. Oh, Couchi. Er lernt Biss. Das bringen wir bei. Aber, aber, aber hier der Haspior wird zu einem sehr, sehr sexy Pokémon. Nee. Doch. Hä? Lopani ist... Besser als Gardevoir. Du meinst Gardevoir. Okay, hier liegen nur Items in der Höhle. Cepa. Cepa. Das ist mein Liebling. Schau, kannst du das tolle Emote von Samuel sehen? So nämlich. Nee. Nee? Nö. Traurig. Ich seh's, Samuel. Ich seh's. Ich hab keine Twitch-Emote-Erweiterungen. Skorgo ist so ein geiles Tier. Das sieht cool aus, ja. Lopani ist harter Fairy Bait. Ja. Und? Aber Fairy Bait, den auch nicht Fairies enjoyen können. Oh mein Gott, ich muss aufpassen. Oh mein Gott. Ein Milo-Tick. Aber das ist weg. Soll ich auch irgendwas trainieren, was ich entwickeln kann? Wann entwickelt sich Cepa? 31 oder sowas. Kosmik-Kraft. Ist das nicht die... Deoxys-Attacke? Nee, nicht die, aber eine. Von Dialga? Pialka? Pialka? Palkir. Habe ich wieder was Falsches gesagt? Palkir. Aber Dialga, Pialka macht eigentlich auch phonetisch Sinn. Ein Panzer-Fossil. Was? Darf der das jetzt zu einem Pokémon machen? Was mache ich dann? Das darf der nicht. Das ist illegal. Oh, du hast dann halt keins. Schade. Du musst warten, bis ich auch ein Fossil gefunden habe. Sind die randomized? Stimmt nicht. Gut, aber du hast ja ein Fossil im Chat. Der Tice ist doch da. Der ist schon richtig... Der ist zu dir jetzt rüber wieder. Das ist dein Fossil. Haben heute wieder einen Clown gefrühstückt. Ich hatte auch schon eins gefunden. Hey, wie ist da die Regel? Wie wollen wir die Regel? Aber ich glaube, die sind nicht gerandomized. Das ist langweilig. Ich habe sogar den... Ich habe heute im Rewe Schokowaffeln gesehen. Die habe ich mitgenommen. Die muss ich nachher probieren. Schokowaffeln. Ja. Ich habe Eistee gekauft. Ich muss auf die Toilette. Ich mag keinen Eistee. Ich habe noch nie Eistee getrunken. Wie kannst du sagen dann, dass du es nicht magst? Das ist ein Paradox. Magst du zum Mars fliegen? Wenn es schneller gehen würde als ein Monat, dann... Na nee, jetzt nicht rausreden. Du weißt, auf was es hinaus will. Überlebe ich das, Leute? Soll ich eine Wasserattacke machen? Ich habe Angst. Okay, ich habe Angst. Ich gehe kurz raus wieder. Oh, Aquana. Heißt, äh, der Teiss sagt, du bist Blödnase. Ich mag keinen Eistee. Ich habe noch nie Eistee getrunken. Ja, gell? Merkst du was an diesem Satz? Es ist... Ich finde das völlig nachvollziehbar. Du kannst mal keinen Eistee mögen. Es ist so... Ich rede ja nicht davon, dass du Tee... Ich mag Tee zum Beispiel nicht. Da ist ja überhaupt keine Kohlensäure drin. Es gibt inzwischen Eistee mit Kohlensäure. Und es ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. Aber wenn du das möchtest, dann ist es genau für dich gemacht. Ich habe mich gerade an meinem Eistee verschluckt, gell? Was? Er mag keinen Bidisa, er mag keinen Eistee. Was magst du? Du hast fragen müssen, was willst du dann? Was willst du dann? Ma, oh, am. Ich habe mich jetzt drauf reingefallen. Das habe ich nicht kaum gesehen. Oh, hier gibt es Voltilam. Nein, Ampharos ist dir nicht mehr gestattet. Nachdem du... ...es besiegen hast lassen von Rachenwut. Hallo, Gothic, sag selbst ich, dass es kein Trash-Game ist. Ich meine, das Neue, das wird ein Trash-Game. Aber die Alten sind kein Trash-Game. Wir haben den Trailer angeguckt und waren positiv überrascht. Schau mal, Milotick gegen Milotick. Ich habe Angst. Äh, äh, uh. Alter, Couchy haut ordentlich rein schon. Also, wenn du jetzt dein Couchy trainierst, dann müssen wir ja... ...dann müssen wir ja Togepi rausschmeißen. Ne, ich trainiere gerade alle Pokémon. Ja, ich habe... Ich trainiere gerade meinen Milotick. Weil das einfach eine Bombe ist. Aber wenn ich Angst habe, dann nehme ich halt die anderen. Gerade habe ich Angst. Schau, mein Mew one-hitted nicht mehr. Aber das ist natürlich belastend. Das ist gefährlich. What the fuck ist denn dein Milotick? Ja, ich würde auch sagen Milotick. Da ist kein Ei. Also, es gibt Milotick und Milotick. Ich mag Milotick lieber, aber ich vergesse immer Milotick zu sagen. Aber es ist doch ein langes O wie bei Pokémon. Milotick. 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 Also, im Amerikanischen sagen sie Milotick. Oh, das Eischlipf. Denk an den Spitznamen. Denk an den Spitznamen. Denk an den Spitznamen. Da sieht man mal, wie viel länger das jetzt gedauert hat. Meins ist jetzt nämlich auf Level 1. Und deins ist schon... Level 11, glaube ich. Was ist der Name? Wer, 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 wo bist du? Äh, Fetzi. Habe ich es, glaube ich, genannt. Fetzi. Mit Z oder mit scharfem S? Äh, mit Z. Mit IE oder mit Y? Ich gucke nach. Mit so? Fetzi, schreib mal. Wenn du nicht mehr da bist, shame. Du bist gerade zweimal geschlüpft. Ja, Level 10 ist es schon. Level 10. Level 10. Wertzi. Ob Inextremo wohl im Remake drin ist? Ich glaube nicht. Vielleicht haben sie Heilung reingepackt. Da steht einfach so ein Heilung-Konzert. Ich glaube, also Inextremo würde, glaube ich, nur auftreten, wenn sie es aus Nostalgiegründen machen würden. Ansonsten, glaube ich, sind die mittlerweile zu teuer. So meine Vermutung. Zu teuer. Und ich glaube auch, dass sie, selbst wenn sie das Geld hätten, würden die einfach Nein sagen. Weiß ich nicht. Die waren letztens bei den Rocket Beans zu Gast. Achso, okay, dann nehme ich es zurück. Ich habe gedacht, so damals kannte man noch nicht. Und dann ist es halt so eine Hey, lass mal in dem Spiel sein. Ich glaube, die hätten da schon Bock drauf. Aber es kommt halt drauf an. Wenn sie Bock drauf haben, dann können sie es ja umsonst machen. Also ich mag die eh nicht. Ich mag nur das eine Lied, Mr. Mendelsohn. Warum streame ich eigentlich mit dir? Aber du sagst Pokémon. Aber der, ähm, es gibt so viele coolere Bands, die sie nehmen könnten inzwischen. Wenn sie Geld ausgeben wollen dafür. War eine große. Ich habe N-Extremo nur deswegen kennengelernt. Und dann in meiner Klasse ein paar Leute N-Extremo gehört. Aber ich habe das erste Mal von N-Extremo gehört. Wegen Gothic. Ich auch. Das war mein Einstieg in die Mittelalter-Bandwelt. Ja, das ist das einzige Lied, was ich mag in der ganzen Mittelalter-Welt. Hoppspross. Hoppspross hab ich zum Beispiel immer. Hoppspross. Anton, 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 Anton. Enddorn. Enddorn. Eine Nana-Bäre. Ach, Ende Extreme hat es sogar geteilt, als es jemand vorgeschlagen hat. Okay. Ja, dann sollen sie mal die paar den Fuffi ausgeben, damit die da in dem Spiel kurz drin sind. Bitte auch das gleiche Lied aber. Es kann doch einfach sein, dass es nicht mehr zu der Stimmung passt mit der neuen Aufmache und dann auf einmal kommst du da rein und dann spielt der Extreme. Vielleicht ist das einfach cringe dann mit dem neuen Look und so. Das habe ich halt auch überlegt. Es muss halt reinpassen. Ich fand damals schon, es war ein geiler Effekt für die damalige Zeit. Ja, aber es wurde lauter und leiser, wenn du hingehst und so. Ja, aber so richtig gepasst hat das Lied nicht. Für die Atmosphäre. Wenn man es mal aus heutiger Zeit betrachtet. Es war zu rockig. Wie? Deswegen sage ich, wenn da so Heilung steht, aber Heilung macht auch keine Ahnung. Aber wie war das eigentlich dann, wenn du es nicht auf Englisch spielst? Also wenn du es nicht auf Deutsch spielst, haben die dann auch Deutsch gesungen? Das Lied einfach, ja, oder? In der englischen Fassung ist es, glaube ich, nicht drin. Da steht da niemand? Äh, da gibt es einfach kein Event. In der Good Old Games Version und in der Steam Edition in der deutschen Version ist mittlerweile auch nicht mehr drin, wegen Lizenzrechten. Du kriegst das nur noch mit der CD-Version. Uh, hab ich die eigentlich noch? Ja, es gibt eine Mod, dass du es rein skripten kannst, aber die ist ein bisschen umständlich. Aber ich finde es zu, also für die Atmosphäre, es war damals halt geil, weil man es so noch nicht kannte, aber ich finde, es passt nicht so ganz zu uns Atmosphäre. Ich fand, es war eigentlich nicht so ein rockiges Lied, es war relativ chillig für mich. Was ist das für eine gottlose Zeit hier? Ich habe es angekündigt, dass ich Oktober testen werde, wochenends schon um 15 Uhr zu streamen. Das habe ich hundertmal gesagt. Hört mir jemand zu, Leo. Hört keiner zu. Mir auch nicht. Das ist ganz normal. Ach, Herr Manelig heißt der, nicht Mandelssohn. Ich weiß, ich sage immer Mandelssohn, weil das war irgendwie, ich glaube, in Physik habe ich eine Arbeit über Mandelssohn geschrieben. Mandelssohn. Wir sind bald durch den Tunnel durch, Leute. Wir haben es gleich. Er ist immerhin nicht der Fels-Tunnel. Schau mal, wie weit ich gekommen bin, wenn ich nicht renne. Ich weiß nicht mal, warum ich hier bin. Ich beachte Nase eigentlich gar nicht. Ey! Endlich mal jemand da, wegen dem Gameplay. Immer diese Gemeinheiten hier. Keine Sorge, mir hört auch keiner zu, sonst hättet ihr gewusst, dass Regice explodieren kann. Ich habe es gesehen, aber was hättest du machen sollen? Was hätten wir gegen Explosion machen sollen? Mal kurz einen Morlord fangen, das Nassmacher hat. Wie heißt das? Attacke halt. Ist Mundtier nicht gefährlich? Mundtier war in Smaragd ziemlich heftig, aber auch nur wegen... Raserei. Der eine Attacke, die mir nicht einfällt. Wutanfall? Kann das Wutanfall? Seegesang? Das macht Seegesang. Das macht Seegesang. Das ist ein Drache. Mendelssohn Bartoli war, glaube ich, ein Komponist, aber es gab auch, glaube ich, einen Mendelssohn, der Fraktale erforscht hat. Also Chaos-Theorie und darüber habe ich meine Facharbeit geschrieben. Ich glaube, der hieß Mendelssohn. So ein Sohn. Oh, guck mal, ein Gardeveur. Wo steht da ein Ö? Das ist französisch. Das O-I ist französisch und wird Ö ausgesprochen. Nein. Natürlich. Wo? Wo? Nee, ich habe schon mal französisch gesungen. Ich kenne mich da aus. Sag mir ein anderes französisches Wort mit O-I. Friseur. Nee, 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 nicht Friseur. Au revoir. Au revoir. Ja, au revoir. Gardevoir. Aus dem, dann fällt mir noch ein Gewissen. Voila. Was, voila? Au revoir? Nein, du sagst nicht au revoir. Doch, natürlich sagt man au revoir. Noah. Gardevoir. Ja, eben, Leute. Dankeschön. Grosseur. Aber, was ich gelernt habe, es gibt in Gen 6... Ein Connoisseur. Ein Connoisseur. 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 Was halten wir von Connoisseur? Leute, Chat, Connoisseur. Was ist das? Eindeutig. Connoisseur, go de ver. Connoisseur. Nein, Connoisseur heißt das. Was ist das? Schau, ja, Antwort. Ähm, was ist das? Wir wissen nicht, was das ist. Connoisseur wird mit EU geschrieben. Aha, dankeschön. Ihr könntet auch ruhig mal auf meiner Seite sein. Äh, was ich gelernt habe, auch vor kurzem, ein komplettes Wort, was ich nicht wusste, das existiert. Äh, es gibt ein Pokémon, das heißt Quaffaff. Und das kommt von Quaffeur. Ja, Quaff... Da kennt man doch das Wort. Und ich wusste nicht, dass das... Ich wusste nicht, was ein Quaffeur ist. Wann benutze ich jemals... Oh, ich gehe heute zum Quaffeur. Noch nie wusste ich, dass dieses Wort existiert. Und ich dachte mal... Ich dachte vor allem, als ich... Wenn ich das Wort Quaffeur gelesen habe, dachte ich, das ist Chauffeur. Ja, ich gehe ständig zum Quaffeur. Das ist also... In höheren Kreisen... Ich vielleicht sage es auch falsch. Aber das ist... Das, was so wie Chauffeur aussieht, nur mit O-I. Nie gehört? Wie heißt es, Leute? Wie heißt es? Quaff... Quafferett. Quaffeur. Quafferett. Halt so... Friseur. Friseur nur der Ort. Weißt du denn, was ein Panoptikum ist? Entwickelt sich auf Level 23. Oh Gott. Ah, es ist eingefroren. Gott sei Dank. Warum ist das so schwer? Da bin ich so müde. Weißt du denn, weißt du, was der Chat, was ein Panoptikum ist? Aber weißt du, was ein Vademekum ist? Nein. Level 74? Ein Vademekum ist ein kleines Büchlein, wo du reinschreibst. Okay. Warum heißt das so? Weiß doch ich nicht. Wir haben uns angewöhnt, alle alles in Vademekum zu schreiben, was wir nicht wissen. Panoptikum ist ein richtig schönes Wort. Kennen aber nur die Älteren unter uns. Was ist jetzt ein Panek... Panek... Was ist das? Panoptikum ist quasi ein Museum mit berühmten Wachsfiguren. Also Madame Tusson. Oh, Entschuldigung. Tussö. Also ich bin schon in der nächsten Stadt. Ich weiß nicht, wo du rumgabst. Ich sitze vor einem Grönk. Das stängt ohne Ende. Wie weit bin ich? Ich weiß gar nicht, wo lang. Links ist glaube ich nichts. Das sind echt viele Encounter. Wer weiß, was ein Pyroka ist. Was ist das? Das ist der oberste Feuermagel in Gotham 2. So, ich fange hier mal was auf der Route. Süß. Süß. Er hat mich verschluckt vor Ich weiß nicht, wann sich's entwickelt, aber das ist süß. Jetzt hast du auch ein Eis-Pokémon. Du solltest einen Eistee trinken. Pass auf, das ist rund. Du weißt, was das bedeutet. Das rund ist kein Finale. Oh, Hypnose, treff doch mal. Matt, ist das die Route hier? Bist du hier rein? Ja. Warte, ich überprüfe. Ja, das ist bestimmt nicht die Einheitstunnel-Route. Aber vielleicht ist es, ja, 33. Gibt's nicht welche, die nämlich das gleiche sind und dadurch, aber hier steht auch 3. die Scheiß-Hypnose trifft nicht. Ich könnte kotzen. Dankeschön. Dann nehme ich meinen Todeskuss. Todeskuss trifft zu 5% mehr als deine Hypnose. Okay, was kriege ich? Nichts. Ich kriege einen Kampf. Oh, er hat einen super Ball. Ich weiß nicht, ob das eine Verschwendung war. Ich habe eine Höhle gefunden. Mir egal. Endlich, endlich mal ein Pokémon. Ja, wollen wir das mal gegen Toripi eintauschen? Ich tausche es auch gern gegen Snobili-Cut ein. Mein SEPA würde ich ungern eintauschen. Jetzt musst du erst mal was fangen. Jetzt muss ich erst mal diesen Kampf hier schaffen. So, wer möchte denn Mob sein? Wer mag denn Möpse im Chat? Alle mal Hand hoch. Wer will Mobs und ich weiß noch nicht, was ich bin. Ich? Kara. Hatten wir dich nicht schon Kara? Das hast du Mel genannt. Aber wir haben heute noch nichts gefangen. Es kann nicht sein, dass wir Kara schon haben. Das stimmt allerdings. Ihr müsst da schnell sein. Kara war zuerst. Warum darf ich nicht fliehen? Was hat Vulcano noch eine Fähigkeit, dass ich nicht fliehen darf? Du kämpfst gegen den Trainer. Nein, ich mein Pokémon. Ich habe meinen Pokémon gewechselt. Ach, er hat Brüller gemacht und mich wieder eingewechselt. Ah, nee. Ich habe Angst, dass der Glut kann. Er kann Save-Glut. Er schläft jetzt. Okay, wir haben jetzt ein Karamell. ausgesetzt, du fängst was Gutes. Ich habe 15 Bände. Oh, guck mal, da wäre auch ein Pi. Das klein und rund kann das Finale. Wir haben beide gleichzeitig Togepi gefangen, ja. Ist das nicht noch die gleiche Route wie vor dem Tunnel? Das habe ich eben auch kurz gedacht, aber auf unserer Tabelle ist 33, nee, vor der Höhle ist es 32 und das ist 33. Es kommen auf jeden Fall andere Pokémon, aber es ist ein guter Hinweis. Ja, das meinte ich, weil es gibt so Dinger, die so außen rum führen. Aber nee, wir haben hier eine Tabelle offen, wo nacheinander aufgezählt ist, was wir fangen können oder wo wir fangen dürfen, deswegen hier dürfen wir. Oh, ein Gengar. Ja, das wäre es mal gewesen. Ich bleibe immer noch dabei, der geilste Gengar Sprite war ein Gen 1. Entschuldigung, also. Die Gen 1, die wir gespielt haben, war es gegen Gengar Sprite von Grün, Japan only, da ist es einfach so ein Ding mit Fell und sieht so hässlich aus. Jetzt kommt er mit den Fakten hier. Aber, 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 ich muss doch ein bisschen mein Wissen auspacken manchmal, aber Alpollo finde ich krasser. Alpollo sieht in Gen 1 viel böser aus. Da finde ich den Gen 2 Sprite von Gengar cooler. Äh, Hydrupi, Hydrupi. Bummels, nicht Bummels. Hallo Mariko. Die Levelkurve von den gegnerischen wilden Pokémon sind halt echt scheiße in der Generation. Ich glaube, auf den Brunnen müssen wir aufpassen, weil da sind ein paar harte Rockets drin. Ich weiß auch, dass ich da als Kind zumindest oft gestorben bin und trainieren musste, um da durchzukommen. Ach, wie schwer kann das schon werden? Du hast ein Mew dabei. Ich sage immer noch, dass dein Magband krasser ist als mein Mew. Nee. So, darf ich jetzt was fangen, Mr. Wanderer? Nein, ich melde dich in der Telefonnummer. Geh weg. Wie ich mir einfach von jedem die Nummer geben lasse. Du wirst später angerufen und wirst so genervt sein. So. Oh, Musik. Musik. Oh shit. Oh nein, das wirst du niemals fangen. 15 Bälle. Ich habe Todeskuss. Das Ding schläft ein. Beziehungsweise, ich mache Pulverschnee und dann, und dann, dann friert es ein. Dann hast du ja Mew und Mewtwo. Dann brauchst du noch Mewthree. Ich habe aber trotzdem so Angst, dass ich sterbe. Aber das, warte, ich gucke kurz, was Mewtwo kann an der Attacken. Ich will das jetzt richtig machen. Ich kann nicht wieder. Ich habe 15 Bälle. Und ich muss so auf die Toilette. geht der einfach jetzt schon in den Tunnel rein, ohne mich. Ja, du bist halt ein bisschen langsam. Dieses Ding kann Raussetzer, Konfusion und Barriere. Mehr sollte es nicht können. Also nur Konfusion. Das tut mir ja nichts. Todeskuss. Okay. Es kann finale Explosionen und Teleport. Und Drachenwut. Ja, guck mal, da ist es. Da ist dieses hässliche Pokémon. Oh, ist das süß. Es ist so scheiße. Es ist so scheiße. Schau dir den Poketoon davon an, der ist so süß. So, Leute, der überlebt einen Pulverschnee, oder? Der überlebt... Okay, ich brauche eure Hilfe jetzt. Soll ich Schlecker machen oder soll ich Pulverschnee machen? Im Moment schläft es. Aber das überlebt auch... Ich kann auch Pfund machen, dann mache ich keine Attacke, die Stab hat. Welche Attacke überlebt dieses Mewtwo? Das überlebt doch, oder? Ich muss jetzt nicht einwechseln. Ich kann auch einwechseln auf was anderes, aber dann schläft es vielleicht nicht mehr. Was heißt Soul Link? Soul Link heißt nicht gegeneinander, sondern miteinander. Die Pokémon, die du zwischen uns siehst, sind miteinander verbunden. Ach, Pfund, du bist Level 17. Ja, es ist ein Mewtwo. Hat er sich schon wieder umgebracht, das Stranche-Eis? Ja, es ist effektiv gegen Psycho. Ja, deswegen mache ich keinen Schlecker. Ich mache Pfund. Ja. Ich weiß, ich bin 17. Mach keinen Schlecker, mach lieber Rossmann oder Lidl. Okay, Pfund ist okay. Hier unten gibt es wilde Pokémon. Ja, das zählt auch. Das zählt auch, das steht hier. Ist es dein erstes? Ja. Glaube, ja. Slowpoke, well, ja. Zählt. Das heißt, wenn ich jetzt das Mewtwo nicht fange, hast du immer noch das hier. Ich fange es, keine Angst. Ich level das jetzt, ich kriege das runter in den roten Bereich jetzt. Pass auf. Ich wollte gerade sagen, weil Schlecker ist, also junge Zuschauer wissen noch nicht mal, was du meinst mit Schlecker wahrscheinlich. Haben wir denn überhaupt junge Zuschauer? So. Soll ich nochmal Pfund machen, um die beste Chance zu haben, oder haben wir Angst vor einem Volltreffer? Habnas, sag du doch auch mal. Mir egal, ich habe einen See umgefangen. Das stimmt, das kann dir jetzt egal sein. Rein da. Ich soll Pfund machen. Okay, machen wir es anders. Ich mache jetzt Todeskuss und werfe Bälle. Und wenn es bei den letzten fünf nicht drin bleibt, mache ich nochmal einen Pfund. Was? Plus wurde zu netto? Echt? Ich dachte, Plus hat einfach irgendwann aufgehört zu existieren. Ach, Pfund geht gar nicht. Du hast vollkommen recht. Die Entscheidung hat uns weggenommen. Okay, wer möchte denn ein Seejung sein? Ich suche raus. Nennen wir es netto. Forma. Okay. Okay, Leute, es geht los. Wir machen den Premierball, weil das wäre extra geil. 0,3% Chance, beziehungsweise zwischen ist es wahrscheinlich 0,6% Chance, beziehungsweise 1,2. Es sollte ungefähr 1,2 oder 1% Chance sein, dass es drin bleibt. Dann bin ich hier wappnet. Hier gibt es auch Absol, eins meiner absoluten Lieblings-Pokémon Gen 3. Ja, Absol ist schön. Mega Absol, auch sehr schön. Davon gibt es eine Mega-Entwicklung. Ja, es hat Flügel. Sieht aus wie ein Engel. Oh mein Gott, es ist alte Macht. Es bekommt einfach mehr Flügel. Wie lang geht, Aussetzer? Zwei Runden? Eine blaue Flöte. Dankeschön. Wie wird dieses Mewtwo dann heißen, wenn es gleich drin bleibt? Karamell. Karamell, bist du darauf vorbereitet? Dass du Mewtwo bist. Diese Ehre. Also, C-Mobs ist schon cooler als Mewtwo. Aber es will. Es will. Man merkt, es will. Ich mochte das aber in Gen 1 irgendwie lieber, dass, wenn es beim ersten Mal rausging und du dann weiteren Pokéball wirfst und dann es über das erste Wackeln hinausgeht, dass du dann schon sicher warst, dass es drin bleibt. Ist das so? Das mochte ich in Gen 1 lieber. Das war bestimmt ein Bug, aber ist das so? Das hast du die Sicherheit. Das war so in Gen 1. Wollt ihr einen schönen Funfact? Man kann Gen 1 nicht durchspielen ohne Bugs. Also es gibt jemanden, der hat probiert, es durchzuspielen, ohne jemals einen Bug zu encountern. Und es geht allein schon deswegen nicht, weil ein Volltreffer ist ein Bug. Weil Volltreffer, wie sie kalkuliert sind, sind falsch kalkuliert. Das ist ein Bug. Aber das Lustige ist, selbst wenn du es schaffst und das krasseste Glück hast, allen Volltreffern auszuweichen, nichts Volltreffer-mäßiges zu machen und alle Bugs übersiehst und so weiter, selbst dann schaffst du es nicht, ohne Bugs durchzuspielen, weil der erste Schrei am Anfang von Nidorino ist ein Nidorina oder sein Bug. Am Anfang, als der Professor euch ein Pokémon rausschmeißt und sagt, das hier sind Pokémon und das ist der falsche Schrei. Ja, das hebt auch nur mit Gut Willem zusammen die ersten beiden Editionen. Mein letzter Todeskuss. Dein Todeskuss darfst du nicht mehr blockiert sein. Ja, aber ich trau mich nicht. Ich mein, gleich kann ich jetzt nicht mehr einschläfern und dann sollte ich es auf jeden Fall machen. So viel besser ist die Chance nicht, wenn wir es jetzt rot machen. Ich weiß, beziehungsweise ich weiß tatsächlich, dass roter Bereich und gelber Bereich sich nicht unterscheiden in Gen 4. Somit ist es jetzt schon die beste Wahrscheinlichkeit, dieses Mewtwo drin zu kriegen. Er hat einen Deathboost. Okay, dann, aber ich sollte jetzt, solange ich Schlaf habe, wie gesagt, ich bin mir sehr sicher, dass gelb und rot keinen Unterschied macht bei der Catchrate. Ich hab noch 10, alles gut. Wir machen gleich Pfund. Dann sind wir bei, weil ich glaub, ich überprüfe es schnell, okay? Ich überprüfe schnell, ob die, ob es einen Unterschied macht. Oh, der Rocket hat einen Retter an. Von wegen Randomizer. Er schläft so schön lange. Mewtwo im Schlaf. 1,6 Wahrscheinlichkeit im gelben Bereich und im roten ändert sich nix. sobald, sobald gelb betreten wird, ist die Catchrate bei 1,6. Beziehungsweise, wenn es nicht mehr schläft, 0,8. Ah, genau, wie ich mich erinnert habe. Das heißt, es macht keinen Unterschied, wenn es aufwacht. Noch mal Pech. Hallo, Draroth. Es läuft gut, ich habe ein Mewtwo gefunden und natürlich bleibt es nicht drin. Jetzt sind wir bei 0,8% Chance. Ich habe noch viel. Das ist höher als beim Lotto-Gewinn und im Lotto-Gewinn auch immer einer. Ich habe noch sieben Bälle. Ist Level 21 nicht krass überlevelt? Ja, das sage ich auch, aber die Nase hat Angst. Was ist daran krass überlevelt? Naja, du bist mehr als doppelt so stark. Ja, das schon, aber ich habe jetzt ja, also wir haben ja nicht gegrindet wirklich, also so. Minimal, aber ja. Ich meine, dein Mew ist auch nicht viel schwächer. Ich glaube, ich bin Level 17. Alles gut, jemand hat sich beschwert. Das ist immer noch das Mute von vor 5 Minuten. Hallo, wir müssen eins. Gibt es die Regel, dass die Pokémon bestimmte Level haben müssen, maximal Arena-Leiter? Ja, die Regel gibt es unter anderem, aber die gefällt mir nicht so, weil dann müsstest du dich, dann müsstest du immer nachgucken, dann würdest du dich spoilern. Für mich ist ja das Ungewisse hier gerade spannend. Wir wissen ja nicht, was für Arena-Leiter kommen. Ich habe keine Ahnung, welche Level die haben. Ja, ich habe nicht. Du weißt, dass das Mil-Tank krass war, aber das ist ja randomized. Ich weiß, dass wir komplett überlevelt sind. Aber wir haben diese Extra-Regeln nicht, die es schwerer machen. Wir wollen es schaffen. Und bei unseren Noob-Kenntnissen wird es schwer genug. Es wird nix. Shaman! Nett. Auch ein cooles Pokémon. Ja. Außer, du gibst ihm die Blume, dann ist es unfassbar hässlich. Ja, genauso wie das Bidisa ist. Nein, Bidisa ist süß. Und unschuldig. Das ist furchtbar hässlich. Eins, zwei, drei. Oh, komm schon. So close. Ich meine, es wird auch zu einfach, wenn ich Mewtwo fange. Aber es wäre schon cool. Letzter Ball. Kara, Karamell, es tut mir leid. Ich glaube, du bist nicht in unserem Team. Sad. Was musst du auch auf dem Mewtwo treffen, ey? Krass. 15 Bälle, aber es war auch 0,8%. Du musst dein Karamell leider wegschmeißen. Irgendwie muss ich alle meine Pokémon, die ich fange, wegschmeißen. Und irgendwie werde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht im unten im im Brunnen was fangen. Und dann musst du auch deinen Seejung wegschmeißen. Ich habe mich nicht genug angestrengt. Ey, bessere Chance geht nicht. Hi, Pirti. Und jetzt muss ich krass auf die Toilette. Ich bin gleich wieder da. Sei nett. Dann hole ich mir aber auch kurz was zu trinken. Okay, dann kann ich ja sogar in den Pausenscreen gehen. Ja, eigentlich können wir kurz einen Pausenscreen. Wir müssen einfach gewinnen, damit die Leute, die in uns beliebt haben, einfach die Minderheit jetzt so richtig Storms machen. Kannst du mal einen deutschen Satz sagen? Ist ja unfassbar. Kennt ihr dieses Gerät, womit man richtig viel trainieren kann? Das ist so ein Stab, der so hin und her wippen kann. Aber das ist so ein Stab und damit stehst du die ganze Zeit so da und machst den hier. Können zum Beispiel die krasse Black Death Metal Band von Art Crusader hören. Okay. Das war buchstäblich. Die ersten Sekunden von einem Lied. Und von einem Lied. Okay. 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 Jetzt mach ich kurz ernst. First try. We're back. We're back. Scheiße. Dein Bruder ruft danach gebürstet zu werden. Die Wommi. Ich wünsche dir viel Spaß beim Bürsten deines Bruders. What? Mein Hund. Warum habe ich Bruder gelesen? What the fuck? Finale. Ey, das ist das Beste, was wir machen können. Das Beste, was wir machen können. Nice. Komm, Krippok. Ah ne, ist normal. Es ist normal. Ja. Help me, Bro. I'm stuck. Sack steckt fest. Kriegt er mich eigentlich, wenn ich jetzt sage? Wieso gibt es verschiedene Stufen von Wackeln? Das ist eine komplizierte Rechnung. Also wirklich. Aber im Grunde ist es so ausgerechnet. Also im Grunde sagt es Wackeln, wie nah du dran warst, dass es tatsächlich drin bleibt. Also es ist wirklich mathematisch, wenn er dreimal wackelt und es bricht trotzdem aus, hattest du extremes Pech. Die Wahrscheinlichkeit war sehr hoch, dass es drin bleibt dann. Also es zeigt dir wirklich, wie nah dran du warst. Das haben die programmiert. Jedes Mal, wenn du einen Ball schmeißt, wird eine gewisse Zahl bestimmt. Und wenn die Zahl einer Zahl übereinstimmt, dann bleibt es drin. Wahrscheinlich irgendwie ein Algorithmus rechnet aus, wie nah du dran warst. Für den nächsten Wurf hat es keine Auswirkungen? Nö, natürlich nicht. Jedes Mal, als ich gerade einen Ball geworfen habe, als es geschlafen hat, war die Chance 1,6% dass es drin bleibt. Als es nicht mehr geschlafen hat, nur 0,8%. Und jetzt brauche ich neue Bälle. Hallo? Ah! So, Achtung. Jetzt. Habe ich jetzt Random Items? Ich habe... Achso, der andere. Ich habe mich nahrungsversorgt. Gefüllte Eierwaffeln mit Kakaohaltiger Fettglossur mit Haselnussgeschmack. Jetzt geht's rein da. Ich habe hier Blütenbrief, Heilball und Netzball. Ist das gerandomized? Ich gebe so viel Geld aus für diese Poké-Bälle hier die ganze Zeit. Ich kaufe jetzt alle Bälle. Ich will endlich was fangen. Es gibt doch den absoluten Lackball. Was ist das? Ich habe ein Gardevoir. Was ist das? Guck mal! Achso, das Rosana ist einfach nur invertiert. Da schwebt ein Geist und ich dachte, was für eine Story ist das denn? Ein Geist! Meine Güte, ey. Gamefreak sollte mal ihre Spiele besser programmieren. Alter, das schmeckt. Muss ich? Kann ich jetzt schon? Ich muss zuerst zu Kurt, oder? Mhm. Der absolute Lackball, der beim allerersten Mal drinbleibt, der existiert glaube ich seit Gen 5 oder 6. Ich glaube Gen 5. Und das ist ein Crit Ball heutzutage genannt. Und das heißt einfach, dass er zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit drinbleibt. Heißt nicht, dass es safe drinbleibt, aber das ist, wenn du fängst, dann wackelt er einmal und dann bleibt sehr sicher drin. Aber selbst da können sie ausbrechen. Sandwich-Katze, danke für den Follow. Dankeschön. Das ist aber noch ein Volltreffer beim Fangen. Okay. Kann ich jetzt hier rein? Ja. Dann schauen wir mal, was ich da unten fangen darf. Werden wir heute ein Pokémon fangen? Kennt jemand von euch diesen mysteriösen Meisterball? Er ist krass. Fleckmann, nein. Könner Carlo, Dankeschön für die 16. ist hier schon was? Hier sollte schon was sein. Und ich bekomme ein Kampf. Ich habe in den Supermarkt geschaut beim zweiten Verkäufer und es war Schrott. Aber der Nase muss noch gucken. Vielleicht kannst du Meisterwelle kaufen. Würde ich kaufen. Kann ich dir denn dann per Linkkabel schicken? Nein. Ich habe einen Heilball und einen Netzball. Das hätte ich auch. Schau, das ist nicht gerandomized. Ich kann mich auch nicht, ich habe das nicht eingestellt, dass die gerandomized sind. Ice Heap nehme ich. Ich bin übrigens auch so ein Typ Spieler, ich nutze eigentlich fast immer nur Pokébälle. Ich vertraue diesen Hyperbällen und Superbällen nicht, weil ich glaube nicht, dass die eine höhere Fangrate haben. Da glaube ich nicht dran. Haben sie aber, ich benutze Pokéball, weil er besser aussieht. Ja, nee, glaube ich nicht dran. Aber können wir hier bitte, wobei stimmt, warum habe ich gerade keine Superbälle gekauft? Ich habe einen Milotick im Team, ja. Ich hätte auch fast einen Mute im Team gehabt. Hättet ihr mal mir mehr Glück gewünscht? an Flammen. Ich glaube, du hast dich einfach nur nicht genug angeschränkt. Was hast du dann bei Regice gemacht? Da wussten wir halt nicht, dass es Explosion kann. So, mein Encounter hier ist Wummelwirbel. Ich kriege keinen Kampf. Gut. Ich mache dir schon die Arena, anstatt mal auf mich zu warten, ey. Und dann geht auch noch falsch. Ja, jedes Mal. Ich konnte dieses Spiel schon in Super Mario Land 2 nicht. Aber das ist komplett neu, ne? Im Original stand er einfach da und du hast gegen ihn gekämpft, glaube ich. Das ist ein HGSS-Rätsel. Oh mein Gott, Lucario. Äh, war Eis? Nee, Stahl ist gut gegen Eis. Verdammt. Scheißig. Hast du jetzt eigentlich mittlerweile alle Pokémon als Shiny gefangen? Äh, nee, ich habe 1170 von 1300 oder so. Das ist aber schon sehr schlecht. Ich, ich suche auch zur Zeit nicht weiter. Ich suche erst weiter, wenn ein neues Spiel draußen ist. Ich habe andere Sachen, die ich lieber mache. Also, ich kenne Leute, die alle Shinies haben, die existieren. Das ist machbar. Ich hätte auch schon, wenn ich mich darauf konzentrieren würde. Hashtag machbar, kein Aufwand. trainieren wir trainieren wir mein SEPA. Habe ich meine Textgeschwindigkeit hochgestellt? Ja. Wann entwickelt sich Traumato? Irgendwas 26, 27 oder so. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Habe ich Shiny Mew? Ja, ich habe mehrere Shiny Mews. Shiny Mew ist nicht schwer. Misteriöse Mons gibt es meistens nur im Event in Shiny. Muss man halt dabei gewesen sein. Aber es gibt auch Glitches, mit denen du Events wieder herbeibringen kannst. Vor allem in Gen 1 bis 4. Ja, da bin ich so dankbar für, weil ich hase diese Event-Mentalität. Da hatte ich auch früher schon überhaupt kein Problem mit, mit einem Schummelmodul zu arbeiten und mir die Event-Items herbeizucheaten. Ich meine, mich nervt es auch, dass ich halt damals aber nicht mitgemacht habe. Wenn man jetzt heute bei einem Event mitmacht, solange es ein richtiges Event ist, dann ist es voll cool. Nee, ich finde das du. Das macht halt so besonders. Du warst dabei. Ja, aber es ist halt, du versteckst Content hinter eine zeitliche Barriere. Mein Telefon. Also das wäre, wenn du, wenn zum Beispiel so ein Laden wie Ubisoft bestimmte Missionen nur für Vorbesteller bereitstellen würde, das wäre ja auch völliger Quatsch. Das ist was anderes, das kostet ja Geld. Events kosten ja kein Geld. Jetzt ein Pokémon-Event hinfahren kostet mich auch Geld. Ja, aber heute ist es nicht mehr so, dass es, wobei jetzt ist eins, gibt es eins, wo man ein bestimmtes Pokémon kriegt, wenn man zu einem Geburtstag in ein japanisches Pokémon-Center geht. Aber es ist halt nichts Besonderes. Wenn es jetzt was Besonderes wäre, dann wäre es echt gemein. Okay, mein erster Encounter ist mein News vergiftet. Und da habe ich auch, wie gesagt, überhaupt kein Problem mit mir, diese Event-Items herzucheaten. Ho! Das kriegst du doch nie gefangen. Ich kriege es halt echt nie gefangen. Es ist wieder 0,3. Wie viele Bälle hast du gekauft? Alle, die ich konnte, 20. Das gibt es doch nicht. Wenn ich es richtig weiß, die Flöte für das Arceus-Event, die wurden niemals verteilt, ne? Richtig, in Gen 4 wurde niemals verteilt, die Flöte. Aber du kannst es dir halt reinglitschen und dann gibt es es. Weil es ist drin. Ja, aber trotzdem, warum wurde es nie verteilt? Was sind das für die Flöte? Kann ich dir sagen, das Statement ist, das war zu kompliziert für Leute. Was nicht stimmt, weil eine Gen davor haben sie die Regis gemacht mit Blindenschrift. Ja, ich wollte es gerade sagen und selbst das habe ich hinbekommen. Und dann so, wir haben nicht geglaubt, dass die Leute es verstehen, dass du eine Flöte auf dem Berg spielen musst. Todeskuss, auch 10 AP ist halt kacke. Okay, ich probiere es nochmal. Warte, ich kann nichts dafür, dass ich geile Legis kriege, die nicht drin bleiben im Ball. Es tut mir leid. Du kannst dich aber auch echt mal anstrengen hier. Wir werden nie ein Pokémon bekommen hier. Fund. Fund, der kann mich umbringen mit seiner Feuerattacke. Ich muss mich heilen, ich habe Angst. Wie würdest du dieses Pokémon aussprechen, das ich gerade habe? Hetran. Wie? Hetran? Ja, natürlich. Amtssprach ist Deutsch. Aber das steht nicht Het. Ich meine, wenn Deutsch, dann Hetran. Das klingt cool. Nein, Hetran. Das wird Ä ausgesprochen. Hetran. Hetran. Ja, natürlich. Dann wäre das A zuerst, Mann. Nein, Hetran. Das ist halt. Oder du kannst auch Hiatran aussprechen. Hiatran geht auch. Also der Anime sagt Hiatran. Wegen Heat und Transfer. Ja, der Anime hat ja überhaupt keine Ahnung. Aber es kommt von Heat und Transfer. So, maximale Chance. 1,6%. Ich sehe das ganze Geld. Ich verschmeiße das ganze Geld auf diese Legis, ey. Hiatran. Genau. Hiatran geht auch. Er ist ein Zug Hiatran. Das kann halt Antikkraft mit Level 6. Oh, das ist ein Doppelkampf, oder? Ja. Oh, oh. Das könnte... Ich finde, wir brauchen mal irgendwas Fatales. Wir hatten doch letztes Mal Fatal. Ja, aber jetzt brauchen wir jetzt schon wieder Fatal. überlevelt. Wir müssen unseren Starter verlieren, würde ich sagen. Hallo Phil, Dankeschön für 35 Monate. Es bleibt nie drin. Ich sollte einfach aufgeben und mir die Bälle sparen. Ich mag... Vor allem, es ist eines der hässlichsten Legis, die existieren. Und es ist eines der wenigen Legis, die ein Geschlecht haben können. Was kann noch ein Geschlecht haben? Legis-mäßig, Herr Nase? Lass mich überlegen. Gen 3. Manafee? Nein. Gen 3. Nicht vorlesen. Keine Ahnung. Latios und Latias. Ja, das ist ja aber geschmogelt jetzt. Warum? Das ist ein Geschlecht. Ja, das sind ja zwei unterschiedliche Pokémon. Ja, okay, dann sage ich nur eins, Latios. Meeting Stream. Unmuting Stream. Ein Minun. Das ist auch so ein billig Pikachu, ne? Ich meine, das ist ein Pikachu-Klon. Gibt's da eine Lore zu? Jede Gen hat Pikachu-Klone. Das ist die Lore. Ja, aber ist das so wie Ditto und Miu? Da ist keine Lore. Das behauptest du! Das behauptet Game Freak. Die haben ja aber keine Ahnung, das haben wir doch schon letztes Mal erörtert. Ne, das ist einfach so von Fans von Fans benannt. Pikachu-Klon. Genau wie Pseudo-Legis. Mann, oh, das ist doch kacke. Ich setze die ganze Zeit nur in Kämpfen drin. Ja, du musst es halt einfach nur mal fangen. Was mache ich denn? Guck mal, Perfektion hier. Es setzt Verzweifler ein. Wie wenig AP hast du? Wir kriegen nie wieder neues Pokémon. Wie wenig AP hast du? Das ist ja großartig. Hast du nur Antikkraft? Es hat wahrscheinlich nur Antikkraft einfach mit 15 AP. Es ist so gut. Ich liebe alles. Ich habe immer noch eine Chance. Don't stop leaving. Wohoho. Es ist aufgewacht. Was ist das? Warum machst du sofort auf? Schmeißt ein Seeyong weg. Ja, nee, ich finde auch, die Nasslock ist noch viel zu leicht. Wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir nicht unter Level sind, weil wir ja so viel Auswahl an Pokémons haben, wenn mal eins verreckt. Wir haben keine Auswahl, aber dafür haben wir Flush ist sehr effektiv. Es ist auch viel zu einfach, weil unsere Pokémon so krass überlevelt sind. Also Profi Nasslocker würden jetzt, glaube ich, ihr vergiftetes Mew heilen gehen. Aber es ist ja viel zu einfach. Let's go. Dankeschön für 400-Bits-Fill. Dankeschön für 1000-Bits-Fill. Weniger Auswahl muss man weniger leveln. Genau. Hast du jetzt eigentlich den Arena-Leiter? Ach, jetzt. Okay. Geraci! Was ist ein Kampf? Geiles Pokémon. Einfach knuffig. Aber nicht mehr so knuffig, wenn es dein Auge aufmacht. Dann eklig. Mach mal Auge. Zitternicht. Kämpfst du jetzt gegen Arena-Leiter? Mhm. Einfach so. Weißt du, wie weit du mir voraus bist? Ich muss gleich als Turbo-Leute. Ja, absolut. Überlevelt. Der hat einfach einen Areodactyl-Level 17. Oh mein Gott. Levelt am Arsch. Du bist auf Level 21. 23. 23. Du bist de facto überlevelt. Aber es ist ein Boden-Pokémon. Es ist kein Boden-Pokémon, es ist ein Stein-Flug-Pokémon. Ja, Stein-Flug. Und du bist genau genommen, du könntest Kampfattacken haben, aber du kannst noch nicht. Egentum. Hamke, danke schön für dein Tier 2. Ne, wir haben unterschiedlichen Seed. Wir spielen ja auch unterschiedliche Spiele. Ich wollte ursprünglich den gleichen Seed machen. Aber es geht ja nicht, weil wir haben verschiedene Spiele. Es gibt fliegende Boden-Pokémon. Wie Beldra zum Beispiel. Ja, wusste ich. Okay, also das nächste, also der Typ hat Level 17 max. Dann bin ich ja relativ knapp mit meinen Level 17 und 18 months. Skorgler auch Boden. Obwohl es fliegt. Ich wollte nicht die Attacke Rauchwolke machen. Egal. doch, doch, taktisch. Jetzt kann es dich nicht mehr angreifen. Jetzt wirst du nicht vergiftet. Von Baum hat er zuerst ein Level 17er und dann ein Level 15er. Was ist das für ein Arena, Leute? Tja. War der hier schwer bei dir? Nö. Wepa. Wepa. Würdest du eigentlich eine Fleckmon-Route probieren? Nee. Nee? Was ist, wenn die Fleckmons ihre Route freiwillig abgeben? Wenn du sie genug bedrängst. Weck die blaue Flöte geschlafene Pokémon wieder auf. Klick drauf, dann muss es da stehen. Oh, das hätte ich schon die ganze Zeit einsetzen können. Fuck my life. Oh mein Gott, warte mal, aber dein Magbrand ist ein bisschen gelb. Mhm. Konzentration. Aber die Attacke von Schluprook geht halt auch einfach daneben. Ja, wegen deiner Rauchwolke, die sehr taktisch war. Ja, natürlich. Das war, ich habe Rauchwolkt und das war Taktik. Damit die Attacke da jetzt daneben geht. Kusilla ist ein Eis-Pokémon, oder? Ich weiß nicht, ob Kusilla schon Eis ist, aber Psycho. Ich schätze. Aber Eis macht dir nichts. Im Gegenteil. Ja, aber trotzdem knapp jetzt. Also ich war froh, dass ich Level 23 war. Ich glaube, Level 21 wäre ich gestorben. Also ein Toeboots. Na, dann schauen wir mal, was ich gleich mache, wenn ich mit meinen Level 18 Pokémon kämpfe. So, und jetzt dran denken, nicht direkt nach links zum Wald laufen, weil da kommt der Rivale. Dran denken, dran denken, dran denken. Das weißt du noch. Schau, das hätte ich vergessen. Ja, weil ich da schon mal in ein Last Lock reingerannt bin und ich einen kompletten Team-Wipe hatte. Toeboots. Das Beste von den dreien. Ist halt auch so dumm, wenn du aus der Arena wieder raus willst, musst du das Rätsel nochmal rückwärts machen. Ja, jeder Arena sollte so einen Rückweg haben. was sie meist eigentlich auch haben. Hat sie vielleicht sogar. Vielleicht auf der linken Seite. Ich weiß es nicht. Dass man dadurch die Büsche durchkommt. Bin ich sicher. Nee. Glaub's aber nicht. Werden wir heute noch ein Pokémon fangen? Vorhersage? Ich meine, wir haben schon vier Routen gecheckt. Stimmt, du hast ja immer noch nix gefangen. Wir haben vier Routen gecheckt. Und ich hab... Hast du auch mal eins verkackt oder war alle vier ich? Ich meine, zwei Leggies. Äh, Reggie Eyes halt. Reggie Eyes. Reggie Eyes hast du verkackt? Da konnte ich aber nix machen. Also da hatte ich ja gar keine Chance. Ich konnte bei meinen Leggies auch nix machen. Ja, du hast mir Pokébälle kaufen können. Genau, aber als Verzweifler dann einsetzt. Okay, ich bin durch endlich hier. Ich hole auf. Warte, wir spulen vor. Aha, der Vorspuler. Gucken wir mal, was der Rivale drauf hat. Der fängt direkt, macht der Rivale, ey. Der wartet keine Sekunde auf mich. Ja, ich will in den Wald. Ich will gucken, was es da gibt. Da kann ich dann ein bisschen rumlaufen. Oh, Renka. Wo kannst du... Du kannst hier in der Stadt eigentlich auch was fangen. Ist hier ein kleiner Teich oder so? Vielleicht kannst du eine Angel reinhalten. Weiß ich tatsächlich nicht. Aber vielleicht wartet man... Da, da, warte. Haha, übertreib halt. Was hat... Was hat mein... Was für ein Item trägt das? Wie Dribere. Okay, damit. Dann... Schaffst du. Speichern? Oh ja. Sollte mal speichern. So, Leute, tut jetzt leid. Oh, Kopfnuss, da kann ich die Bäume anbämseln. In den Städten. Stimmt, so kann man, so kann man, genau, so kriegt man Encounter. Das war's auch. Du kannst Kopfnuss, aber, aber du musst es dann in die Box tun und wir müssen uns merken, welches es war, wenn ich dann das mal machen kann. Oh Gott. Kriegt doch kein Mensch hin. Mach das einfach erst, wenn du das auch kannst. Ja. Moin, der Simon. Vor allem bei der Angel kann man sich fragen, ob man vielleicht auf die Super Angel wartet, weil dann sollten Moor, also zumindest High-Level-Pokémon anbeißen. Was anbeißt es? Ja, aber ist doch randomized. Aber High-Level-Wert netter, mit einer Super Angel. Ah, Details. Okay. Okay. Chat, sitzt Papunga ein. Immer wieder dieser Chat. Darf man eigentlich in der Nasslock Pokémon in die, in die Pension geben? Ja, das machen Leute. Aber die meisten Leute machen halt auch mit Level-Cap. Das sorgt ja dafür, dass du nicht zu stark werden kannst. Ein Schaloko. Oh shit, das war jetzt ein Doppelkampf. Das war immer alles sein. Das ist korrekt. Achso, aber ne, stimmt schon. Ne, ich mach alles richtig. Okay, okay, ja, ne, alles gut, alles gut. ich wechsle den aus, mit dem Greif an, alles gut. Level 18, den Schaloko, ey. Der hat den Schaloko einfach nicht entwickelt, die Flasche. Der sollte aber auch den Starter noch haben. Ist das denn? Ne, was war, weißt du das noch? Ich glaube, Schaloko war der Starter. Das kann sein. Hattest du Schaloko zur Auswahl? Ich erinnere mich nicht mehr, wir mussten so oft neue Wüsche haben. Markbrandt, ja. Alles wegen Drachenwut. Bei der Pension kann man nicht bestimmen, was für Attacken sie lernen. Stimmt wohl. Chat wurde besiegt. Warte, warum nehme ich meinen Low-Level? Was? Wo ist die Konzentration, Leo? Hallo? Du, du bist so schnell vor mir, ich habe keine Zeit. Ich bin überhaupt nicht weit vor dir. jetzt nicht mehr, weil ich durchrenne. Ah, es kann Verfolgung. Warum kannst du Verfolgung? Hilfe, Hilfe. Leo, Konzentration. Ah, hast du das gesehen? Verfolgung. Du spürst es ja vor, ich habe gar keine Zeit zu gucken. Alles gut. Das Vorspulen ist auch nicht gut fürs Video, Leo. Das kannst du nicht richtig schneiden. Es gibt kein Video. Du musst ans Video denken. Das Video ist schon raus. Ja, das nächste. Ne, das gibt es nicht. B gibt es nicht. Es gab nur eins. Teil 2? Die ganzen Witze, die ich gemacht habe, waren für nichts. Ich dachte, die schneidest du alle ins Video. Ja, die können die Leute in der Watt genießen. Ich habe gerade, der hat Verfolgung eingesetzt. Verfolgung ist sehr effektiv gegen Mew. Aber was ich vergessen hatte, Verfolgung sorgt auch dafür, dass wenn du das Pokémon auswechselst, verfolgt die Attacke dich. Das heißt, ich habe meinen Mewtwo ausgewechselt und es ist auf 2 KP runtergegangen. Aber es ist alles gut, alles gut, alles gut. Ich habe überlebt. Aber es setzt Wiederverfolgung ein. Oh mein Gott. Ich bin halt nicht auch überlevelt. Oh mein Gott, es wird so wehtun jetzt. Nein, das ist eine Beere. Ich glaube, ich muss was opfern. Eisheap oder Todeskuss. Ich muss Todeskuss machen. Bitte Todeskuss. Todeskuss. war ich doch nicht schwach hier. Wir haben trotzdem immer noch das Problem, dass es jederzeit aufwachen kann. Das heißt, entweder heile ich mich jetzt oder ich wechsle aus. Aber alles, was ich auswechsel, ist halt ein 2 KP Mew. Ein Angel, was auch mit einem Schlag stirbt und das war's. Aber ich brauche zwei Attacken, um Notchland umzubringen. Das heißt, ich, ach man, das ist so, es ist wieder, es ist kackegal. Es kommt einfach auf Glück raus. Aber Trank, wenn, dann muss ich Top-Trank machen. Hier im Wald ist ja auch ein bisschen blöd, wenn man Astrid heißt, weil da muss man aufpassen, weil die immer auf den Ast tritt. Keine Reaktion. Keine Reaktion, sonst hört ihr nicht auf. Verfolgung ist krass. Ich habe nicht gedacht, vor allem, also ich denke nicht an Verfolgung und vor allem Nocchan. Verfolgung ist jetzt nicht sehr eindeutig. Nocchan ist aufgewacht. Es hat nichts gebracht, was ich gerade gemacht habe. Oh! Es hat ein bisschen was gebracht, weil jetzt... Oh, mein erster Encounter im Wald. Bitte lass mich nicht... Er macht Supertrank! Du hast eine Beere und einen Trank! Oh, Volltreffer! Oh mein Gott, Volltreffer! Aber er ist... Ja, okay, wir sind wieder... Dein Trank hat nichts gebracht, du dummer Käferjunge! Pass auf, ich überlebe die Verfolgung. Ansonsten musst du dein Tromato weggeben. Ah! Ist das wenigstens dein letztes Mon? alle kriegen KP, alle kriegen KP, Ne, ich habe nichts, ich habe nichts gegen Bronzel, ich habe Wasser, und ich habe normal, normal ganz schlecht. kann sein, kann sein, dass ich was opfern muss, um meinem Rosana KP zu geben, aber ich glaube nicht, dass ich Bronzel mit einem Eishieb umbringe und auch nicht mit einem Schlecker. Wenigstens bin ich nicht überlevelt. Also ich habe das Xatu gefangen. Es geht hier um was, es geht hier um was, hilf mir! Welches Pokémon würdest du eher gerne, wer möchte denn das Xatu sein? Welches Pokémon würdest du am ehesten gerne verlieren? Togepi? Snobbly Cat. Dann verlierst du dein Radikal. Das ist korrekt. Also es kann auch so funktionieren, dass Eishieb einfach jetzt voll reinhaut. Aber ich will halt meinen Rosana nicht verlieren. Und dann nutze ich die Runde, um meinen Rosana zu heilen, aber auch nicht viel. Ach Gott. Was ist, wenn Bronzel eine Stahlattacke kann? Okay, ich opfere Snobbly Cat. Vielleicht macht Bronzel auch so einen Quatsch wie Schutzschild. Es hat noch, er hat noch zwei Pokémon? Alter, sein Nocchan hat mich komplett fertig gemacht. Und vor allem habe ich nur einen stinknormalen Trank. Heilt eine Singelbeere mehr? Zehn, nein. Okay, soll ich lieber Mew heilen? Aber Mew hat nur eine Normalattacke, aber sie ist halt so viel stärker. Soll ich lieber Angel heilen? Dann ist das wenigstens voll. Ja, ich heile Angel, aber Angel ist nur Level 15. Oh, es hat keine Schwäche. Mein Rosanna hat halt genau genommen eine Schwäche, glaube ich. Welches wäre für dich weniger schlimm? Milotic oder Rosanna ist für dich das Traumat? Das sind halt unsere beiden Hypnose-Monts. Die müssen bleiben. Also, ja, also am schlimmsten wäre halt mein Mugbrand, weil das halt gerade gut gelevelt ist. Ja, mein Mew lasse ich in Ruhe. Das hat schon genug durchgemacht. Ich glaube, ich habe die beste Chance mit Angel einfach Wasserattacken zu machen. Aquarelle verwirrt auch. Weil Halasson kriegt nur 20 ob das eine schlechte Idee war, sehen wir gleich. Das wird ein Teamwipe. Das wird kein Teamwipe. Also, Nubilika ist tot. Autsch. Warum sollte Bronzel mein Milotic umbringen? Das geht schon. Ich bin bestimmt schneller. Ich habe auch Heilung, weil ich vergessen habe, was es macht. Heilung macht, glaube ich, nur Statuseffekte weg. Aquarelle. Ich weiß nicht mehr, wie dieses Rätsel gegen beide. Nein, das ist so wenig Schaden und es macht Hypnose. Pappnase, was soll ich tun? Leo, was tust du denn? Verfolgung tue ich. Verfolgung hat alles von mir kaputt gemacht. Heilung? Man, wie funktioniert Heilung? Das weckt nicht auf, oder? Das macht keinen Sinn. Heilung ist gegen Paralyse und sowas. Nicht die Bälle. Ich weiß nicht mehr, wie würde ich das dumm Rätsel gehen. Heilung heilt den Anwender von Verbrennung, Vergiftung und Paralyse, aber nicht Schlaf. Nur Schlaf. Ich will Bierbeere macht Feilt von Frost. Danke für nix. Oh, guck mal, ein wildes Magbrand. Hey. Hey. Ich habe auch jetzt nur noch eine Sinelbeere. Nee, eine, eine Attacke. Und Iceheap kannst du nicht One-hitten von Rosanna? Das probiere ich dann. Mein Rosanna ist mir wichtiger als mein Milo-Tick. Es schläft halt. Wach auf. Mein Fußstrahl auch noch. Okay, ich schlafe eh. Es wäre geil, wenn man sich, wenn man, wenn man sich im Schlaf verletzen könnte. Das heißt aber, dass Bronzel nicht gerne andere Attacken macht, weil sie nicht stark sind. Deswegen macht es die anderen. Wach auf, Angel, wach auf, es ist Zeit aufzuwachen, Konfusion. Ah, easy. Okay, okay. Warst du von dir gestorben? Mein Radikal muss weg, ne? Ja, ja, aber ich tank die Konfusion krass gut. Es muss nur aufwachen. Hast du keine blaue Flöte? Tut mir leid, nein. Es wacht nicht auf. Wach auf, Angel, danke. Sei nicht verwirrt, Angel. Sei nicht verwirrt, es ist verwirrt. Es läuft alles schief, was schief laufen kann. Aber gut, dass du nicht überlevelt bist. Sehr gut. Ja, eben, ja, es ist wenigstens spannend. Aquarelle, danke schön. Jetzt ist Bronzel verwirrt. Danach kommt Glumanda einfach. Das ist der Zygnose ein. Ich kriege die Grenze. Und es trifft halt auch noch, ne? Wer hat mal allen, dann wirst du feststellen, dass man sich im Schlaf verletzen kann. Oh, keine Angst, das ist mir schon oft genug passiert. Tschüss, Radikal. Sonst können wir nichts nutzen aktuell, ne? Du hast nichts gefangen. Nein. Das ist so krass. Wach auf, Angel, wach auf, bitte. Ich sortiere mal meine Boxen, damit das nicht durcheinander geht. Wach auf, wach auf. Seemops muss leider weg. Und Seejung muss leider weg. Das ist einzig gut, also ich glaube, Rosanna hält eine Konfusion von Bronzel aus, weil es kann sonst nichts. Wach auf. Wach auf. Es ist aufgewacht, es ist verwirrt. Bitte. Okay, 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 okay. Er hat noch ein Pokémon. Das Nokchan hat mich so fertig gemacht. Samurzel. Reifer und Licht. Danke dir für den Follow. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Ich muss kurz was überprüfen. Ich kann Eishieb gegen Samurzel machen, weil Samurzel, Samurzel ist Pflanze Unlicht. Oder ist es nur Pflanze? Samurzel ist nur Pflanze. Okay, dann kann ich Eishieb machen. Ich bin safe schneller als Samurzel. Samurzel ist ein toller Name, sagt Samul aus dem Chat. Wenn jetzt dieses Samurzel nicht mit einem Eishieb weg ist, stirbt wahrscheinlich mein Rosanna. Das heißt, mein Traumauto wäre kaputt. Ja. Aber ich weiß, ich sehe sonst nichts anderes, weil Samurzel kann vielleicht eine Pflanzenattacke, was Angel wehtut. Mew ist sowieso tot. Also Mew könnte es auch besiegen mit einem Mega-Heap. Aber Eishieb ist halt Schwäche. Und ich bin Stab. Es muss killen. Ein Eishieb muss killen. Und ich bin schneller. Wenn Samurzel schneller ist, dann quitt ich. Ich bin drei Level höher. Es muss. Wahrscheinlich kann es Mogel-Heap. Wenn es jetzt irgendeine Prio-Attacke kann, ist es halt richtig. Eishieb. Eishieb. Boom. Easy. Easy Kampf. Schau. Schau, wie viel Spann da, wie viel mehr Spaß das macht, wenn man nicht 30 Level über dem Arena-Leiter ist. Bla, bla. Ich bin auch fast verreckt gegen das Areodactyl. Aber ich hab Snowbilly-Cut verloren. Das hab ich vergessen. Ich hab Snowbilly-Cut verloren. Hm. Ich fang uns jetzt gleich was Schönes Neues. Ja, ja. Ist das eigentlich in der japanischen Edition von Kristall so, dass man Celebi fangen kann, wenn man 250 Pokémon gefangen hat? Von was? Wo? Ein Kristall? Ein Pokémon-Kristall an einem Schrein. Ich hab das irgendwann mal im Video gesehen. Nee, das war... Dass du in der japanischen Version den GS-Ball bekommst, wenn du die 250 hast. Nee, den GS-Ball, das war ein Event. Sicher, dass es ein Event war? Ich hab das irgendwo gelesen. Den GS-Ball kriegst du transferiert bei einem Event. Den kriegst du nicht, wenn du einfach nur ein Pokédex voll hast. Das war ein Event? Auch in der japanischen? Nur in der japanischen. Sonst gibt's das nicht. Inzwischen gibt's das Remake. Halt von der Gen. Oder nicht das Remake, aber das Remaster. Und da ist es kein Event. Da ist es einfach am Ende kriegst zu sehen. In jeder Sprache. Ah, auf die digitale Edition oder wie? Ja. Ey, wie geht das hier? Ein Luftbrief. Da ist nur Luft drin. Ach, taucht jetzt hier nicht wieder die Kimono-Tante auf? Ich hätte nur den Blauen betätigen müssen. Egal. Ein Seepaar im Wald. Mann, hab ich gerade unglaublich gut gekämpft. Also, bist du nicht erst in die Situation gekommen, weil du vorgespult hast und Verfolger nicht beachtet hast? Ich hätte eh nicht gewusst, was Verfolger macht. Nun? Äh, ich hab nur den Fehler gemacht, dass ich nicht sofort auf mein stärkstes Mon gewechselt hab, sondern auf Milotic. So aus... aus Gewohnheit. Äh, muss ich jetzt nur Billy-Cut weglegen? Verfolger verfolgt, falls nochmal jemand fragt. Ah, ja. Das weiß man halt nur, wenn man taktisch kämpft. Wenn man einfach nur... Wenn man einfach nur die ganze Zeit durch die Kämpfe durchrast, dann ist einem ja Verfolger egal. Weil man ja nie wechselt. Aber hier muss man ja wechseln. Du... Durchrast, sagt er. Ja, ich red von mir. Fast gestorben. Ich red ja... Also ja, aber ich... Wenn man das Spiel normal spielt, rast man da ja durch und dann ist Verfolger egal. Darf halt nicht wechseln. Dude. So, jetzt kommt der Rivalenkampf. Der wird jetzt bei mir aber auch interessant. Ich kauf mal ein paar High-Items. Ah, geht schon. Solange du deinen Togepi nicht verlierst, ist alles okay. Das wird als nächstes geopfert. Es wäre gut, wenn wir erstmal was fangen. Ja, du könntest mal wieder abspeichern. Habe ich. Ah, hat du schon. Okay, wer... Wer traut sich gegen den Rivalen zu kämpfen? Mein Mew. Top-Genesung. Geile Seite. Vielleicht so früh ein bisschen unnötig, aber zum Verkaufen? Ich könnte auch trainieren noch ein bisschen. Nee, ich bin... Wie stark war das da, Krei? Das Level? Keine Ahnung. Ich habe nicht aufgepasst. Ist der... Warte, ich kann gucken. Rivalen ist Level... Rivalen ist Level... Ach, steht gar nicht da. Ach, zählen nur die Arena-Leiter als Level-Cap. Zählt der Rivalen gar nicht als Level-Cap? Okay. Aber der hat keine Level 20, oder? Nein. Der Rivalen, los! Mal gucken, was er bei dir hat. Irgendwas. Irgend Unlicht- oder Geist-Pokémon, damit ich so richtig im Arsch bin. Ein Ultrigarier. Was kriege ich hin? Außer es macht Gift. Aber das sollte es gar nicht. Haha. Volltreffer. Ja, easy. Mit Mew bist du halt immer überlevelt. Aber nicht, wenn Verfolgen kommt. Lampi. Kriegen wir auch hin. Ich glaube, das ist halt ein stärkstes Level-8 zu zählen. Maskerregen. So ein unnötiges Pokémon, finde ich. Ich finde es eigentlich ganz hübsch. Ja, aber niemand... Der Name ist ein bisschen blöd. Wenn du Gen-3-Pokémon aufzählen lässt, denkt niemand an Maskerregen. Das stimmt allerdings. Das ist true. Ein Milotick? Aber das war doch nicht sein Starter. Warum hat er ein Milotick? Lampi war sein Starter. Ah ja, ein Lampi, ja. Okay. Hat er nochmal... Zu viele Miloticks hier. Snubbull. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass Snubbull ein Kleid anhat. Das ist aber so süß. Aber schlüpfen die Pokémon mit Kleidern? Wie funktioniert das, Leon? Das wollte ich dich gerade fragen. Das wollte ich dich gerade fragen. Was ist da deine Meinung zu zum Beispiel Machok? Maschok. Ja, das ist weird. Oder Kegli. Äh, nee, Nokchan eher. Nokchan. Oder... Äh, die kennst du vielleicht nicht. Die sind aus Gen 5. Jui Testo. Und Karadonis. Die haben so weiße... Karate-Anzüge an. Also weiße... Ach, die, ja, die kenn ich. Furchtbar hässlich. Also, die sind ja fast noch hässlicher als das Biber-Pokémon. Wenn die aus dem Ei ausschlüpfen, steht dann der Trainer so da und hilft ihnen so in die Hose rein? Oder schlüpfen die mit Klamotten aus? Oder sind die Klamotten tatsächlich wie organisches Material, was an deren Körper dran ist? Alles im Pegator? Mhm. Das sieht auch cool aus in der Edition, finde ich. Ja. Das finde ich in Gen 2 war auch cooler. Da hat es so einen Buckel. Ja, in Gen 2 sieht es ein bisschen mehr Dinosaurier-mäßig aus. Ich kann jetzt Metronomen. Oh Gott. Ich werde mich verklicken, das einsetzen, das kommt Explosion. Die Klamotten ist Fell. Eben, weil es gibt Pokémon, da kann man ja sagen, okay, Nocchans Hände sind keine wirklichen Boxhandschuhe, sondern seine Hände tatsächlich. Das arme Tier, aber ja. Oder, oder Neues zum Beispiel, Liberlo, sieht aus wie ein Fußballspieler wegen dem Fell und so. Aber es ist halt Fell. Ich finde kacke, dass Machok einen Gürtel trägt. Ja, das ist irgendwie weird. Aber hier noch ein Pokémon-Fakt, den ich weiß. Wusstet ihr, dass Rotom rückwärts Natter heißt? Krass, ne? Nicht darauf reagieren, auf diese Witze, Leute. Sonst macht er sie weiter. Ich glaube, Harpen zum Mord treffe ich irgendwie. Ja, der macht selber nur solche Witze. Nur seine sind halt unlogisch. Deine sind wenigstens gut. Ah, Klassiker. Wusstest du, dass Pikachu's Pokédex Nummer 25 ist? Ist sie? Hatten wir das nicht letztes Mal schon? Wahrscheinlich. Wusstest du dann auch, was die Nummer von Mautzy ist? 52? Ja. Ich bin so intelligent. Gibt's hier keine Wilden? Achso, ich darf nicht über dieses Ding laufen. Ich hab bei dem einen Rätsel viel zu lange gebraucht, um es zu raffen. Gebe ich zu. Ja? Nee, beim nächsten. Mein erster Encounter ist... Fang's bitte. Level 5. Was ist denn Level 5 hier? Hä? Ich kämpfe gerade gegen Level 20 und jetzt sind die Level... Vergiss die Levelkurve in dem Spiel. Ja, aber vor allem Wild und Trainerkämpfe sind ja komplett anders. Ja, ist korrekt. Ich hab hier einen Xatu gefangen. Ja, dann darfst du jetzt ein geiles Xatu benutzen. Ich mag Xatu aber überhaupt nicht. Wobei ist schon cool. Also es ist cooler als so ein Charmian. Yep. Charmian. Charmian. Ist doch Englisch. Also wir müssen uns schon auf eine Aufsprache einigen hier jetzt. Du kannst aber nicht Buchstaben einfach durcheinander bringen. Da steht Charmian. Nee. Du könntest sagen Charmian. Okay. Champion? Okay, Charmian finde ich gut. Da steht Charmian. Und ich habe es. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Applaus, Applaus, Applaus. Ich darf endlich ein Pokémon meinem Team hinzufügen, das ich niemals benutzen werde. Hatte Spitznamen. Denk an den Spitznamen. Wie soll das heißen? Wie hast du es genannt? Wolfstrudel. Hatte sich zuerst gemeldet. Das war ein langer Name. Ja, du musst das eh am Ende weglassen. Wolfstrudel. Ach, Wolfstrudel. Okay. Ach, ich mag diese Remakes. Jetzt kommt gleich der beste Soundtrack im Spiel. Ducatia City. So geil. Eitabaluka. Nee, ähm, bisher nur ein Pokémon verloren. Haben wir gar keins letzte Woche verloren? Möchtest du einen Spitznamen vergeben? Nope. Let's go. Hat er nicht gemerkt, oder? Hat er nicht gemerkt. Hast du keinen Spitznamen vergeben? Nope. Leo! Ich drück immer B. Ich sag's sogar noch. Ja, aber das ist, Herr, da ist Zeit vergangen zwischen meinem Sprite suchen und dass du's gesagt hast. Warum gibt's hier Schnurrgast und ich krieg das Charmjahn? Das ich nicht benutze. Ich hätt's eh nicht benutzt und du hättest dein Xato eh nicht benutzt, weil du's nicht magst. Alles gut. Wir können gleich noch eins fangen in Ducatia. In Ducatia gibt's den Namensbewerter. Schau, ist alles gelöst. Sicher? Ja, was stimmt mit Leo nicht? Was ist mit Thorsten los? Äh, wie macht man das hier? Du bist noch beim ersten Rätsel? Sehr gut. Love it. Ich find Porygon zitieren der Edition ein bisschen zusammengetrückt aus. Ja, langweilig. Porenta zu klug. Das hat nichts mit Gedächtnis zu tun. Ich hab die Nachricht gesehen, Spitznamen vergeben und habe realisiert, oh, ich will jetzt einen Spitznamen vergeben. Ja, das ist in der Ausredenphase, die fünf Phasen, der, der... Aber jahrelanges Spielen pro Gaming Manöver ist bei Pokémon immer B zu spammen. Das hört sich genauso an, wie wenn ich in Gothic den Fokus von Korkalom vergesse. Das zählt auch nicht. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie man dieses Rätsel löst? Ich verstehe es nicht. Nein, keine Tipps. Chat, keine Tipps. Das Ding läuft im Kreis. Leo muss da selber drauf kommen, Chat. Hier ist einfach weiter. Das muss man ja nicht lösen. Doch. Das ist die Hauptquest. Das folgt mir gleich. Schau, hier ist noch eins eben. Ich gucke gerade sehr gerne auf Leos Gesicht. Achso, die Richtung, in die es guckt. Aber dann läuft es ja jetzt wieder woanders hin. Ja, du hattest recht, dass mit der Flöte und Archeus hätten die Leute wirklich nicht kapiert. Wenn es ein Plinther gewesen wäre, hätte ich vielleicht nicht B gedrückt, sondern A. Ich muss nicht auf das dran erinnern. Das bringt nichts. Ich denke da selber dran, aber mein Finger drückt B. Ich habe auch scheinlich so gefailt, weil ich einfach die Taste drücke, die ich seit 30 Stunden drücke. Oh, mein erster Encounter in dem Feld. Hier gibt es Porygon 2. Ein Weimar. Das ist cool. Du kriegst so viele Tanks. Wie das grinst, ey. Ja. Ja, das wurde ja nach der Weimar-Republik benannt. Weißt du, wie ich mein, eins meiner neuesten Videos am Anfang, was ich da gesagt habe? In dem Video ging es über Weimar. Und ich habe mich in dem Video an draußen hingestellt, ans Meer. Und dann habe ich gesagt, und das sollte dir gefallen, habe ich gesagt, warum stehe ich hier eigentlich? Weil mehr. Ich verstehe. Ich glaube, er versteht nicht. Doch, weil mehr. Diese Qualität an Witz, der ja noch nicht mal mein Witz war, sondern einer von Ich verstehe es nicht. Vor allem diese dummen Encounter zwischendrin. Die bringen dich voll raus, ne? Vesserana, vielen lieben Dank für den Follow. Dankeschön. Und herzlich willkommen beim kompletten Chaos. Du musst das Porenta von hinten erwischen. Also nicht von der Seite, sondern von hinten. Mach ich. Verstehen Sie, ja. Mach ich. Also ich habe schon wieder ein Pokémon gefangen. War super einfach. Ich deaktiviere mal das Charmian hier. Leo spielt mit mir nie wieder irgendwas. So, wer möchte denn ein Wal sein? Wer für euch möchte das Holz, dass es sich wegdreht? Ach, ich weiß, wie das Spiel funktioniert. Natürlich checke ich, dass sich das wegdrehen muss durch das Holz. Infernali ist ein Wal. Ich komme nur die ganze Zeit da nicht hin, weil da und irgendwelche Tiere mit mir reden. Ach, ich muss sie einsammeln? Ja, natürlich. Ja, im originalen Spiel scheuche ich die zum Ziel. Ich dachte, ich muss es scheuchen. Oh mein Gott, ist das einfach. Es ist wieder typisch Pokémon. Es ist so einfach, dass man nicht dran denkt, die machen alles viel zu einfach. Guck mal, jetzt ist es da von hinten und jetzt gehe ich da hoch und da rüber und dann habe ich es. Hä? Ja, im Original scheucht man die zurück. Aber er sagt, das Einsammeln. Ich lese doch die Texte nicht von einem Kinderspiel. Aber die Lore. Du sagst nicht ganz oft Lore. Ich habe so viel Spaß, Leute. Sag mal, Leo, wie stehst du eigentlich zu Horror Games? Ich mag Horror Games, solange sie nicht schlecht sind, so wie alle, die man Multiplayer spielt. Kennst du Stray Souls? Nein. Kann ich dir empfehlen. Cooles Spiel. Sollst du mal spielen. Singleplayer. Mega gut. Stray Souls? Ja, ist so ähnlich wie Silent Hill. Oh, Montag. Nee, äh, Mittwoch? 12, 12, 12, Dienstag. Kommt Silent Hill 2 raus. Nein, Lasse, lass das. Ist das dir zu krank? Es muss sich infizieren, Big Daddy King. Ist das Spiel so schlimm? Souls-Ding? Es ist, es ist so schlimm. Scheiß mit AI-Story. Ah, okay. Es ist, es ist so, es ist schlimmer als schlimm. Wem hast du jetzt Zerschneider beigebracht? Äh, äh, Tokepi. Okay, wird das unser Loser? Nee, aber Zerschneider ist eine coole Attacke. Das tut ja was zerschneiden. Auf jeden Fall, Dienstag Silent Hill 2. Ich hab's original geliebt. Ich hab's original nie gespielt. Ah, das ist, das ist geiler Horror. Und zwar so ein Horror, wo du dich verzweifelt fühlst, weil es keine Karte gibt und du nicht weißt, wohin. Es ist also quasi das Dark Souls der Silent Hill Spiel. Für Dito, ja. So, ich lass jetzt Charmian noch im Team, weil ich keinen Bock hab zurückzugehen, aber es darf natürlich nicht hier sein. Wie heißt dieses Pokémon, was du da gerade vor dir hast? Hm? Wie heißt das Pokémon, was du gerade vor dir hast? Hundemon natürlich. Das ist die Weiterentwicklung von Fleckmon. Hallo? Ich weiß nicht, wie würdest du Hundemon? Hundemon? Ist okay. Ich weiß es doch nicht. Ja, nee, du bist okay. Du nennst es, wie du es nennen möchtest. Es ist dein... Bist du setzt sich Glutein? Nee, Hundemon habe ich es früher immer genannt. Hundemon? Ja, ich auch. Da war die Pokémon-Karte geil. Ja, ich auch. Als dummes, kleines Kind, wo man es noch nicht besser weiß. Ja, wie soll es denn anders heißen? Hundemon. Das habe ich doch gesagt. Du hast Hundemon gesagt. Ja, Hundemon. Verstehst du? Ich höre es dich genau gleich an. Ja. Alles gut. Wir lassen das jetzt mit den Aussprachen. Nikolasch. Naja, fast. Nikolasch. Woher war das nochmal? Ganz knapp dran. Völlig falsch. Nikolasch. 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 Hier gibt es ein Kamerupt. Gibt es viele Erfahrungspunkte? Warte, ich spiele mal vor. Sehr schrecklich. Oh, shit. Das kann Intensität. Das ist gut. Je nachdem, was für eins kommt. Raus aus dem Kampf. Raus aus dem Kampf. Abbruch. Abbruch. Alarm. Ein Libiskus. Was hast du für krasse... Ist das aber was... Ist das nicht die erste Route, wo du da gerade warst? Erste Route war es? Wo bist du gerade noch? Aus dem Wald. Draußen. Das ist doch die neue Route. Ja, und? Was hast du da gefangen? In Wal. Ah. Okay. Gibt es hier nicht? Gibt es hier nicht Kopfnuss als TM? Ah, das ist eh. Ja. Eh nicht meine. Unten den rechten Weg unter. Ja, aber das ist ja eh random. Hast du es geholt? Nee, du kriegst auf jeden Fall Kopfnuss. Du kriegst Kopfnuss? Achso. Ja. Komm, ich trau mich, Blubber zu machen. Wenn es kein TM ist, der bringt dir den Pokémon bei. Ah, das war das. Bekommt man heute für das Vervollständigen des Pokédex eigentlich mehr als ein schäbiges Diplom? Du kriegst meistens den Schiller-Pin, um erhöhte Shiny-Chance zu haben. Oder irgendwelche anderen Pins, wie den Fang-Pin, den Super-Fang-Pin oder den ovalen Pin. Ganz viele Pins. In ersten Generationen hattest du ja ein Diplom bekommen. Das konntest du ja ausdrucken, wenn du diesen Gameboy-Drucker hattest, ne? Ja. Das wäre noch, was ich gern haben wollen würde. Ein Drucker? Dafür brauche ich aber einen Drucker. Die sind aber gar nicht so teuer, diese Drucker. Also ich glaube, unter 100 Euro. Funktionieren die noch? Ja, ja, ja. Das sind ja Laserdrucker. Der funktioniert wie ein Kassenbong-Drucker. Das ist keine Tinte. Ja, ja, aber du musst ja irgendwann... Was? Keine Tinte. Das funktioniert mit Lasern? Nee, es ist Hitze. Also die Hitzedinger halt. Thermodrucker. Hitzeblick! Thermodrucker, ich wollte gerade sagen. Hä, Laserdrucker? Ja, Thermodrucker meinst du? Der Laser wird halt warm. Wem hast du Kopfnuss beigebracht? Auch Fetzi? Äh, meinem Bolderus, Schilderus. Wie heißt das Viech? Bolderus. Stimmt, ich könnte ja jemand anderem diese Pass schon Attacke beibringen. Genau, bei Laser braucht man nämlich Toner. Ich wollte gerade sagen, hä? Ja, Laser wird einfach reingebrannt. Ja, das ist ein Thermodrucker. Ja, Laser. Gesang. Wenn wir fliegen können, dann gehen wir in die Routen zurück und machen überall Kopfnuss. Tja, geben wir ein Pokémon in der Pension ab? Nö. Ich brauchst doch nur Geld. Oh, jetzt kommt der Bang am Soundtrack. Ich mach lauter Chat. so, dürfen wir darf Nase sein Walmar behalten. Oder werde ich es wieder versemmeln? Wer ist da gestorben? Ah, niemand. Das war ein Opfer. Kein Tod. Oh, ein Elektro-Pokémon. Oh, Rotom. Ne? Wisst ihr noch den Fakt für Feuern? Wenn man es rückwärts lest, kommt Arbok raus. Keine Rückserung. Oder warst Industrievertreter? Man weiß es nicht. Das kriege ich jetzt. Na, mal schauen. Das kriege ich jetzt. Ich will ein Pokémon. Warum kann ich kein Todesguss machen? Komm, wir machen schneller. Hat er eine Fähigkeit, dass ich nicht Todesguss machen kann? Ah, doch. Jetzt. Okay. Wow, Fünfer hintereinander. Schon teuer, diese Superbälle. Ich hab's! Wie muss es heißen? Nice! Ich drücke nur A. Äh, Infernali. Ich drücke nur A. Endlich mal wieder ein Pokémon, das wir nutzen dürfen. Wie, wer, wo? Melde dich. Infernali. Ja, F, Hau, Vogel F. In. Da kann ich ja auch noch ein Bild von Weilmeer suchen. Wie schreibt denn sich das? Na. Weilmeer. Weilmeer. Heißt das eigentlich, heißt das eigentlich, deswegen Weilmeer? Wegen Weilmeer? Wieso findet ihr das in der, in der, in der Suche gerade nicht? W, A, I. Mal probieren. Ah, mal um einen neuen Laden geht's. Ach cool, da werden auch die ganzen Pokémon-Karten dazu angezeigt. Ja, alles was du willst. Weilmeer. Ah ne, ich brauch kein Weilmeer, was? Äh, Rotom. Totom. Rotom. Wie krieg ich jetzt hier, ich bräuchte das Buch, um das Rotom zu verändern. Macht nix. Ist auch so ein gutes Ding. Ich check gerade erst mal das Kaufhaus ab. Was cooles gibt. Was zum Spielen. Und Schokolade. Und ich muss mich jetzt, mich jetzt hier noch weiter durchkämpfen. Protein. Kann Leo noch seine Katze unbenennen? Ja, aber wollen wir das? Kostet es Geld? Ist es gratis? Oh, der hat fünf Pokémon. Ey, 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 ey. Nichts wird einem hier geschenkt, ey. Das ist ein Arena-Leiter, der Verfolgung kann. Wie stehen wir jetzt inzwischen eigentlich dazu, dass wir Joto und Kanto machen? Äh, weiß ich nicht. Ich finde halt so nach der Top 4 ist halt so ein bisschen die Luft raus. Kann halt sein, dass wir dann auch noch mehr durchrennen. Und du bist halt komplett überlevelt für Kanto. Habe ich immer das Gefühl gehabt. Naja, wären wir nicht. Egal, was du machst. Außer, außer für, für, äh, außer für Rot. Rot macht dich halt blatt. Mit Level 80 Pokémon. 2 V-Peters? Was ist die Chance dafür? Wow. Ja. Ach geil, hat Mew die Fähigkeit, dass wenn ich einen Status-Effekt habe, dass der Gegner das auch kriegt? Cool. Oder eben ist Kanto ein neues Team zusammenstellen. Stimmt, das würde auch gehen. Das ist so einfach. Sind die da nicht alle irgendwie Level 50, die Pokémon? Ich hab's gleich. Oh, junge Spielhalle. Jetzt sind aber hier die Trainer wieder Level 8. Was ist denn diese Logik? Wow. Wow. Gerade gegen Level 20 gekämpft und jetzt ist es einfach Level 8. Aber ich nehm alles mit. Die Level-Kurve in Kanto ist weird. Ich weiß noch, dass ich einmal eine Nuzlocke verloren habe in Schwert und Schild. Da bin ich einfach nur in so einen Laden gegangen, um mich da umzugucken. Und dann stand da einfach jemand, der mich herausgefordert hat zum Kampf. Der Pokémon hatte, zwei Feen, die zehn Level über meinen waren. Komplett random, zehn Level über all dem Level-Standard in dem Bereich und hat mich komplett gewiped. Was mit dem Evoli von Bill? Naja, dadurch, dass man es einem Stein geben kann, entwickelt sich's ja auch random. Schon wieder Verfolgung. Warum kann Habitac Verfolgung? Also Evoli wird, glaube ich, fein sein. Je nachdem, welchen Stein man halt kriegt. Ich schätze mal, dass es sich aber dann random entwickelt trotzdem. Jaja. Okay. Ich bin auch gleich in Ducatia. Ja, ich bin erstmal in den Untergrund. Da kann man erstmal nochmal gut leveln. Sind da, ist das, sind da wilde? Nee. Nee, das ist ein Trainer. Ja. Wenn wir eins brauchen, dann leveln. Ey, du wurdest gerade fast gewiped. Ja, und es war wundervoll, denn ich wurde nicht gewiped. Das ist ein cooles Pokémon. Papinella. Papinella. Nein, du kriegst nicht meine Telefonnummer. Ja, ich glaube, ich wäre im Pokémon-Universum wäre ich der Käfersammler. Ich wäre Rival Underwood. Kriegt man in HGSS ein Ei von denen geschenkt? So wie im Kristall? Weiß ich gar nicht. Ich habe, glaube ich, nichts bekommen. Ich glaube, der ruft dich irgendwann an und sagt, er hat ein Ei gefunden. Hallo, Retro Jonas. Retro Jonas, lass mich dir eine ernste Frage stellen. Ab welcher Konsole definierst du heute Retro? Du musst Profi darin sein, wenn du dir den Namen gibst. Aber am letzten ist drüber geredet, weil jeder, für jeden ist das subjektiv. Für was, welche Konsole ist für die, für die Pappnase Retro? Also welche neuste Konsole ist für dich schon Retro jetzt? Retro. Protogel. PS1. PS2 ist nicht mehr Retro für dich. Ne. Ne, das hatte schon zu viel. Da wussten die Entwickler schon besser, was für Spiele wird es sich auch nie ändern. Also in 20 Jahren wirst du immer noch nicht die PS echt. Ne, das hängt für mich nicht mit der Grafik oder mit sonst was zusammen, sondern wie die Entwicklung von Spielen stattgefunden hat. Bei PS1 oder bei Nintendo 64 merkst du halt noch, die waren sich noch nicht sicher. Wie funktionieren 3D-Spiele? Wie mache ich ein gutes, ne, wie funktioniert das alles? Was funktioniert gut in Videospielen? Was funktioniert nicht so gut? Ähm, deswegen, ja, bei PS2 ist einfach, wenn du dir da in God of War 2 anguckst zum Beispiel, das kannst du heute eins zu eins rausbringen. Okay. Wenn du, wenn du Playstation 1 Soul Reaver heutzutage nochmal rausbringst, dann solltest du die Steuerung vielleicht anpassen. So. Aber bei God of War wird auch die Steuerung angepasst. Aber ich finde das toll, sie ist ja gut. Ja, eben, weil sie angepasst wurde. Oh mein Gott, was ist denn je wieder für ein Glitchfest? Also irgendwie sieht das bei dir nicht richtig aus. Oh, warte, ich muss mir einen Rotum noch holen. Also 20, 2080 ist PS2 kein Retro. Kommt darauf an, wie die Spiele sich entwickeln werden. Sagen wir mal, in 40 Jahren spielen wir nur noch VR. Dann ist für mich alles, was vor VR rauskam, wahrscheinlich Retro. So habe ich es nämlich auch gesehen, dass ab PS3, ich habe halt gesagt, ab PS3 sind die Spiele nicht mehr, unterscheiden sich die Spiele nicht mehr so sehr. Also ob du jetzt ein PS3 oder PS4 Spiel spielst, ist nicht mehr so ein großer Unterschied und jetzt erst recht nicht mehr mit PS4 auf PS5. Deswegen fällt es mir schwer, jemals PS3 Retro zu nennen. Aber PS2 wäre für mich noch Retro, wenn ich da so ein paar Spiele anschaue, wobei es ist wirklich so die Grenze. Zweizeit, die war auch echt weird. Da gab es auch noch viel, aber ja, das ist so Übergangsphase. Deswegen Ohn Tanzer. Okay. Also, wir haben vorhin gelernt, dass es bereits Finale kann. Ja, aber es ist ein krasses Level 7. Warum sind die hier so schwach? Levelkurve in Gold und Silber, Katastrophe. Katastrophe. Hast du deinen Walmer schon im Team? Ja. Okay. Ich habe sogar schon die Grafik drin. Ich hoffe, du hast noch nicht, ja, ich auch, ich hoffe, du hast damit noch nicht gekämpft, denn du durftest noch nicht. Nö, ich habe mit dem noch nicht gekämpft. Die alten Männer reden wieder vom Krieg früher. Das Charmian muss ich umbenennen irgendwann. Das Nobilikat ist tot und das Riolu darf ich nicht nehmen, weil du gefällt hast. Okay, aber das Charmian dürfte ich später umbenennen. Also irgendwann mal... Ich brauche gleich mal meinen Energy Drink, die 20 Tassen Kaffee hören aufzuwirken. Solltest einen Tee trinken. Ich hasse Tee. Ich auch. Aber Eistee. Also ich hasse Tee und Eistee. Hast du auch Eis? Ne, Eis ist super. Das ist auch wieder unlogisch. Geht in den Tukaz hier oben in dem Zelt ein Zelt sogar. Ah ja, ich wusste, ich weiß, Namensbewerber ist irgendwo rechts oben, glaube ich. Können wir nicht hier auch Fahrräder uns holen? Brauchen wir nicht. Die gibt es Fahrräder, ja. Brauchen wir das? Hast du auch Mr. Tee? Ich habe A-Team früher nie geguckt. Ich auch nicht. Schau. Nie A-Team. Mr. Tee ist... Ich fand den Film gut. Nie gesehen. Das war aber... Den Film hassen ja viele, aber ich fand den Film super. Der neue Film? ein relativ neuer Film, ja, mit Liam Neeson. Mit Liam Neeson? Dann kann er nicht so neu sein. Ja, 2010 oder so. Aber ich liebe diesen Film. Das ist einfach... Achso, warte, Liam Neeson war der... Ich meine nicht Leslie Neeson. Ja, ich meinte gerade Leslie Neeson. Ja, 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 ja. Wo sie versuchen, den Panzer zu fliegen, mega geil. Guck mal, da ist ein Sand am Meer. Sand am Meer. Aber da ist... da ist Mr. Tee nicht dabei, oder? Weil der ist schon zu alt. Nee, nee. Ja. Mr. Tee ist ein Nachtelf-Irokese? Ja. Was ist ein Irokese? Aber ich benenne meinen Charmian erst um, wenn du wirklich mit Xatu kämpfen willst. Aber im Moment wüsste ich nicht, wo ich einen Charmian in mein Team reintun soll. Schwierig. Oh mein Gott, Milkein, Ducatia City. Mil-Tank. Man entwickelt sich SEPA. Weiß das jemand gerade auswendig? Ich glaube leider nicht. Wir haben echt sau wenige. Wir hatten erst eine Entwicklung. Und das war noch nicht mal in diesem Spieldurchgang. Das war mein Vollregel. Das stört mich auch. Wir haben nur so Pokémon, die sich ultra spät entwickeln. Entwickeln. Oder gar nicht. Jetzt bin ich bei Pokémon und jetzt sage ich auch andere Wörter falsch. Super. Entwickeln. Super. Energiefokus? Wer will Energiefokus lernen? Du darfst. Entwickeln. Wir müssen unsere Pokémon entwickeln. Was noch für eine Attacke? Ist eigentlich das Spiel laut genug, Ducat? Windhose. Gar nicht gefragt heute. Oder muss das Spiel lauter? Ich habe es gerade leiser, weil ich die ganze Zeit am Vorspulen bin. Oh, heute haben wir Samstag. Käferturnier. Zählt das Käferturnier als eigene Route dann? Naja. Achso. Ich schätze. Warum nicht? Du kannst ja einmal im Park sowas fangen, aber du kannst ja auch einmal im Käferturnier was fangen. Ja, eben. Ich würde auch sagen. Und hier steht es drin als Goldenrod City National Park. Ja. Steht nur drin als Nationalpark. Warum sollte das nicht gehen? Wie gut ist Windhose? Passt schon. Das Melodic eine Drachenattacke kann das geil. Entquiekeln. Ja, aber ihr habt vorgespult. Du meinst, es ist nicht mehr Samstag im Spiel, weil wir vorgespult haben. Das könnte sein. So, ich habe mir mal das Fahrrad geholt. Ich bin ein richtiger Biker. Ich glaube nicht, dass ich es benutzen werde. Und es gibt auch keinen Moment, wo man es benutzen muss. Es gibt keine Radweg. Naja, man sagt ja immer, da ist guter Rad teuer. Wie, wo in deinem Kopf haben diese Dinger Platz? Also Chat, ist es das Spiel eigentlich laut genug, oder? Das weiß keiner. Ich glaube, ich habe alle besiegt. Im Untergrund. Im Underground. Dann in dem Zelt hier. Namensbewerter. Vielleicht später, Mr. Namensbewerter. Im Moment haben wir keine Zeit für sie. Wann kann man gegen Bianca kämpfen? Achso, Retromodul, was? Radio. Achso, man muss ins Radio gehen. So, war nicht Fahrrad hier rechts irgendwo? Was sagen die beiden? Die Musik ist so laut. Es hätte sich schon wer gemeldet, falls nicht. Das stimmt nicht, Gate. Ich hatte mal vor Ewigkeiten ein Let's Play gemacht und 20 Folgen später hat jemand drunter geschrieben, ja, man versteht die Dialoge kaum. Schade. Ich dachte mir so, ja, stimmt. Danke. Ich dachte mir so, ja, stimmt. Hast du im Supermarkt irgendwas gefunden, was gerandomized war? Nee. Okay. Windhose, das wechselt mein Pokémon aus? Nee. Die Maus ist auf dem DS? Wo? Bei wem? Ich hab Mauszeiger aus. Wo seht ihr eine Maus? Weg. Hier kommt die Maus. Okay, ich... Wo bist du jetzt gerade? Ich bin nach oben gegangen. Erstmal die Träne nach oben ausschalten. Okay, ich geh mal ins... Ist das das Radio Center? Ja. Wo ist da die Bianca? Steht ganz da unten. Ach, da ist sie, da ist sie, da ist sie. Soweit war ich in dem Spiel wirklich noch nie. Wahnsinn. Hast du das Quiz auch schon gemacht? Nee, das verkacke ich jedes Mal. Das muss da auch, glaube ich, machen. So, dann schauen wir jetzt mal. Kann dein Pokémon dir die Karte anzeigen? Das ist doch ein Quatsch. Natürlich nicht. Das war leider falsch. Was? Ach so, weil ich... Weil ich... Weil ich Fliegen einsetze und dadurch wird die Karte aufgerufen. Hä? Das ist wieder so ein Bullshit. Das ist wieder so ein... Ja, Hallöchen, äh... Meine Damen und Herren, heute haben wir wirklich ganz tolle Pokémon-Experten eingeladen. Hier an meiner Seite Leos meint. Ja, wirklich sensationell, meine Damen und Herren. Ja, wirklich fantastastilös. Kann dein Pokécom dir die Karte anzeigen? Natürlich. Das weiß doch jeder. Lesen. Da steht Pokémon. Ha! Ist Nidorida immer weiblich? Ja. Verwendet Kurt der Pokéball-Schmied Aprikorken? Nein, denn ich habe richtig gelesen. Aprikokos. Wie heißt die? Karpador kann keine TM-Attacke erlernen, richtig? Ich frage dich. Was? Was? Wieso ich nicht? Du musst auch mal was jetzt, weil du kannst es mir jetzt einfach nachmachen. Karpador kann doch TM-Attacken erlernen. Bist du sicher? Natürlich nicht. Soll ich das schon sagen? Soll ich sagen, ja? Also ich würde schon, dass der Hydro-Pumpe kann. Nein. Fuck. Ha! Ich kenne mich doch aus mit Pokémon. Weißt du, das kommt nur daher. Weißt du, woher das kommt? Dass immer wieder, ich muss die Schuld wieder woanders hinschieben, ganz einfach. Das kommt daher, dass Leute so oft sagen, Leo, willst du nicht mal einen Challenge Run machen? Karpador only? Und dann sage ich immer, nein, das ist langweilig, weil du kannst einfach deinem Karpador Sachen beibringen und selbst wenn Verzweifler und Tackle und Dreschfliegel und was nicht alles und dann sagen die alle immer, warum das Karpador kann nur platschen? Deswegen dachte ich gerade, ah ja, vielleicht haben sie ja recht und es kann wirklich nichts lernen. Aber nein, es kann natürlich Sachen lernen. Ne, es kann ja keine. Es ist ja eine verneinte Frage. Also lese nochmal. Also ja ist quasi nein. Also lese nochmal. Ist dein Ernst? Oder bin ich jetzt falsch? Karpador kann keine Thema-Attacken erlernen. Oh. Deswegen habe ich ja ja gesagt. Versteht ihr? Also du meinst, die Leute... Die Verwirrung ist verwirrt. Was? Marianne ist nicht die Co-Moderatorin? Nein, das ist doch nicht Marianne. Marianne ist die bei Marianne und Michael. Ich mache das zum vierten Mal. Ja. Ja. Also Chat, wie ist eure Stream-Bewertung bisher? Bewertung, gebt doch mal Feedback. Nein. Da war fertig. Schau, Bianca weiß es nicht mal. Elf von zehn. Elf von zehn. Also eins von zehn. Fünf von sieben. Ja. Das würde ich auch sagen. Gehe ich jetzt auch hoch. Kämpfst du schon gegen Bianca? Ne. Bo Bianca habe ich Angst. Das zögere ich raus bis zum geht nicht mehr. Besser als der neue Joker-Film? Den hast du noch gar nicht gesehen, Happens wahrscheinlich. Aber diese Kritik. Es ist wie Eistrain, ich möge, ohne ihn probiert zu haben. Der neue Joker-Film soll ja richtig schlecht sein. Der ist halt ein Musical. Das haben die Leute nicht erwartet. Na gut, das ist mir ja egal. Musicals können auch gut sein hier. Mir fällt bestimmt gleich ein gutes Musical ein. Mary Poppins. Ist das ein Musical? Nein. Ich glaube nicht. Doch. Mary Poppins zählt als Musical, oder? Ich weiß das nicht. Nee, der Film soll nicht so gut sein, weil ich weiß nicht so viel darüber. Le Miserable? Das klingt aber immer schon schlecht. So, ich habe hier einen guten Musical. Es heißt Le Miserable. Weißt du, da denke ich mir schon so, nee, klingt nicht gut. Das klingt ja schon miserabel. Versteht ihr? Ich träge hier. Danke für den Raid, Pascal. Hallo. Für den Vince kommt sogar Limp aus dem Lurk. Boom. Knarkzell. Oh, ich habe hier einen Knarkzell. Was machst du denn, schönes Limp? Oh, Drachenhut. Ich musste kurz, äh, Angst haben eigentlich. Ich bin über die Angst drüber gefasst forwarded. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Klingt aber geil, Limp. Klingt mystisch und dungeonmäßig auf jeden Fall. wovon du redest. wovon du redest. ins alte Lager geschickt. Ja, ich, das ist, und dann dachte ich mir so, nee, spiele ich lieber wieder Singleplayer-Games? Ich hatte einfach so Angst davor, dass ich der Sucht wieder falle, weil ich das bei so vielen Freunden von mir damals in der Schule gesehen habe, die halt wirklich halt nicht mehr geschlafen haben und sowas. Und dann habe ich das nie angefasst bis heute. Aber ich habe andere MMOs angefasst und wahrscheinlich wird es genauso laufen, dass ich eine Woche Interesse habe und dann wegen den monatlichen Kosten keinen Bock mehr habe. Ja, bei Gothic sind es 10-Wolfs-Fälle, das ist ja was komplett anderes. Er sucht, ich habe niemals beinahe die Schule nicht wegen WoW geschafft. Ah, ja. Während WoW kann man gut streamen gucken? Du willst sagen, ihr gebt dem Pappnase nicht eure hundertprozentige Aufmerksamkeit? Das ist schlimm, ne? Was sie sich trauen, es überhaupt zu sagen. Barsch war das Barsch war eigentlich Stein. Nein, Moment, ich verwechsel das mit der Relikant. Hast du gestern eigentlich Forellen gefangen? Ne, keine Forellen. Warum denn nicht? Ja, weil es ein Barsch war. Siehste, du musst den zweiten Part schneiden, Leo. Du musst, da kannst du so viel Witze reinbringen. Keine Angst, im ersten Part habe ich diese ganzen Sachen sowieso schon rausgeschnitten. Das wird ein Banger. Schau dir erst mal das letzte Video an, dann weißt du, weil vielleicht willst du gar nicht, dass ich das mache, weil ich dich so schlecht aussehen habe lassen. Das kann ja nicht sein, ich sehe immer fantastisch aus. Ich wechsle den Stream. Ja, komm hier rüber. Wir können den einfach leiser drehen. Wir können den einfach leiser drehen, den Kerl. Die Witze sind super. Die Hälfte von euch schreibt sich die Witze auf und erzählt sie bei der nächsten Familienfeier. Ich kenne euch. Guck mal, wie schön gleichmäßig trainiert meine Pokémon sind. Gleich sind alle Level 20, also vier Stück. Alle gleichmäßig, also vier Stück. Ja, das eine ist frisch gefangen, das andere ist ein V.M. Sklave. Soll ich mal Metronom machen? Ich finde, ich sollte einmal pro Stunde einfach Metronom machen, um zu schauen, was passiert. Guck mal, ein Fiona. Fionne. Moment mal, ist das hier nicht eigentlich eine Route, wo wir was fangen können? Ich glaube schon. Aber hier, ich habe nur Trainer bekämpft bisher. Ich glaube, das Gras ist nur rechts, hinter dem Zerschneider. Ja, da kommst du auch schon vorhin. Hier, ja. Hast du schon gecheckt? Nee. Ich checke. Ich bin noch nicht da, endlich voraus. Ich muss noch gegen Gegner kämpfen. Ich bin dir endlich voraus. Du solltest mal vorspulen. Nee. Okay. Mein Encounter ist das Käfersammler übrigens, der einem Yanmar geben kann. Ein Yugong. Ich habe schon Wasser und Eis und all das. Ich habe viel zu viel Wasser und Eis. Dann gucken wir mal, was ich bekomme. Wir sollten wirklich hier den Kaputau. Aber soll ich es trotzdem fangen? Wenn es deins, wenn deins, ich meine nicht, dass mein schlecht ist, aber meins entwickelt sich auch wieder nicht. Ja, das ist so schlimm, ey. Gucken wir mal, ob du auch was hast, was du gar nicht willst, dann setzen wir es einfach wieder aus. Weil die Bälle, ey, sind so teuer. Ich habe hier aber noch ein paar Trainer. Ist okay. Ja, ich habe halt nicht vorgespult. Ich hole mir einen Snack. Hol dir mal einen Snack. Ich kann diese Schokowaffeln empfehlen. Ich hole mir Bergsteiger-Müsli. Nee, nicht Müsli, Bergsteiger- irgendwas. Komm, willst du der Schneider reinballern? Bam. Beste Attacke. Ich könnte fast meinen, die Sonnenlinge ist gar keine Challenge für euch. Genau, deswegen machen wir die auch schon zum vierten Mal, Gate. Richtig. Bergsteiger-Müsli von Seitenbacher. Bergsteiger-Müsli von Seitenbacher. Nee, ich meine die da. Die heißen hier Seitenbacher-Bergsteiger-Müsli. Barcliff. Ich glaube, die heißen Bergsteiger- irgendwas. Feed your adventure. Ey, wir sind in so einem Abenteuer gerade. Nee, ich bin schon bei Nummer vier. Ich hatte einmal eine falsche ROM von Leo bekommen. Deswegen bin ich schon beim vierten. Er hätte locker es auch drei nennen können. Ihr habt es geschafft, bei sowas dreimal zu resetten? Wie bei sowas? Jäger-Gate, ich gehe jetzt auf die internationale Naslog-Soul-Link Randomizer-Universitätswebsite und wenn dein Name nicht in den Top 100 zu finden ist, dann brauchst du überhaupt keine Tipps hier geben, ja? Dann kann man dreimal resetten. Guck dir diese sexy Schlappohren. Das ist so hässlich. Wie du es an den Ohren packen kannst. So hässlich. Und in deinen Augenbrauen. Was ist denn daran hässlich? Oh ja, wir könnten mal wieder speichern. Oh, männliches Schlappohr. That's how I like it. Please. Nein. Oh, es überlebt sogar. Gleich nicht mehr. Hoff. Dead. Immer noch nicht. Wegen Ausdauer? I don't know. Jetzt ist es tot. Jetzt gibt's echten Hasen zum Frühstück. Anferno? Ah ne, Vampyrus. Ach, das ist nicht effektiv, weil Unlicht ist schlecht gegen Kampf. Was? Unlicht ist schlecht gegen Kampf? Ja. Unlicht ist gut gegen Kampf. Ich hab den entfernen Panferno Raid schon gemacht, ja, gestern mit Epitaph, ganz einfach. Telefonnummern tauschen, nice. Aber halt ein volles Telefonbuch. Jetzt rein da. Freundschaftsentwicklung. Das entwickelt sich schon, doch, Moment, es hat eine Entwicklung. Freundschaft. Schon wieder? Ja. Kannst ein bisschen massieren im Untergrund, wenn es dann noch geht und dann die ganze Zeit im Kreis rennen. Willst du fangen oder nicht? Ich mein, Golbert ist auch ein sauschnelles, gutes Pokémon. Ja, nee. Nee. Wie wir uns das aussuchen einfach anstatt alles zu nehmen, was geht. Nee. Ich kann nicht fliehen. Sagen wir sie killen. Es ist ein Zeichen. Es ist ein Zeichen. Ich kann nicht fliehen. Vielleicht fange ich es doch. Sag es mir jetzt, weil ich muss auch fangen. Ich kann auch... Ich gucke mal, wie viel es der Schneider macht. Okay. Wenn meins überlebt, ein Eissturm, dann... Nee, ein Eishieb. Aber ein Eishieb überlebt es nie, oder? Ist Jugong überhaupt Eis? Das ist, glaube ich, Wasser. Wenn es ein Eishieb überlebt, dann fange ich es. Ich fange es jetzt. Komm schon. Wow, yes. You're on board. Ich fange jetzt das Golbert. für einen Notfall, falls irgendwas kaputt geht. Entwicklung ist gut, ja, aber wir haben einen Randomizer. Das bringt uns ja nichts. Man, ich habe einen Just Snogs und einen Just Shocks. Seid ihr eigentlich die gleiche Person? Ist das dein Altkanal, Snogs? Ich bin verwirrt. Vierfach schwache Attacke. Warum? Eishieb ist Eis. Wieso bleibt das Golbert nicht im Ball? Das war ein Volltreffer. Was tust du? Ja, nix. Das sollte, das war nicht, gar nix gegen Volltreffer. Nee, geht. Das ist überhaupt keine Challenge. Das ist super einfach. Das ist super entspannt ständig. Eis ist schwach auf Eis und Wasser. Jugong ist Eis und Wasser. Echt? Eis ist schwach auf Eis? Was ist dieses Ampelleuchte? Das ist, wenn du mit dem Auto stehen bleiben musst. Versuchst du es jetzt echt zu fangen? Ja, aber es bleibt nicht im Ball drin. Ich habe Angst vor dem Viech langsam. Es ist auch gar nichts passiert. Ja, ich weiß gar nicht, was es für eine Attacke war. Aurora Strahlen? Aber das kann nicht so stark sein. Okay, wenn es einen Pfund überlebt, fange ich es. Oh, ich mache jetzt gleich nochmal Zerschneider, ey. Okay, es überlebt. Es darf gefangen werden. Es hat sich bewiesen. Dieses Tier hätte fast mein Rosano umgebracht. Ich habe es gefangen. So, wer möchte denn ein Golbat sein? Ich habe es auch. Wer möchte Yugong und Golbat sein? So, ich hole mal einen Namen aus. Ich hole mir mal was zu trinken. Spitznamen, Leo. Spitznamen. Ah, 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 ah. Ich bin Batman. Mobile, Nobel Pumpkin. Ich nicht bin beleidigt. Warum? Warum habt ihr verschiedene Deathcounter? weil der Typ nicht zählen kann. Nase kann nicht zählen. Nase ist der Meinung, dass er schon viermal es probiert hat. Natürlich, ich habe ja auch recht damit. äh, also, ich bin Batman. Noble, sollen wir es Noble nennen? Noble. 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 Noooble. So? Willst du das einwechseln gegen Togepi oder Weimar? Ich will eigentlich meinen Rotom behalten. Äh, erstmal nicht. Ich glaube, nur wenn, wenn eins von unseren Viechern getötet wird, glaube ich. Hat der fast meinen Rosano umgebracht. Unfassbar. Schnäppke? Das haben wir vorhin schon gefehlt. Aber ich habe wieder was gelernt. Eis ist schlecht gegen Eis und Eis ist schlecht gegen Wasser. Wobei Eis doch Wasser einfrieren sollte. Ja, aber dann wird es ja nur stärker. Teil. Aber wenn, also, wenn du Wasser einfrierst, dann wird es ja nur mehr Eis. Ja, aber stell dir mal vor, du bist Wasser und dann wirst du eingefroren. Das tut sauweh. Also sollte Eis gut sein gegen Wasser. Oder zumindest nicht schlecht. Wasser taut Eis auf, Schmied. Ja, in die Richtung. Ränkeschmied musst du aufpassen, das steigert die den Angriff extrem. Nein, ich will nicht deine Telefonnummer. Was ist denn so? Ja, weil die vor allem, okay, aber die rufen einen hier gar nicht an, sondern unten wackelt dann dieses Symbol. Was schlimmer. Da unten steht jemand, kann man den bekämpfen? Das werde ich jetzt gleich rausfinden. Langsam ist hier Abend, dann können wir noch gegen die Polizisten kämpfen. Stimmt. Und es sollten andere Encounter kommen. Was egal ist. Stimmt. Bringt uns nur nichts. Ein Horn, Leo, das hätte ich gerne. Ja, endlich. Das könnte man nämlich entwickeln. Nur ein Level. Ach ja. Okay, sollen wir jetzt... Ein Horn, Leo, Finale? Nein. Ganz viele kleine Finale und ein großes. Bianca steht hier Level Cap 19. Das heißt, ich werde tatsächlich noch ein bisschen trainieren, weil ich bin... Ich will zumindest Angel und Grunt auch auf Level 20 bringen, dann probiere ich es. Mein schönes Sepa heißt einfach Grunt. Wer von euch ist Grunt und hat meinem schönen Sepa diesen brutalen Namen gegeben? Grunt? Klingt doch männlich! Und erst nach Bianca kriegen wir die Wasserkanne, oder? Oder kriegen wir die jetzt schon? Ich glaube, entweder du kriegst hier die Schiggykanne oder die Weilmarkkanne. Ich weiß es nicht mehr. Oder sollen wir mal Turnier machen? Ich schaue mal, ob es Turnier da ist. Ich meine, das sollte Samstag sein. Was willst du lieber im Gesicht? Einen eisigen Schneeball oder einen kleinen Spritzer Wasser? Das hat ja damit nichts zu tun. Meine Logik ist ja nur, was ist gegen was effektiv? Und wenn ich Wasser wäre und ich werde von Eis eingefroren, dann tut das mir sehr weh, weil eingefroren werden, wenn du Wasser bist, ist schrecklich, weil das ist alles, was auf Einfrieren basiert. Wasser wird hart. Aber warum ist denn Fee gut gegen Drache? Das ist ja jetzt irrelevant. Ich rede von Wasser und Eis. Warum ist denn Eis schwach gegen Wasser? Das ist irrelevant, wolltest du sagen. Wie wird es nochmal gestartet? Steht da nicht hier so ein im Haus drin? Im Haus drin? Ja, bei mir gerade ein bisschen glitchy. Nein. Just Shocks, du heißt einfach so Just Shocks, weil es gibt einen Streamer, der heißt auch Just Snocks. So ähnlich. Habe ich euch die letzten Monate über immer verwechselt. Hier ist niemand und muss ich mit dem reden? Heute ist Samstag, das heißt heute findet ihr das Kaffeeturnier hier. Mensch, soziale Interaktion. Dein erstes Pokémon Hallas, Sonja, das ist perfekt. Ich fange uns jetzt ein, achso, ich muss das erste nehmen, was kommt. Aber das Interessante ist, ob man dann gewinnt. Wie, also gewinnt man dann das, was das Sichlor wäre oder zählt das dann, zählt das dann neu nach Stärke oder Seltenheit. Das ist ja interessant. God is encounter eight. Okay, ich darf fangen ein. Aber hey, nice. Dann entwickelt es sich wenigstens, sehr früh. Kann auch sein, dass das geskriptet ist hier und gar nicht random ist. Mal schauen, was du kriegst. Aber das gibt mir sicher keinen Sonnenstein. Das Turnier basiert auf HP. Ja, dann habe ich verloren. Auch in Hard Gold und Soul Silber? Turnierball. schade Marmelade. Hat man unendlich Bälle eigentlich hier? Ich glaube, man hat nur 20 Minuten Zeit. Komm. Okay, ich habe es. Nice. Spitznamen, Spitznamen. Ich war am Bebspammen. So krass. Okay, wer möchte das Käfer-Turnier Mon sein? Hä? Es geht nicht. Ach, es geht erst, wenn man es wirklich behält. Wahrscheinlich erst danach. Das gehört mir noch nicht. Aber da auch nochmal. Wenn du da ankommst. Wer gewinnt? Gesichte. Ich erzähle jetzt eine Sündige Gesichte. Platz 3 mit einem Smetbo. Ja, ist ein Trainer. Platz 2 Sichlor. Sichlor hat verloren. Und Platz 1 mit einem Pinzi oder Blutzug. Mit einem Raupi. Was? Scheiß und Forstelka. Bitte mach kein Finale. Kannst du fliehen? Nein, das ist ein Trainer. Trainer. Das überlebst du aber in Finale locker. Oh, aber das überlebst du. du bist 10 Level höher. Ich glaube, das ist nicht randomized hier, weil sonst hätten ja auch alle verschiedene Pokémon da stehen. Vielleicht. Das ist trotzdem immer ein bisschen unangenehm hier. Aber wusstet ihr, in Silber und Gold gibt es einen Trainer, wenn der mitmacht beim Käfer Turnier, dann gewinnt der zu 99% oder sowas. Also da kann man direkt resetten, wenn der Trainer überhaupt dabei ist. Vielleicht ist das auch so ein Ding hier, weil warum sollte man mit einem Raupi gewinnen? Vielleicht ist das ein Level 20 Raupi. Oh, Musik? Läuft das jetzt weg? Wahrscheinlich nicht. Das hat mir. Threacon ist auch nicht weggelaufen. Spitzname. Wer möchte das Käfer Turnier Mon sein? Gibt es jemanden? Ich meine, aus diesem Honlyu könnte eine Maschine werden. Mewtwo. Zum Beispiel. Du, Evo Katus. Ist immer schwierig, wenn ihr mit Emotes antwortet. Ich war mir vorhin bei Noodling auch nicht sicher, ob er wollte. Vizeros schreibt Lich, aber ich denke mal, du meintest ich. Aber das hatten wir schon. Keros hatten wir schon. Ziemlich sicher, oder? Keros hatten wir doch schon. Schreibt gutes altes germanisch, dann wissen wir, ob ihr ein Honlyu beziehungsweise ein anderes Honlyu sein wollt. Ja, aber ich war auch sehr schnell wieder tot. Fair. Ach, Samu wurde auch ein Fun, obwohl er Samu war zwei Sachen, glaube ich auch. Dann nimmst du auch das Pokémon. Okay, dann nennen wir es Rätia. Ich werde es jetzt direkt entwickeln. Wir sind doch die Kuschel Community. Also Rätia und ich gehe es jetzt direkt entwickeln, okay? Ich weiß, lass mich mal fangen. Okay, dann warte. Ich gehe jetzt auch zum Käfer Turnier. Wir sind jetzt hier, aber das war jetzt tatsächlich dann dumm. Wenn das wirklich gescriptet ist, dann solltest du lieber ohne Turnier ins Gras gehen. Ich will ja auch ein Honlyu. Ich will auch mal was entwickeln. Im Endeffekt. Na gut, na gut, na gut, dann gehe ich jetzt ins Gras und trainier hier. Ich will auch entwickeln. Ich will auch mal Captain sein. Schaut, das zum Beispiel wäre ein gutes Pokémon gewesen. Also ganz ganz so einfach ist das gar nicht zu antworten mit den Drachen und Feen. der japanischen Folklore treten Drachen normalerweise als freundlich und weiße auf, also so wie ich. Feen existieren in der Form, wie sie im Westen kennen, eigentlich nicht. 20 Turnierbälle bekommt man. Sagt der Typ. Man sieht gar nicht wie viele. dieses Bolterus hinter dir. Ich mag Bolterus, auch wenn du es nicht magst, ich weiß. Ich finde es nicht, also es ist okay. Und ist es gescriptet? Ja. Das Schmettbo entwickelt sich nicht. Können wir trotzdem sie kurz ins Team reintun und schauen, was aus meinem wird? Ja, ich versuche es halt zu fangen. Schlaf. Bruder. Was hätten wir hier noch gehabt? Ah, ich kann gar nicht wechseln. Cool. Ja, aber du hast nur eins. Okay. Stolrag hätte sie auch noch gegeben. Ja, wählen wir mal nicht ins Käferturnier. Ich habe das Gefühl, dass Madbook kann nur schlafen, Bruder. Es sollte auch Konfusion glaube ich können auf 10. Wir haben hier in Irland gibt es den Brauch, dass es gibt so Leute, die wahrscheinlich mit ihren Kindern machen, die basteln so kleine Türchen und kleine Häuschen, so zweidimensional, aber so. Und die kleben die dann gegen Bäume. Das heißt, wenn man hier so durch Parks durchläuft, sind an all den Bäumen so kleine Türchen geklebt, die alle unterschiedlich aussehen und es sind halt Feen zu Hause, wie man den gebaut hat. Knuffig. Knuffig. Das machen die hier mit Feen. Und in Island, als wir dort waren, ist ja auch interessant, dass wenn die da Sachen bauen, dann bauen die immer um Steine rum. Das heißt, da sind zum Beispiel Stege mitten im Nirgendwo, wo halt die Touristen drauf gehen können. Du willst es noch fangen, du schaffst es. Aber zum Beispiel der Steg ist dann auf einmal einfach ausgeschnitten, weil dann Stein war. Und dann bauen die halt den Stein integrieren, die dann bauen außen rum, weil die der Meinung sind, der Meinung, der festen Überzeugung sind, dass jeder Stein ein versteinerter Troll ist. wie aus der Hobbit. Deswegen werden die Steine alle so gelassen, wie sie sind. Die Hobbit-Filme waren auch ganz gut. Ich habe mir die achtmal gekauft, dann hatte ich ein Hobbit. Informatiker-Witz. Mit Herr der Ringe kombiniert. Mega. Brüller. Knaller. Weißt, ich wollte gerade einfach ein ernsthaftes Gespräch anfangen darüber, ob die Hobbit-Filme gut sind, aber dann ist mir schnell aufgefallen, dass einfach wieder ein dummer Witz draus wird. Der war voll gut. Der war tatsächlich nicht schlecht. Wie oft hast du den schon im Stream gesagt? Ich bin auf dem dritten Platz mit Schmettbo. Kriegst wenigstens, kriegt man dann was dafür? Wenigstens kriegst du was. Hier hätte man Barschwa fangen können. Das wäre eine richtig schöne Asozialentwicklung gewesen. Barschwa ist nämlich die Schönheitsentwicklung. Das hätten wir nicht geschafft. Eine Citro-Beere. Mega gut, dafür hast du den Follower verdient. Nice. Dafür lohnt sich doch das morgendliche Aufstehen. Vielen lieben Dank für deinen Follower. Dankeschön. Darf ihn nicht loben, sag ich ja. Man darf nicht reagieren, wenn solche. Wobei bei dem Hobbit ist okay, der ist nicht schlecht. So, wer war denn Schmettbo? Hilf mir mal. Blauer Name. Was? Blauer Namen. Gehst du nicht nach Farben? Raetia. Raetia. Wie, siehst du keine Farben in deinem Chat? Für mich existieren nur Farben und keine Namen. Die riechen besser. So, du bist ein wunderschönes Schmetterling. Darf ich jetzt mein Horn holen und entwickeln? Von mir aus. Warte mal, da musst du es ja ins Team nehmen, ne? Ja, kurz. Also, wenn es was Gutes wird, dann können wir drüber reden. Aber wenn es was Schlechtes wird, dann ist eh egal. Ist ja voll der Stress. Geil, ich dachte vorhin halt wirklich, dass es logisch wäre, dass wir bis zu Jasmin kommen. Aber wir sind noch nicht mal in der dritten Arena. Ja, wobei, ab hier geht es ja flotter. Also, von hier kommst du ja direkt nach Teak City. Und dann geht es eigentlich direkt, also, es kommen ja keine Höhlen mehr, es ist dann halt nur noch diese lange Seereise, wo dann noch mal ein bisschen nervig wird. Aber alles andere ist ja dann in Joto relativ kurz. Und Siegestraße vielleicht noch. Wenn du das sagst. Ich kenne mich aus mit Pokémon. Ey, Potrot würde ich ins Team nehmen. Potrot ist einfach großartig. Der Radladen ruft an. Ich fahre mit ihm gar nicht. Krasse Werbung gemacht. Kauft jetzt Fahrräder. Ich habe aktuell gar kein Fahrrad. So, kurz gucken, was passiert, was aus einem Horn-Lio wird. Es sollte sich ja sofort entwickeln. Wegen Kokuna. Stimmt, ich muss gar nicht erzählen. Das ist korrekt. Remorade. Das könnte man ein bisschen lauter machen. Oh, kann Remorade Psy strahlen. Oh. Und es wird es hat kein Level gekriegt, was? Ein Latios. Ich habe gar nicht hingeguckt gerade. Ich habe es gemerkt. Wow. Geiler Soundtrack. Warum willst du ein paar Trott nehmen? Weil es cool ist. Das ist wie warum Nase ein Pichu genommen hat. Aber weil es ein süßes Pichu kannst nicht wickeln. Potrott hat um einiges mehr Charakter als Pichu. Ich könnte Wandler machen. Okay, es ist schon weg. Jetzt kriege ich aber mit den Level ab. Okay, Raetia. Was wirst du denn jetzt? Kugel Mama. Wir sind gespannt. ein Amoroso. Noch, ich brauche keine Wasser Pokémon mehr. Ich habe so viele. habe jetzt vier Wasser Pokémon. Iceblatt nicht im Team? Nee, ich muss es nicht im Team lassen. Übrigens haben ich gerade schon die Regeln gebrochen, weil du dein Smetbo nicht im Team hast. Du ist letztes Jahr eh auf der Box. Ich tue es wieder zurück. Aber es ist cool, ich mag Amoroso. Ich will nicht noch eins haben. Regeln? Die hat sich doch nur jemand ausgedacht. Die universelle internationale Naslog Soul Link Randomizer Turnier Universität. Mögen wir die Dukatia Musik? Was soll Dukatia eigentlich für ein Holz sein? Die Dukate? Ist das ein Holz? Nein, Dukaten wegen dem Geld. Okay, aber eigentlich ist... Weil es eine reiche Stadt ist. Was sind Dukaten? Kenn ich gar nicht. Dukaten ist eine Währung gewesen. Ja. Im lustigen Taschenbuch. Was weiß ich wo. Enten Hausen. Enten Hausen, Dukaten, kennt man doch. Alex, 95, vielen lieben Dank für den Follower. Dankeschön. Dukaten, hallo Chat, jetzt helft mir mal. Dukaten. Weil, soll ich jetzt Graudern mit meinem Sepa besiegen? Oh, was ist gerade mit Discord-Übertragung los? Die bricht bei mir gerade voll ab. Was ist gerade voll mit diesem Bild hier los, wenn du es mal anguckst? Ja, das meine ich, es sieht richtig gut aus. Münzler aus dem 13. Jahrhundert, Dankeschön. Ja, aber ich dachte, in Gen 2 sind alle Städte nach Holz benannt. Eben Holz, Teak, Marmorier, Moment. Das ist immer, das wird immer gesagt, alle Städte in Joto heißen nach Holz. Deswegen dachte ich, es gibt auch ein Lukazien, aber es sind Akazien, wie die heißen. Ja, es sind Akazien. Ich traue mich nicht, Akwaknarre, aber Akwaknarre könnte kälen, aber was ist Sepa? Dann ist es ein Bolterus. Nee, ich riske nicht. Neuborkia, exakt, ich sag doch, Holz. Die Borke. Der Borkenholz. Borke, das ist relativ eindeutig. So schwach. Bis Boden. Vielleicht, weil es, achso, wegen Sonnenlicht. Oh, ein Empoleon. Das heißt, ich kann hier ganz viele Graudons finden. Empoleon, so ein cooles Pokémon. Geht so. Was? Der Napoleon, der Pokémon. Mon. Ja. Was tust du denn schon wieder, Leo? Ja, ich muss noch ein bisschen mehr, schneller XP kriegen, als nur die ganze Zeit einwächst. Spulst du die ganze Zeit vor? Ja, natürlich. Schlimm, schlimm. So viel XP geben die nicht. Für mich waren das immer Dukaten, wegen der reichen Stadt. Ja, stimmt schon. Okay, jetzt wird es langsam brenzlig. Ich sollte vielleicht heilen. Leo, schmuggelt. Ich brauche auch so ein Emote. Brauche auch so ein Emote. Schmuggelt? Was ist das für ein Emote? Ja. Und wie schon wieder der klauende Nase, Hase. Emote, Emotionen kann man nicht klauen. Emotes sind nur Emotionen. Die kann keiner erfinden. Im Englischen heißt Ducatia Goldenrod und das ist eine City, das ist eine Pflanze. Schau, die haben das so schlecht übersetzt. Ja, aber Goldenrod könnte auch reiche Stadt wegen Golden, weißt du, Ducatia, passt schon. Ja, das ist ja der Witz daran, dass es Golden und zusätzlich eine Pflanze ist. Wahrscheinlich. Okay, Vicky, Ducatia City ist die einzige Stadt Jutus, die nicht nach einer Pflanze nahe genannt wurde. Echt? Geil. Im Deutschen. Sicher? Das ist auch ein sehr gutes Emote. ein Gif-Lore. Ist das Gif-Lore oder Gif-Lore eigentlich? Ähm. Eigentlich wird das ausgesprochen Gif-L-Ore. Nee, also laut dem Erfinder vom Gif sollte es eigentlich Gif-Lore heißen. Ja, das gefällt ihm, gell? Das gefällt ihm. Nee, ich schon wieder diese Diskussion. Mein Name ist Gif. Der Erfinder vom Gif hat halt keine Ahnung. Das ist genau wie Game Freak, die sagen, Mio hat nichts mit Ditto zu tun. Da merkst du einfach. Erfinder haben keine Ahnung. Gutes Argument. Weiß. So, wie weit levelst du deine Pokémon auf, bis bis es soweit ist? Ich level gar nicht. Ich mach alle Trainer und geh dann zum Arena-Leute. Wo sind, ach so, du, ach so, da drin sind Trainer auch. Ja, klar. Wups. Dann könnte ich die ja noch besiegen gehen. dann geh ich halt auch da rein. Äh, nee, KC, du bist letztes Mal mitgevibed worden, glaube ich. Stimmt, ja. Beim letzten Team. Das ist ja ein anderer Spielstand. Das ist komplett neu hier. Das sind die neuen Abenteuer des Raumschiffs Leos Nase. Lord Mind. Und wieder speichern. Gott, immer diese Besserwisser, die immer recht haben. Okay, speichern. Schlimm, wenn Leute recht haben. Oh, da hab ich mich letztens auch so aufgeregt in einem Challenge-Run in Gothic. Jemand hat vorgeschlagen, den Wassermagier-Only-Run zu machen in Gothic 2 und hab ich gesagt, es geht nicht, weil der untote Drache nicht durch Wassermagie verletzt werden kann. Und dann hat der ewig lange im Chat rumdiskutiert und alle im Chat und ich hab gesagt, geht nicht, geht nicht, weil wir haben es getestet. Wir haben es getestet. Es geht nicht. Und er hat keine Ruhe gegeben und ich wollte ihn halt auch nicht bannen. Spiel angemacht zum untoten Drachen hingecheatet, Wasserzauber gemacht, untote Drache kriegt Schaden. Scheiße. Die Genugtuung von dieser Person war, ich konnte sie bis hierhin schmecken. Ja. Und ich dachte mir so, what? Why? Aber warum sollte es denn nicht gehen? Was für eine Logik? Das kann Drachenwut, oder? Ja. Okay, aufpassen jetzt. Warte, überleg doch erstmal ein paar Sekunden. Okay, Sandsturm, easy. Wir sind erstmal safe. Das ist ein Boden, ne? Wenn der eine Bodenattacke kann, tut dir das sehr weh. Ach, Boden, Schmoden. Was macht jetzt mehr Schaden? Glut oder Finte? Glut, weil du bist ein Feuer-Pokémon. Aber ich weiß nicht, Glut ist halt so die erste Feuerattacke, aber Finte ist auch keine sehr starke Attacke. Aber Feuer ist halt auch schlecht gegen Boden. Und schlecht gegen Drache. Drück halt nicht alles sofort, lass doch erstmal über Sachen reden. Hör mir doch zu, Glut ist schlecht gegen Drache und schlecht gegen Boden. Du hast eine Vierfachschwäche, weil du gerade Glut eingesetzt hast. Ja, du hast zuerst Glut gesagt. Ich überleg doch laut mit dir zusammen. Ach, das war doch überlegt. Ich habe schon aufgehört zu reden. Ist das ein Trainerkampf? Dann ist wahrscheinlich gewiped. Das ist ein Trainerkampf, ja. Aber er setzt vielleicht nicht immer Dinge ein. Also soll ich eher Finte einsetzen? Du sollst ein anderes Pokémon nehmen. Nicht gegen Knack-Krack! Aber hast du keins, was mehr als 40 Kp hat? Na, nicht wirklich. Also Smog macht glaube ich Vergiftung. Das wäre nice. Rauchwolke sorgt halt dafür, dass du dass er vielleicht nicht trifft, wenn er es macht. Die Frage ist, macht Finte mehr Schaden als Glut? Gibt es keine Kombi, mit der du drücken kannst, was das soll? Ich gucke. Finte wird nicht mehr Schaden machen. ja, keine Ahnung. Poké, Vicky, Finte. Finte macht glaube ich nur 40 Schaden. 60 Schaden. Okay, es sind reine 60 Schaden, es ist ohne Stab, ohne alles. Aber es hat zumindest glaube ich keine Schwäche. Das heißt, Finte ist wahrscheinlich stärker. Aber, also es ist stärker, aber ich glaube, wie er sofort drückt. Wie er ist mit Rauchwolke, all diese Taktiken, die du anwenden könntest. Finte nämlich. Zandwirbel ist schlecht, ne? Mit R und A kannst du schauen. Oh, die Schultertasten. Du musst es einfach treffen, ne? Ich muss es einfach treffen. Ja, du hältst ja sowieso noch zwei aus. Eine. Yes! Finte trifft immer. Was? Finte trifft immer? Kann sein. Was ihr alles wisst, ey. Macht mal ein Pokémon-Eisberg. Liegt schon. Ja, mit seiner Angst vor Drachen. Feuerschlag, Len. Tu das dumme Glut weg. Nee, wenn mach ich Rauchwolke weg? Na, das sind die taktikischen Attacken, dieses vielleicht Genauigkeit und sowas. In solchen Situationen kannst du Rauchwolke machen. Oh mein Gott. Wofür brauchst du Glut? Wofür brauchst du Glut? Wofür brauchst du Glut? Weil sich ein Pokémon nur schwächen will, nicht töten. Dein Pokémon ist ein Angreif-Pokémon, was gar keine Spezialattacke braucht und Glut ist eine Spezialattacke. Ja, jetzt kommst du mit Details. Mehr Attack ist mehr gut. Komplett überlevelt. Ich wurde fast schon wieder komplett gewiped. Ja, wenn du dich mal kurz überlegst mit uns zusammen. Na, du hast gesagt, Glut ist gut. Ja, und dann habe ich weitergeredet, wo ich gesagt habe, aber Finte... Du kannst doch auch nicht an der Ampel stehen und sagen, es ist grün und 40 Tonnen schwer und dann kommt von rechts eine Müllabfuhr. Das funktioniert so nicht. Nein, aber ich kann sagen, es ist grün gleich in 5 Minuten und du rennst los. Du kannst ja auch nicht sagen, nee, das ist total sicher, in ein Flugzeug ohne Pilot zu steigen, außer und dann das funktioniert so nicht. Ja, man muss halt erst mal zuhören. Man muss erst mal zuhören, anstatt sofort. Genau, rechts ist gerade frei, wenn du noch die 5 Autos abwartest, die noch kommen. Ja, man muss halt zuhören. Ausreden lassen. Ein süßes Fully-Purba. Tot. Oh, ich kann Horrorblick. Ach, soll ich Horrorblick lernen? Bringt mir das was hier? Wenn Simsaler kommt mit Teleport, dann kann ich Horrorblick machen, dann hätte es nicht Teleport eingesetzt. Nee, passt schon. Es ist sicher ein Aseitflugzeug oder Pilot. Was hast du lieber, einen schlechten Beifahrer oder einen schlechten Fahrer? Also ein schlechter Beifahrer ist lange nicht so schlimm. Der eine hört nicht zu, der andere liest nicht. Ja. Aber was ist schlimmer? Also ich fühle mich hier im Recht bei der Argumentation. Ist Glut oder Finte besser? Ich glaube, das ist Glut, 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 Hey, Krunt levelt auch so langsam, ne? Ja, meiner levelt auch so langsam. Aber es kann sein, dass Sepa ein schlechtes... Jedes Pokémon hat ja andere wie schnell es levelt. Ich habe hier früher immer Eisturm gelesen. Das ist die Attacke Eisturm. Eisturm. Achso. So wie, ähm, Spuckball. Nee, das habe ich immer richtig gelesen. Ich habe immer Spuckball gelesen, weil es ist auch so... Bei Einigler habe ich immer Einleger gelesen. War auch gut. Einigler, Einigler. Ja, ich habe halt nie als Einigler es realisiert, sondern immer Einigler es. Als eigenes Wort, was ich nicht wusste. Äh, Crank up. Vielen Dank für die zwei. Dankeschön. Crank it up. Ah, love is. Ich habe gleich alle auf Level 20 und dann gehe ich zu Bianca. Was war denn Kramchef für ein Pokémon? Äh, Kramurks, Kramchef. Hm. Kann das was was Gutes? Kramchef ist gut, ja. Aber nichts, was du jetzt, glaube ich, Angst haben musst. Außer vielleicht Verfolgung. Nun. Ey, guck mal, Kramchef setzt Verfolgung ein. Ciao. Aber macht nichts, solange du nicht Ja. Dein Pokémon tauscht. Hä, hast du es selber getauscht? Ich habe es schon auf Tauschen gedrückt. Achso. Also, ich habe es schon auf Tauschen gedrückt, bevor er es eingesetzt hat. Achso. Ja, das dürfte aber nicht mehr als einen Schlag überlegen eigentlich. Bam. Du bist einfach Level 28. Das ist so krass. Ja, aber Krunt nicht so leveled. Bam, ba-dam, bam, ba-dam, bam, ba-dam. Ja, ein bisschen Vorspulen hier. Das dauert mir alles viel zu lang, ey. Diese Pokémon, die nicht mit One-Hit draufgehen. Ungeduldig. Du genießt ja die Spiele gar nicht. Bist ja wie ein Speedrunner. Du genießt ja gar nicht. Alle wollen mir hier ihre Telefonnummer geben. Oh, man, Tipps. So, ich glaube, das waren alle Trainer. I think. Und dann probiere ich jetzt mal Bianca. Ein Sonnenstein. Was kann ich damit machen? Ein paar Pokémon entwickeln. Zwei oder drei Stück. Evoli hat noch keine Sonnenentwicklung, oder? Nein. Warum eigentlich nicht? Was soll die Scheiße? Nein, ich habe eine Telefonnummer gekriegt. Nein, Telefonnummer. Mein Challenge Run ohne Nummer ist kaputt. Oh, guck mal, hier. Ein Eisturm. Soll ich jetzt die Dinge auch holen? Okay. Man könnte sich eigentlich echt mal überlegen, TMs anzuschauen. Ich überlege, ob ich Eisturm irgendeinem Pokémon beibringe, falls ein Niniaturm kommt. Ist das da extra gut dagegen, oder? Macht Niniaturm immer Schaden. Also so Attacken wie Sandsturm und Eissturm machen immer Schaden. Das heißt, selbst wenn du kein Pokémon hast, das sehr effektiv gegen es ist. Ähm. Okay. Ich glaube, das mache ich direkt mal. Aus Sicherheitsgründen. Macht Eissturm? In meinem Glück. Ich dachte, Eissturm ist nur eine Attacke. Aber es macht doch auch einen Eissturm. Macht es? Okay. Ich bin mir ziemlich sicher. Weiß ich nicht. Oder? Eissturm ist nicht Tagelsturm. Eben, ja, da war es. Verwechselt. Eissturm ist eine ganz normale Attacke. Ja, das war natürlich ein Test, ob der Chat aufpasst. Ich mache jetzt Bianca. Schauen wir erstmal, ob ein Level 28 Magbrand ein Level 20 Bianca besiegen kann. Ich gehe da mit meinem Level 20er Team rein. Ich habe ein bisschen Angst. Aber es kann ja auch ein Witz werden. Ja, ich auch, weil wenn irgendein Wasser-Pokémon kommt oder so, bin ich halt direkt am Arsch. Gebt euch das hier, zwei Geister. Das sieht bei dir so weird aus. Was tust du? Cheat Code. Konami Code. Oh Gott. Ich dachte gerade, Drachenwut, das wurde eingesetzt. Angstschrei. Okay, ich gehe mal da runter zum Trainieren. Hilfe! Das hat mir noch niemand gesagt bei einem Nieser. Schrei mich nicht an! Heiligt. Wusstet ihr, dass die Arena hier aussieht wie ein, äh, 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 Gengar? Nicht hier, oder? Doch, das ist hier so auch. Stimmt, das haben sie übernommen. Bam, bam, bam. Schönheit Marta. Ist Remo Raid Boden? Warum ist dieses Remo Raid gerade draufgegangen so schnell? Ah, Hilfe. Heilblockade? Das ist okay. Meine Pokémon verdienen keine Heilung. Ich check gleich mal meine TM's, weil ich hätte gern mein Milotic mit Melotic mit Eisattacke oder so. Ein Quikkel. Was war nochmal Quikkel? Ach, das Pokémon. Das fand ich auch immer so unnütz. Was? Das hat süße kleine Beinchen. Das ist ein Schwein. Hallo, ein Schwein. Ein Eisschwein. Okay, Grunt ist Level 20, aber ich will mit dem nicht kämpfen eigentlich. Das war heftig. Mammutel ist vor allem cool. Ja. Galoppa. Galoppa. Galoppa finde ich halt auch ein bisschen lame so gegenüber Ponita als Weiterentwicklung. Es verändert sich irgendwie kaum. Es wird halt einfach nur ein erwachsenes Beinchen. Das ist aber typisch Gen 1, wo man halt noch alles nach echten Tieren aussieht und kaum kaum Digimon. Kaum irgendwas krasses. Pass. Ein. Welches Pokémon Die sahen doch alle krass aus. Welche Pokémon Gen 1 sehen so richtig abgespaced krass aus? Mewtwo. Okay. Okay. Das eine der G. Hä? Habe ich jetzt gewonnen? Ja, okay. Du hast gewonnen. Verstehe ich nicht. Magma sieht einfach aus wie ein Mensch, den du anzündest und ein Arschgesicht hat. Ja, Galagaloppa ist voll geil. Galagaloppa? Das Einhorn. Ich gehe jetzt auch in die Arena. Mach doch, mach doch. Ja, ich habe alle Trainer down. Ich gehe da schon hin. Ditto ist geil. Ditto zum Beispiel ist cool. Ja, Ditto. Was fallen mir noch für Pokémon ein? Ah, also jetzt, wenn man es bei den drei Vögeln geht, zum Beispiel Lavados und Arctos sehen sehr nach einfach Vögeln aus. Zaptos nicht. Aber ich finde Zaptos und Zaptos finde ich zum Beispiel nicht. Okay. Aber ich weiß, was du meinst. Sowas wie Fucano und Akkani sieht halt sehr... Ja, das ist einfach toll. Knofenzer, Myraplas und einfach alles. Na, Knofenzer würde ich also freuen. Es ist halt ne... Ich finde die cool. Oder ich... Wie wäre es denn mit Kvapuzzi? Geile Idee gerade. Aus und nichts gekommen. Ich weiß auch nicht, woher. Habe ich mir gerade einfallen lassen. Kvapuzzi ist ne... ist ne... ist ne... ist ne Kaulquappe mit... Fäusten. Aber ne extrem krass aussehende Kaulquappe. Ja, okay, okay. Es gibt welche, aber Gen 1 hat schon sehr viele normale Sachen. Slimer ist einfach Schleim. Ich habe doch schon gesagt, ihr habt gewonnen. Foltert mich doch nicht weiter. Ich liebe meine blaue Flöte. Oh, ich wollte TMs anschauen. Ah, gleich. Irgendwie... habe ich Angst, dass irgendwann, weil wir sind in Gen 4, so Attacken kommen wie... am Abheilsbund. Ne, wie heißt das? Abgangsbund oder sowas. Da musst du richtig aufpassen. Ach so, wenn das gegnerische Pokémon stirbt, stirbt deins auch, ne? Wenn du es besiegst, stirbst du auch, ja. Und was kannst du dagegen machen? Einwechseln. Oh. Schnell ein anderes Pokémon, was nicht das Abgangsbund gekriegt hat und dann kannst du einfach killen. Aber du darfst halt nicht... aber nicht vergessen. Ich kann Genesung lernen. Ich gucke jetzt mal TMs an. Vielleicht habe ich ja... Ich würde halt gerne endlich mal meinen Crunt Level 20 kriegen, aber das levelt so langsam. Ich trainiere schon seit Stunden nur das... Medienleveln langsam. Das ist ein Fossil? Ja, das ist ein Fossil. Kannst du dich einfach so fangen? Ne, also nicht bis... ...Gen... ...9, glaube ich. Vielleicht auch davor irgendwann. Furbo-Dreher-Kosmik-Kraft. War das nicht geil? Ne. Frostbeule. Rollangriff. Spinnennetz. Ich habe Feuerzahn. Wer kann Feuerzahn lernen? Mew? Ah ja, Mew kann alles lernen. Das ist Pokémon Center. Genau. Mew kann alles lernen. Ich bringe mal Mew jetzt Feuerzahn bei. Oder gibt es irgendeine Attacke, die Mew nicht lernen kann? Verbraucht man TMs hier? Man verbraucht TMs, ne? Genau. Dann ist es vielleicht zu... ...verschwenderisch. Ich habe nicht wirklich geile TMs. Gegner wird mit großer Kraft getroffen. Je höher die KP des Gegners, desto stärker die Attacke. Quetschgriff. Aber ich habe kein Normal-Pokémon. Warum gibt es eine Routenschlag-TM? Ist das wegen dem Randomizer so? Wofür gibt es hier Routenschlag-TM? Ich kann nicht wirklich eine Attacke. Habe ich irgendwelche Ausrüstungssachen? Ich würde auch vorschlagen, wir holen uns Evoli, sobald jeder von uns einen Stein hat, mit dem man es entwickeln kann, oder? Achso, weil wir das statisch abholen können. Stimmt. Ja. Ja. Aber macht halt erst Sinn, wenn wir einen Stein haben. Ich habe ein Kopf-Fossil. Das ist nicht das, was du hast. Das ist das andere. Kopf-Fossil? Ne, ich meine, das Pokémon, was du hast, ist quasi das, äh... Oder ist das Kopf-Fossil? Das Bolterus. Ne, weil Kopf-Fossil ist Rameidon. Wer hat denn das andere? Schild-Fossil? Ne, eben nicht. Egal. Auf jeden Fall habe ich das Fossil, was du, glaube ich, im Team hast. Ähm... Ah, und ich habe den albernen Stein. Also, ich habe sogar zwei. Scoplin. Den albernen Stein. Ich habe... Ich kann Volltrefferquote erhöhen. Let's go. Bam, zam, bam, 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 bam. Oh, ein... Boi, Boi, Dingsbums. Aber die Arena hat überraschend viel starke Wasser-Pokémon. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Scoplinse. Das erhöht auch die Volltrefferquote. Ich habe zwei Volltrefferquoten erhöher. Die Hirntafel gebe ich Mew, wenn es mal eine Psycho-Attacke kann. Und Kengstein sorgt dafür, dass Pokémon zurückweichen. Das irrationale Angst schon wieder. Wird schon nichts passieren. Das dachten wir auch bei den letzten Challengers. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich das Aerodactyl abgebe. Ich glaube, es kommt ein einfaches Aerodactyl raus. Ich weiß die Regel nicht, wie es mit Fossilsteinen ist. Ob wir die einfach machen dürfen, oder... Ist das nicht so erlaubt? Ich finde den Weg gar nicht. Ah, hier. Ne, was? Äh, was? Au, Tropius fand ich auch immer geil. So schade, dass es keine Vorentwicklung oder Nachentwicklung hat. Wie komme ich hier... Hä? Da oben, oder was? Ach, da oben. Die Rätsel sind nicht deine Stärke in dem Spiel, oder? Ich sage ja, früher waren die Rätsel noch schwierig. In Gen 7 habe ich mich so geärgert, wie unfassbar einfach die Rätsel waren. Ach, warum setzt sich den Glut ein? Egal, One-Hit-It auch. Weg damit. Ich denke immer bei Onyx in der Gen, dass es ein Shiny ist, weil es so hell ist. Aber Onyx ist gelb und shiny. Ja, aber es ist so unglaublich hell. Ja, stimmt. Bisschen. Ich glaube, es muss halt jeder ein Fossil eintauschen, dann sind die gelingt. Ja. Aber ich meine, ist es überhaupt erlaubt, in einer Nasslock ein Fossil einzutauschen? Oder zählt das als das Pokémon, das man auf der Route findet, wo man das Fossil gefunden hat? Wenn ich jetzt im Mondberg das Fossil nehme, ist das dann... Ne, kann ja nicht sein. Das meine ich ja, zählt dann das Fossil überhaupt? Weil das nicht der erste Encounter ist. Höre Bett, Bettina. Uh, Seemon. I love it. Guck, das gehört auch zur Verwandtschaft von Fleckmon und Hundemon. Weil es ein Seemonster ist. Und... Da macht es Sinn. Seemonster, Fleckmon, phlagmatisches Monster, Hundemon, kein Hundemonster, ein Hundedämon. Ja, das denkst du jetzt aus. Nein. Guck auf Pokéwiki. Das hört sich mal so mal so an. Das Pokéwiki hat auch nur jemand geschrieben. Ich diskutiere da nicht. Hundedämon. Seedämon. Schon wieder Graudon. Mann, was ist das hier? Die Graudon Seed? Oh, ich hab die Euter an den Händen, Pokémon. Bäh. Bäh. Guck, ich sag noch Guck dabei. Dann diese roten, abgenutzten Enden, die es da hat. Bianca ist so schon egal. Nein, bin der nicht gegen. Ich hab die meiste Ahnung. In allen Gebieten. In allen. Das weiß man doch. Ich glaube, er muss niesen. Nein, nein, nein. Halt es zurück. Jedes Mal sterben dabei drei Gehirnzellen. Sehr gut. Ich brenne. Ich brenne. Mein Fisch brennt. Habe ich es jetzt? Ja, okay. Aber so krass bin ich jetzt auch nicht, dass ich mit einem verbrannten Pokémon zu Bianca gehe. Warum denn nicht? Nee, nee, nee. Ich bin sowieso, äh, ich glaube, es ist relativ fair jetzt, der Kampf. Ich hab vier Pokémon auf Level 20. Level 29. Ja, Level 29 ist echt krass, aber ich hab halt, ich hab halt nicht wirklich, ich hab halt einfach nur Trainerkämpfe gemacht und immer ein anderes Pokémon vorgeschickt zum Trainieren. also, ich hab nicht mal gecrindet richtig. Ich kann doch nichts dafür, dass die Levelkurve hier so weird ist. Ist doch nicht meine Schuld. Wer war der dritte Astronaut bei der Mondlandung? Äh, Buzz Aldrin bestimmt. Das war der zweite. Hi, Avalarion. Okay, bist du jetzt auch da? Wo, wie geh ich? Ah. 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 Okay. Das war der zweite. Ich weiß immerhin was. Ja? Also, bei You Don't Know Check hab ich euch alle abgezogen. Ich möchte das nochmal hier veranschaulichen. Rex Blizzard, guck. Du machst jetzt einfach eine Stein-Attacke. Nein. Nein. Ich sag gar nichts. Ich bin da nix schuld. Mach bitte keine Stein-Attacke. Bei mir ist Geradax. Feuer-Attacken scheinen ganz gut zu sein. Meryl. Okay, ich hab, ich brauch keine Angst hier haben. Was bekomm ich? Roselia. Zum Glück. Wenn die Mil-Tank hat, ist die halt ein bisschen billig. So. Hatte die im Original nicht drei Pokémon? Nee, Pipi und Mil-Tank. Wir haben ein bisschen zu viel Angst gehabt, glaube ich, vor der Arena. Kann das sein? Die war jetzt irgendwie leichter als die zweite. Ja. So ist das. Dafür kommt irgendwann ein Trainer zwischendrin mit einem Knackrack. Mäh, muh, ba, ba, ba. Oh nein, Bianca ist am Weinen. Schnüff, schnüff, schnüff. Hi, Tarja. Team 45. Was ist das hier? Ist das Walzer? Der Basis-Orden. So basic. Okay. Machen wir noch weiter. Äh, Cinau Wernizem. Vielen lieben Dank für den Prime-Sub. Dankeschön. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dankeschön. So, dann geht's jetzt auf nach Teak City. Dürfen wir Mogelbaum, also dürfen wir so Encounter fangen? Sowas wie Mogelbaum? Ja. Oder? Ich weiß gerade nicht. Ich weiß nicht. Nee, Moment, steht es auf der Liste? Als nächstes haben wir Route 35, Nationalpark, dann Route 36, dann Route 37, dann die City, Teak City und dann der Burn Tower. Also hier steht nix von Mogelbaum. Dann kein Mogelbaum. Außer du sagst halt, das ist der erste Encounter auf der Route. Ah, okay. Aber ich weiß halt nicht, ob Mogelbaum ist. Ist ein Mogelbaum nicht exakt zwischen all den Routen? Ich brauche jetzt erstmal eine Kanne. Wir müssen gucken, welche Route das ist. Weil die eine haben wir ja schon. Es kann sein, dass es halt die Route ist, wo... Ah, wir müssen erst die Kanne, genau. Ah, schick die Kanne. Wie schaffe ich es gerade so immer, dich aufzuholen, indem ich vorspule? Was machst du? Ich nehme jetzt, ich mache jetzt so viel Vorsprung. Der Leo am Schmuggeln und trotzdem hinterher hinken. Ich gehe hier lang. Ich checke jetzt mal die Routen hier lang. Also das ist der Nationalpark. Und das hier ist Route 36. Ja, ich kenne das auch so, dass man feste Pokémon fangen kann, weil dann halt die Encounter, wenn die randomized sind, dass die halt auch cool sein können. Ja, ich glaube nur, ich glaube, das Mogelbaum ist nicht randomized. Was? Aber das ist doch ein legendäres Pokémon. Ja, aber das Toggle-B war auch nicht randomized. Schau, ich spule vor und du bist auch schon hier. Wie machst du das? Ich bin halt Speedrunner. Ich glaube, die Textgeschwindigkeit ist bei mir immer noch auf 1. Ja, weil hier bin ich von hier unten gekommen. Hier war 35. 35 haben wir gemacht. 36 haben wir halt nix. Und 36 ist entweder das hier oder der Mogelbaum, weil 36 hier ist immer noch Mogelbaum ist auf Route 36. Wir können jetzt sagen, also ich finde, wenn es randomized ist, können wir uns das überlegen. Wenn es jetzt nur Mogelbaum ist, würde ich sagen, wir dürfen es nicht fangen. Ja, dann check mal. Beziehungsweise ich darf es fangen, wenn es jetzt mein erster Encounter ist. Wenn das jetzt mein erster Encounter ist, muss ich es fangen. Oh, warte mal, Kindwurm ist ein Drachen-Pokémon. Aufpassen. Ich weiß nicht, ob ich das checken. Also ich sage, ich sage, ich will ins Gras und dort mein erster Encounter haben. Ich gehe ins Gras für den Encounter. Als erstes besiege ich dich. Mein Text ist auf maximale Geschwindigkeit gestellt. Nein, das ist der Kampf gegen den Typen. Das wäre geil. Das wäre geil. Coole Schulkind mit Darkrai direkt als einziges Pokémon. Nein, ich will deine Nummer nicht, auch wenn du cool bist. Okay, mein erster Encounter ist, ich könnte neue Pokébälle kaufen gehen. Ich habe ein bisschen Geld jetzt wahrscheinlich verdient. Egal. Du schaffst das. Du kriegst bestimmt kein Legendary oder so. Nee. Der die Ursa. Wenigstens entwickelt sich das mal. Oh, ich bin aber knuffig. Ja. Sollen wir dich fangen, sag mal. Willst du jetzt Mogelbaum oder suchst du im Gras was? Das kommt darauf an, ob es randomized ist. Ich glaube nicht, dass Mogelbaum randomized ist. Weil Toggepi war auch nicht. Ja, Toggepi ist aber was komplett anderes. Das ist ja ein Ei. Das ist ja, also ein Item. Ja, es ist etwas, was statisch im Spiel fix ist. Ich gehe jetzt gleich zu diesem Mogelbaum hin und überprüfe es. Ja, aber wenn das, aber egal was es ist, du musst es fangen. Mir doch egal. Ich sag Mogelbaum. Ein Legendbär. Schuldkind mit Driftlern wäre schwierig, genau. Es ist ein Mogelbaum. Ein Mogelbaum. Das fange ich nicht. Hallo, hallo, Teddy Ursa. Hallo, hallo. Teddy Ursa ist süß. Ich schläg's auch. Nee. Ich trau mich nicht anzugreifen. Das war vielleicht nicht so gut. Steinwurf kann dir nichts anhaben. Du bist Stein. Aber Stein gegen Stein ist voll gut. Macht gar keinen Schaden. Ja. Oh, ich kann Donnerwelle. Heil. Gott, die Nase ist neuesten. Die Pappnase. Du überlebst Donnerschock. Du überlebst auch noch einen Donnerschock. Ich weiß, dass Schlecker dem Teddy nichts getan hat. Mensch, versteht ihr gar keinen Sarkasmus? Ich weiß, bei so viel Quatsch, den wir labern, könnt ihr alles ernst nehmen. Oh nein, ein Mogelbaum brennt. Dann hast du jetzt genug Zeit, um Pokéball einzusetzen. Hey, aber Verbrennung ist so, wie wenn's paralysiert ist, wie bei mir. Wer möchte Teddy Ursa ein Mogelbaum sein? Wenn. Meins hab ich. Bäume können doch gar nicht brennen. Ja. Max? Okay. Wenn du's fängst, dann heißt es Max. Einfach nur Max? Wir können's auch Rare Max nennen. Ja, mal gucken. Also, das Mogelbaum verbrennt grad eher. Ich nenn's schon mal Rare Max. Ich muss meinen Vorsprung ausbauen. Waldbrand. Dann besiege ich mal kurz was Mogelbaum. Zwei Brände könntest du noch überleben. Ja. Uh. Aber es sind dann gar keine Encounter-Randomized? Also auch nicht Lugia und Ho-Oh und so? Nee. Das sind statische. Die stehen da. Ach, und die hast du nicht, die hast du gar nicht randomized. Das war halt so komisch formuliert. Das stand halt da von wegen Tausch-Pokémon. Und ich dachte mir, ja, Tausch-Pokémon brauchen wir eh nicht. Und dann hab ich das gelassen. Aber ich dachte nicht, dass die da auch mit drin zählen. Did it! Nice. Last. Last Chance. Aber auch Mogelbaum entwickelt sich halt leider nicht. Mogelbaum entwickelt sich nicht. aber mein Tja, die Ursa kann sich irgendwann entwickeln. Max. Nice. Ich glaube, oben ist jetzt nochmal eine Route. Ich glaub auch, dass das eine extra Route ist, ja. Weil hier macht man die... Ja, aber ganz kurz nochmal ins Pokémon Center. Hier macht man die Roamer Resets, weil hier drei Routen aneinander kommen. Das hab ich im Video kapiert. So, dann geh ich mal ganz kurz ins Pokémon Center. Ich bin schneller, ich bin schneller, ich bin schneller. In Viola City könnte man jetzt sogar angeln. Ich bin schneller, ich bin schneller. Oder Kopfnuss machen. Stimmt. Oder geht hier Kopfnuss? Doch, oder? Oder sind die zu groß, die Bäume? Nee, müsste gehen. Ich denke die ganze Zeit an die Originalbäume, die waren so klein. Ja. Soll ich eine Kopfnuss hier drin machen oder angeln? Angeln ist halt an low level. Aber Kopfnuss wahrscheinlich auch. Die Pokémon Namen zu kombinieren als Mogel, Ursa oder Teddybaum. Stimmt. Wäre auch gut. Soll man hier direkt was machen? Ich meine, wir können... Du kannst Kopfnuss, ich kann angeln. Okay, dann mach ich mal Kopfnuss. Let's go. Aber, ja. Ich wollte gerade sagen, dass ich kein Wasser-Pokémon will, aber das ist eh egal. Mal gucken, was dabei rumkommt. Das ist nicht der richtige Ort, um das einzusetzen? Was? Geht auf der Brücke nicht, oder wie? Auf Brücken darf man nicht angeln in Deutschland. Verboten. Was ist das? Oh! Ein Tank. Ein Tank. Ein Tank. Aber auch wieder Freundschaftsentwicklung. Ist das doch krank mit dieser Freundschaft in Gen 4 hier. Da ist ein Zaun an der Brücke. Ja, da passt sicher keine Schnur durch. Bei mir kommt übrigens kein Pokémon. Das Geheer und mehr. Fester, stärker. Gibt's in der Stadt überhaupt Pokémon? Also lauter Liste schon, aber vielleicht musst du wie ich angeln. Ich angel. Baktischita. Und das Lustige ist, falls ihr das vergessen habt, ich weiß nicht, ob die das in HGSS auch gemacht haben, aber wenn man tagsüber Habitacks findet, schlafen die. Oder andersrum. Wenn man nachts Habitacks findet, schlafen sie. Und who tut's? Ich weiß übrigens nicht, wie das Angeln funktioniert. Wie funktioniert Du setzt die Angel ein und dann musst du auf das Ausruhezeichen warten. Und dann A drücken, oder was? Ja. Nice. Herzlichen Glückwunsch. Oh, Musik? Oh. Ne. Okay, dann warte ich jetzt. Dann warte ich jetzt. Bevor ich jetzt 100 Bälle verschmeiße, lasse ich dich. Wie viele Bälle hast du überhaupt inzwischen? Und hast du mal ein paar Hyperbälle dir besorgt? Also, gelber Bereich reicht und einschläfern. Hypnose kannst du machen und gelber Bereich reicht. Danach hast du 1,6 Prozent. Wunderschönes Leggy. Wie er Kopfnuss macht, einfach ohne kurz zu überlegen. Ei, ei, ei. Also, ich hatte heute schon Mewtwo. einen großen Aal an der Angel. Ich hatte heute, stimmt. Ich hatte heute schon Mewtwo. Ist das gelber Bereich? Oder ist das? Ja, das reicht. Das reicht. Sicher? Ja. Ist das noch ein Tackle hinterher? Kannst du machen, das bringt nur nichts. Sagst du. Sag ich und die Fangkalkulator-App und die Fangchancen von Gen 3 und Gen 4. Die exakt gleich sind. Aber wir haben ja nicht mal kurz überlegt, ob er einen Kopfnuss aushält, sondern einfach Bäm, Kopfnuss drauf. Ja, das war doch nichts zu rechnen. Ja, okay. Besser als Clued. Regi-Eyes heute gefailt. Mewtwo gefailt. Haben wir nicht noch ein dritter Sledgy gefailt? Ja, Heatran gefailt. Du schaffst es jetzt. Wie viele Bälle hast du? Ein paar. Okay, du hast... Das heißt, du hast vielleicht auch wieder das Problem mit den AP. Wie ich vorhin. Kann ja trotzdem hier so. Mehr Superbälle kaufen sollen. Janira hält so viel aus. Ist auch das Rayquaza-Team gekommen? So dieses Ding... Ja, ja. Das ist Deoxys. Unten B. Ja, 1,6%. Das kann dauern. Du musst echt hoffen, dass die AP ausreichen. Die Frage, was es kann. Aber auf Level 10 kann es halt noch nichts. Mir doch egal. Ich will einen Rayquaza. Oh, 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 Volltreffer. Ach, es heilt sich. Kümmer du dich erst mal, dass du das Janira fängst. Ja, das kriege ich jetzt. Am Ende fange ich das Rayquaza und du das Janira nicht. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Ich habe aus Versehen einen Volltreffer-Donnerschock gemacht. Aber es hat es gerade so überlebt. Aber ja, also ich werde meins auf jeden Fall fangen. Ich warte jetzt darauf, dass du es fängst. Ja, wenn die Hypnose mal treffen würde. Ah, 60%. Warum hat Nase 4? Weil Nase nicht zählen möchte. Nase ist auch bei 3. Pass auch auf, dass deine nicht verrecken. Oh mein Gott. Okay, jetzt Bälle, 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 Bälle. Soll ich vorher noch mal wechseln? Nee, passt schon. Oh, ein Volltreffer würde Halasson umbringen. Mein schönes Rosana. Das wäre denn Rosana. Scheiße. Komm schon. Ist es besser, Premiere-Ball zu werfen? Das ist alles eins. Aber was ist der andere Ball? Turbo-Ball. Was macht Turbo-Ball nochmal? Warte. Der ist sehr schnell. Ja, ist das für schnelle Pokémon? Ja, das steht nicht da. Effekt. Entsprechende Bonus bei einer Basis-Institut von 100. Oder merkt, bei allen anderen Pokémon-Strichte-Fangschau sind ja das Pokéballs. Okay, also die Fangschauce wird erhöht, wenn die Initiative-Wert mehr als 100 hat. Bei einem Level 10 Reikwasa, glaube ich auch, wenn es sacken schnell ist, ist der Initiative-Wert nicht über 100. Ich glaube, es macht keinen Unterschied. Leute, korrigiert mich, ist der Initiative-Wert von Reikwasa auf Level 10 100? Oder geht es um den Basis-Wert? Ich glaube, es ging um den Initiative-Wert, nicht um den Basis-Wert. Der Basis-Wert ist safe über 100. Ihr könnt es überhaupt aus einem Ball ausbrechen, wenn es schläft. Voll undrealistisch. Das habe ich als Kind auch immer mir gedacht. Genau wie paralysiert, einfach so. Und das bricht trotzdem aus. Damit wird der Basis-Wert gemeint. Das stand so, aber nicht da. Jetzt ein Volltreffer. Turboball. Er wird eh gleich... Jetzt musst du es eintauschen. Oder heilen, bitte. Hier steht einer Basis-Initiative. Okay. Also du könntest, wenn es schläft, auf jeden Fall mal den Turboball ausprobieren. Aber es wird die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich einfach nur verdoppeln. Jetzt kriege ich es nicht mehr eingeschlafen. Kannst du es nicht heilen, dein Traumato? Ja, ich habe halt so Senilbären, aber... Die Senilebäre. Ja, komm, da wäre viel über Pokébelle. Das wird schon jetzt ohne schlafen. Let's go! Jetzt sind wir bei einer Chance von 0,8%. Ich schätze, wenn du Turboball wirfst, ist es doppelt so gut. Höchstens. Wenn nicht nur 1,5 Mal. Rayquaza hat Bades-Init von 95 bloß. Was ist das für ein slowes Viech? Dann ist echt egal. Turboball ist vierfach. Ja, aber anscheinend ist Rayquaza 95. Was ist das für ein... Hä, Rayquaza sollte eines der schnellsten ever sein. Das ist doch Schlange. Das ist einfach ein Turboball. Pass auf. Ah, das könnte so viel... Verschwendung. Schade. Das wäre jetzt geil gewesen, wenn es einfach beim Turboball drin gewesen wäre. Ja. Wäre, wäre, Fahrradlenker. Premiereball. Oh. Geht schon. Ich habe noch Zeit. Ich drücke unten B. Also es würde schon einen Unterschied machen, wenn es zumindest gedonner wellt oder so. Kannst du irgendwie donner wellen. hast du einen Ampharos mit Statik. Ist ihm egal. Er schmeißt die 0,8%. Ich drücke nach unten B. Das bringt viel mehr als Schlafpuder und Paralyse zusammen. Das hat mir mein Schulfreund damals gezeigt. Aber ein Zenit-Stürmer kann ein Level 10 Rayquaza nicht. Ach, komm schon. Das war nur ein Wiggle. Das war zwei Wiggle. Okay. Ich will einen Rayquaza. Ich will das durch die Scharniera nicht unbedingt, aber lecker Eier zum Frühstück. Kannst du nicht noch Tromato heilen und dann noch mal Hypnose machen für die letzten fünf Bälle oder sowas? Ich sage das ohne Hypnose. In meiner Zeit haben wir sowas nicht gebraucht wie Hypnose. Aber der ist wie ich die Nase. Es ist immer, wenn jemand im Chat sagt, warum machst du es nicht mit Trugschlag, sage ich jetzt erst recht ohne. Jetzt erst recht ohne Hypnose. Ich habe deinen Witz nicht überlesen. Ich dachte, du hast dich verschrieben. Nein! Es hat dreimal gewiggelt. Tja. Tja. Aber das heißt, dass es nah dran ist. Es überlegt sich, dich anzuschließen, sich die anzuschließen. Pass auf, dein Magbrand auf. Das Magbrand ist mir scheißegal. Pass auf, dein Magbrand auf. Volltreffer. Aber hier kann ich jetzt, ich könnte jetzt hier die ganze Zeit angeln und Chaneiras grinden. Falls sich das beruhigt. Oh mein Gott. Gut, jetzt kommt kein Volltreffer mehr. Jetzt war gerade einer. Kann das eigentlich noch was anderes außer Windhose? Ja, inzwischen nicht mehr. AP. Kannst du dich bitte heilen? Ja, oder so. Auf der anderen Seite wäre es auch zu einfach, wenn du es jetzt kriegst. Ey, ey. Dein Grund kriegt ein Level, wenn du es besiegst. Toll. Ich freue mich. Endlich. Mega. Ach, eins. Letzter Pokéball-Chat. Wir müssen believen. Das ist ja ein Dreier-Wiggel und dann Klick. Oder so. Okay, Chaneira, auf Wiedersehen. Gib mir all deine XP sofort. Belasto. Habe ich noch irgendwo einen Meisterball versteckt? Ey, früher waren doch legendäre Pokémon nicht so schwer zu fangen. Doch, früher waren sie schwer zu fangen, heute sind sie nicht mehr schwer zu fangen. Nein, ich erinnere mich genau, dass ich zum Beispiel Mewtwo mit 126 Meisterbällen locker gefangen habe. Daran erinnere ich mich genau. Ignorieren, Leute. Ignorieren. Wenigstens nicht gewiped. Oh ja, wenn er gegen Level 10 quasi gewiped wäre. Ich meine, vielleicht kannst Drachenboden. So eine Scheiße, es ruft auch noch die scheiße Mutter an, ey. Und da hatten wir 100 Hyperbälle dabei, genau. Ich habe meiner Mutter gar nicht meine Telefonnummer gegeben. Doch, ich habe immer mit normalen Pokébellen gespielt, weil ich nicht daran geglaubt habe, dass Superbälle und Hyperbälle besser funktionieren in Gen 1. Mhm. War eine Lüge. Also in Gen 1 wirkt tatsächlich Paralyse nicht. Also für Fangchance. Hier ist 37, nächster Encounter direkt. Ich gucke. Warte, ich gebe Bale mal kaufen. Wir haben Kohle. Jetzt kriege ich gleich Lergy. Das wäre das dritte heute, was ich kriege und nicht fangen kann und alle meine Pokébälle auffrisst. Ja, guck, ich habe jetzt 50 Pokébälle habe ich jetzt. Warum kaufe ich keine Superbälle eigentlich? Ich habe Superbälle gekauft. Passt schon. Also Rayquaza ist ja in meinem Smaragd-Spieldurchgang im ersten Ball drin geblieben. Genau wie mein Kai Oga. Dafür hat Rijidiga so ungefähr 300 gebraucht. Okay, ich gehe hier ins Gras. Ich gehe ins Gras. Viel Spaß. Es ist ein Nokchan, das mich vorhin fast gewiped hätte. Na dann kann sich auch nicht entwickeln. Hat das hier noch keine Entwicklung? Nokchan hat noch nie eine Entwicklung. Du denkst, andere baut es. Driftlon. Brauche ich es auch nicht. Driftlon ist voll das gute, coole, süße Pokémon. Fang es. Ja, geht so. Du kennst es gar nicht. Du hast vorhin gesagt, was ist es? Alles, was er nicht kennt, mag er nicht. Ja! Ach, ich kann keine Kopfnuss auf Driftlon machen. Schade. Ist ja ein Geist. Ist ein Geist. Überlebt es eine Glut? Äh, nicht von deinem Mark Brand. Hat er in der Nase neue Bälle gekauft? Ja, Superbälle. Ja. Wir fangen Diego erst nachdem wir äh, Lars gekauft haben. Ich hab meins gefangen. Sehr gut. Wer möchte denn ein Driftlon beziehungsweise eine Nokchan sein? Ein Nokchan. Nokchan ist immer männlich. Kikli auch. Kapuira auch. Dawnbringer. 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 Zuerst. du willst es nicht so willig ins Team reintun, oder? Ich hätte gern Nokchan in meinem Team anstatt drei Wasser-Pokémon. Jetzt heißt du Dawnbringer. Ist auch okay, oder? Dawnbringer. So, ich geh mal ganz kurz ums Eck, während du versuchst, das Nokchan da zu fangen. Ich muss auch ins Eck machen. Soll ich Angst haben, dass es Nokchan mich umbringt? Passt schon, oder? Bringere. Stimmt, der könnte Bringere schreiben. Nokchan hat doch nicht so eine schlechte Fang. Okay, ich, äh, Vergeltung. Vergeltung ist aber nicht so schlimm wie ... ... ... Ich weiß, er hört mich. Ich weiß, er hört mich, aber ... Es muss überhaupt nicht auffallen. Es kann alles unter uns bleiben. Es kann alles unter uns bleiben. Es kann alles unter uns bleiben. Das merkt man gar nicht. Ich musste mir nur Platz machen für das, ähm, was haben wir gefangen? Ich habe vergessen, was wir gefangen haben. Ähm, Was soll ich ins Team tun? Ah, Nokchan. Achso, ich fange ja gerade das, was ich ins Team reintun will. Wir sind ja hier noch. Hallo! Man hört dich nicht. Was habe ich verpasst? Gar nichts. Ich habe doch irgendwas verpasst. Gar nichts. Du müsstest dich nur umschauen. Ist dein Rosanna verreckt? Er hat Vergeltung gemacht. Vergeltung ist eine starke Attacke. Wow! Die ganze Zeit, die ich meinen Traumato gesteckt habe. Hast du? Ich habe Traumato schon trainiert, wegen Hypnose. Ja. Es war, ich konnte nichts dagegen tun. Es war, es ist, die Sterne standen schlecht. Mir waren die Hände gebunden, die Controller-Buttons waren mir gebunden. Ich konnte nichts tun. So ist es. Drachenwut, man kann nichts tun. Vergeltung von Nokchan, man kann nichts tun. Das Ding bleibt noch nicht mal drin jetzt auch. Können wir jetzt Nokchan ins Team tun? Dazu musst du sie erst mal machen. Es bleibt nicht drin, ey. Ich konnte nichts tun. Würde ich jetzt auch behaupten. Ich mir warnen, es war, so ist es halt manchmal. Manchmal kann man was tun, manchmal kann man nichts tun. Schlimm, schlimm ist das. Manchmal kennt man Wechselwirkungen, manchmal nicht. Kannst du drin bleiben? Es war bestimmt nur, weil du wieder vorgespult hast. Nee, ich habe nicht vorgespult. Aber es hat die ganze Zeit eine Attacke gemacht, die überhaupt nicht viel Schaden gemacht hat. Und auf einmal macht es eine andere Attacke, die mich einfach komplett gewonheaded hat. so, es war, ich habe zuerst angetastet und es hat mir nicht wehgetan und dann hat es irgendwann eine andere Attacke gemacht. Warum hat Leo keine Superbälle gekauft? Ihr stellt alle Fragen, die einfach keine Antwort haben und auch keine Antwort verdienen. Ihr seid doch dabei, ihr seht doch, was passiert, ihr wisst warum ich keine Superbälle gekauft habe, ihr wart dabei. Was ist mit diesem Nokchan? Warum kriege ich heute die Pokémon? Hat Nokchan Init-Wert über 100? Oh, hier hätte es auch ein Flemly gegeben, schade. Das magst du doch nicht. Achso, es hätte sich in einem Level entwickelt. Ja, es hat sich entwickelt. Wir kriegen halt nie Pokémon, die sich entwickeln. 50 Pokébälle sind besser als 20 Superbälle. Ja. Aber auch nur um ein paar. Was ist dieses Nokchan? Nee, der ist Counter, aber nicht. Auch mal einen Death-Counter? Wir haben einen Reset-Counter. Death-Counter, ich meine, wir können euch erzählen von den Taten. Im Moment, in diesem Run bin ich schuld an zwei Toten und Nase an sehr vielen emotionalen Toten. Mach. Siehst du das? Siehst du das? Siehst du den Ruck? Siehst du den Ruck? Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Hast du hingeguckt? Hast du hingeguckt? Hast du hingeguckt? redo lang habe ich meinen Weimar nicht trainiert. Sehr gut. Hast du hingeguckt, was geschehen ist? dieses Nocchan macht die ganze Zeit eine Attacke und tut mir gar nichts an und ich werfe und werfe und werfe und werfe und auf einmal entscheidet es sich die eine Attacke zu machen okay Vergeltung ist eine schlechte, ich check schon, dass Vergeltung eine schlimme Attacke ist, aber warum setzt es es dann erst nach 20 Runden ein und warum bleibt es nicht im Ball drin so, jetzt schaue ich mal was ist eigentlich Vergeltung vermutlich, weil es keine AP mehr hat es macht aber noch weniger Sinn, dass Nocchan eine Kampfattacke einsetzt und die gar nicht funktioniert und dann 20 weil AP, ja Vergeltung ist doch Unlicht, oder? Deswegen ist es so kacke eine Vergeltung ist Kampf momentan verstehe ich es erst recht nicht Vergeltung schädigt den Gegner aufgrund einer Priorität von Minus 4 diese Attacke stets zuletzt in der Kampf schon ausgewählt das ist ja eine richtige Blamasch sollte das ausführende Pokémon in dieser Runde Schaden erlitten haben, so verdoppelt sich die Stärke der Attacke Vergeltung ist Kampf, ja und ich bin Geist was ist passiert? macht mehr Schaden, je mehr Damage du hast also ich war voll erklärt mir das Vergeltung ist eine Kampfattacke ich bin ein Geist hat es Gesichte gemacht nach davor Nokchan ich dachte es mir nämlich es macht die ganze Zeit keine Wirkung, keine Wirkung, keine Wirkung ich dachte, ja Kampfattacken gehen nicht und auf einmal hat Nokchan Gesichte mit Level 15 ich sehe das nicht ein das ist unfair nein, es hat kein Gesichte es hat Verfolgung, Agilität, Vergeltung, Kometenhieb ah, es hat Verfolgung gemacht nicht Vergeltung es hat Verfolgung gemacht Vergeltung ist Kampf, Verfolgung ist Unlicht es hat Verfolgung gemacht alter, die Namen sind viel zu nah aneinander scheiße, Mann wo ist es das ist doch kacke Herr Pappner, also sagen Sie doch was dagegen ja, ich habe hier gerade Probleme ich habe eigene Probleme ach so, was passiert denn bei dir ich glaube, ich habe ganz eigene Probleme hier das ist ja ja, weil du nur ein gutes Pokémon hast ist ja überhaupt nicht wahr die anderen sind auch gut trainiert so, was geschieht hier sei langsam, langsam du hast alle Zeit der Welt was machst du für Attacken Finte ist ja besser als Glut Ikognito mach Ikognito weg ich habe schon chillt aber du hast doch vorhin dir Feuerschlag beigebracht ja, aber gegen Rihonio macht das doch keinen Sinn ich weiß nicht, ob ich glaube also Rihonio ist Stein und nicht Boden kann sein, dass Rihonio Bodenstein ist ich glaube Rihonio ist nur Stein dann macht es schon egal, es ist weg aber du bist halt physisch Feuerschlag ist auch physisch und du bist Feuer deswegen hätte ich gedacht Feuerschlag ist besser Achtung vor Kraftreserve habe ich immer Angst du bist einfach rum du kannst einen Schlag und ist weg Feuerschlag ja, aber der hat noch ein Pokémon alles gut solange es nicht schneller ist als du übrigens das Noxchan bleibt nicht drin obwohl es zwei meiner Pokémon gerade umgebracht hat es sollte so ein schlechtes Gewissen haben dass es einfach im Ball jetzt drin bleibt krass, krass dieses Noxchan ist krass ok war aber ein knapper Kampf hier Doppelkämpfe sind scheiße gefährlich ja, wenn du halt nicht wenn du nicht beide vorne hast Noxchan du musst es so wert sein ich hoffe du bist es wert mein schönes Rosana nein, Noxchan kann Vergeltung Verfolgung Kometenhieb und bevor du das nächste Pokémon verlierst ne, flüchte lieber ich hab noch sau viele was ist, aber es kann doch es ist doch was ist das was ist die Catchrate von dem vielleicht haben die keine Catchrate weil in dem Spiel sie nur verschenkt werden so, wenn ich jetzt hier schon im Pokémon Center bin kann ich die Pokémon auch gleich aussortieren ne jep oh Gott Noxchan hat eine Fangrate von 45 die ist nicht super schlecht das macht Verfolgung jetzt okay, aber Verfolgung tut auch nicht Mach's gut im Finale Tschüss und Traumato, ne oh, das hab ich so lang trainiert, Mann sorry ist die Fangrate randomized? ich könnte mal wieder speichern eben 20% Chancen mit Pokéball, oder? auch mit paralysiert und also 11% sind's wenn sind die normale Fangchance 11% ich glaube ich hab'n Bug das Spiel funktioniert gar nicht richtig also bei 20% brauche ich keine 30 Bälle schmeißen und ich habe jetzt schon ja, 20 Bälle geschmissen wie gesagt bei bei Pokéballen ist die Chance immer 50-50 entweder es bleibt drin oder es bleibt nicht drin es ist ganz einfach Greselia schön ich das dauern? mal gucken ist natürlich schneller als ich Krunt ist so lahm aber es hält viel aus oh ja, es wächst grad ich glaub' wirklich Notion ist verbuggt ich glaub' die meiste Zeit in diesem an heutigen Tage war ich in einem Fangbildschirm ich glaub' auch du bist quasi gefangen weil nein Florian es fühlt sich so illegal an so Low-Level Legis zu fangen ja Nok-Chan zum Beispiel und wieder muss ich krass auf die Toilette schaffst du das immer? Eistee jetzt aber danke oh mein Gott oh Gott was tun wir jetzt ins Team? wir können zwei Spitznamen Spitznamen oh mein Gott ich brauch'n B-Spermen das macht nix ich hätt' ich hätt' benennen können was war bei dir? das war der lange ich muss gucken Moment wer war das? wo bist du? ähm Sekunde das kannst du gleich in dein Team du das bitte in dein Team du brauchst n' Geist-Pokémon mal ich muss das in dein Team tun das kann ich mit einnehmen tatsächlich das und was war das andere? Xatu? darfst du Xatu nehmen oder hab' ich das hab' ich das nicht gefällt? ne äh ich kann Nobel Retia Hammer Rare Max Hammer und Wolf Strudel können wir mitnehmen das überlasse ich so äh gut ich kann halt nur Nobel entwickeln äh ich muss ich muss gleich mal gucken was was meine Pendants sind einen Moment ähm Speedy wenn ich das drifte Level 15 das muss ich nicht so hart zertrummern ich sag mal dem Arenaleiter hallo hallo jetzt ah du willst eine Revanche auf Level 60 los äh stimmt Jens ist ja gar nicht da in der ich muss erst in die Ruin Stein Papp aber die Ruin darf mal wieder was fangen ich kaufe erst du bist schon in Teak ach so na klar ich hab kurz ich hab kurz 20 Minuten gekämpft Rosana du verfolgst mich so süß aber das war's das sind ein Pokeball davon kauf ich jetzt mal elf Stück dann hab ich schöne Bälle da 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 di da 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 so hat jetzt der Händler hier oben noch was cooles oh Tom ja ich kann Yugong war dein Xatu ne die drei könnte ich noch nehmen Yugong Charmian müsste ich umbenennen und Amoroso Amoroso hat auch keinen Spitz wo steht das doch Araizia okay Nobel oder Nobel hast du gesagt Nobel könnte ich entwickeln willst du Nobel nehmen oder was ist bei dir Amor Raizia was ist das bei dir Schmettbo das kann ich halt nicht wirklich einsetzen das ist halt tot Schmettbo hält halt nichts aus okay und bei deinem Xatu was war das das war wahrscheinlich Charmian oder ja Wolfstrudel war ich müsste Charmian oben nennen willst du lieber ne du willst Goldbad wahrscheinlich oder wegen Freundschaft dauert halt ewig ja was heißt ewig hey dann hab ich jetzt drei Wasser Pokémon im Team wieso ist der Ton weg was und ist doch nicht weg bei wem bei mir nicht Nobel Pumpkinmon hat's geschrieben so da oben gibt's jetzt erstmal nen Encounter in der Turmruine ich mag dass man die Sprites da so sieht von oben ja direkt nen Encounter und ich oh ein Sepa darfst du neus darf ich das fangen oder zählt das nicht weil du's auch hast wir haben vorhin gesagt du darfst es fangen das war doch die Regel dann oder ich hab nicht aufgebracht äh ich gehe ganz kurz auf die Toilette bevor ich diesen Kampf anfange diesen Doppelkampf bin gleich wieder da ich fang mal ein Sepa liebe Leute ich versuch's zumindest guck so einfach fängt man Pokémon Chat folgt mir für mehr Tipps so wer möchte denn ein Sepa sein kompak kompak war am schnellsten ist ein bisschen unfair der mir im schnellsten Internet gewinnt kompak ist das richtig ne was schreibe ich denn kompak so so ist richtig ja einfach schon beim dritten Weekly schreiben ich 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 muss mal vorausdenken so Achtung hab ich ich hab noch Zertrümmerer hier irgendwo kann das schon jemand äh lernen und ich kann's dann auch schon einsetzen ich das kam ein bisschen sehr spät hi Kiezklatscher äh ich bring das mal Krunt bei der kann mir zu wenig attacken guten Tag Leo hallo also ich hab ich hab kurz mal ein Sepa gefangen beim first ersten Ball so jetzt beim Nocchan machen so einfach sui Kuhn hol die da unten mal raus jetzt schade dass da sich die Sprites nicht ändern je nachdem wie sie randomized sind das wär auch witzig aber wahrscheinlich sind die nicht randomized oder der Leo hat vier Gamecubes ja für shiny hunting ja shiny hunting in Colosseum und in Gen 3 spielen verrückter Junge und ein Delegator hast du eigentlich auch den den Gamecube mit Panasonic das ist doch nicht dein Ernst den hab ich nicht den hab ich nicht Fiona ah Manafi ich weiß gar nicht ob Manafi stat mäßig so viel besser ist oder ob die ziemlich gleich sind wahrscheinlich ist Manafi besser ist wieder ein Doppelkampf aber was ich fragen was hab ich jetzt gefragt Gamecube und diesen Panasonic ja ne 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 den hab ich den hab ich nicht hast du nicht was kostet der das ist halt so ne Rarität ich glaube der kostet locker 400-500 so viel kostet ich auch ne Gothic Collectors Edition ich hab nix das ist ja nix das ist ja überhaupt nicht teuer was sind denn diese Doppelkämpfe hier die Wirbelwind das war aber echt krass das war ne Umgewöhnung bei mir ich bin ja bin ja seit jetzt September in Teilzeit ja und ich hatte so ein bisschen Schiss ob ich es hinkriege meine Ausgaben zu reduzieren meine monatlichen okay und wo hast du als erstes reduziert und ich war tatsächlich überrascht ich hab tatsächlich im seit meiner Teilzeit nur noch ein Zehntel ausgegeben von dem was ich sonst ausgegeben hab ein Zehntel ein Zehntel ja weil du halt ist ja noch nicht so lang oder oder wie lang ist das jetzt schon ja ein Monat also in dem Monat hab ich nur ein Zehntel ausgegeben von den Vormonaten das ging von Schlag auf Schlag ich hab dann einfach nix mehr gekauft hey so okay klingt ja gar nicht so schön ja und ich bin da halt auch umgestiegen das hab ich vorher schon trainiert Anführungszeichen trainiert ich musste das trainieren ähm Zeug zu kochen also jetzt nicht mit Fertiggerichten sondern halt auch ein Gericht zu kochen mit dem ich drei, vier, fünf, sechs, sieben mal essen kann ist nicht nur nur ist nicht auch noch äh gesünder sondern auch günstiger ja mhm aber ich bin halt so ein Typ ich mach's dann erst wenn's soweit ist also ich kann diese Vorbereitung nicht ja ich hasse das ich mach das auch nicht ich mein manchmal bleibt bei uns was übrig und dann esse ich das am nächsten Tag aber ich wenn ich was koche dann muss das sofort gegessen werden das war dumm ja ich hab vorher ich wollte eigentlich hinter einsetzen auf Relikant ja du solltest du sollst mal eine Kampfattacke irgendwie lernen oh Relikant hält richtig was aus das könnte ein Problem werden ich versuch's mal zu vergiften kann das nur härtner das Viech auf Level 20 eigentlich nicht oder das scheiß Ding kann Felsgrab wieso trifft den Smog nicht doch Smog trifft hast du halt Pech gehabt das ist 80% glaube ich das hat jetzt schon fünfmal daneben du solltest nicht gegen Relikant sterben mit einem Level 30 ich sag ja wenn Wasser Pokémon kommt hab ich echt ein Problem soll ich dir denn jetzt mal Nocchan ich brauch was anderes als Wasser alles gut mach einfach Finte weiter das hat Härtner gemacht ohne Ende das hat halt 100 mal Härtner gemacht ich mach halt wahrscheinlich gar keinen Schaden mehr hast du nicht auch mal irgendwelche Items die du vielleicht ausrüsten kannst dass du mehr Volltreffer machst oder so und mein erster Encounter ist ein Fenontor ja das ist schon wieder ein Eis Pokémon aber okay kann ich mal andere Pokémon haben hast ja keinen Rosanna mehr jetzt mach ich mal Vergeltung mit was hast du hier bekommen äh ein Sepa doch das macht ja ach ist dir das Sepa wichtig vergiss es ich mach ich krieg das Relikant nicht kaputt vor allem das ist sein erstes Pokémon ne ist für Nontor was ist für Nontor nur Eis oder ist es Eisstein ist meine Vergeltung zu krass ich hab Angst ich muss weiter Finte machen oder Smog auf Vergiftung hoffen ja mein Smog ist Spezialangriff aber halt nicht stark Stopp okay du darfst deinen Sepa es war ein Volltreffer du darfst deinen Safer nicht benutzen äh ja ich hab grad darüber geredet dass ich Items habe die Volltreffer wahrscheinlicher machen das war das wohl smart smart sehr smart sehr smart wir sind Pokeprofis Pokeprofis muss ich gegen Rivalen hier kämpfen was du hast mich nicht vorgewarnt bist du gerade im Privalenkampf ne doch ich bin im Rivalen ach so ok dann sind wir gleich auf Hilfe Hilfe jetzt so ein Eishieb von so einer Rosanna wäre doch schön wir müssen auch mal neue Sprites einsetzen ja ich hab hier ganz andere Probleme als Sprites ist doch gleich tot siehst doch ja das ist ein erstes Pokémon wo ist das so schwach Kapaloris bitte oh nein ok Relikant ist tot Mew soll mal irgendeine andere Attacke bitte lernen Wulpix ok Wulpix kriege ich doch wohl down oder mit Wasser Boden ich hab kein starkes Wasser Pokémon zur Zeit ich hab zu viele Wasser Pokémon aber das ist Level 18 das krieg ich ja wohl down das hat ja kaum Leben auch Kapaloris so ein Tank auch ok Parasek ich werde nicht Metronom machen Impergator ich mega hebe jetzt hier durch ist aber schon ein bisschen überlevelt für den Kampf Level 24 ist schon ein bisschen überlevelt ist schon ein bisschen ich nehme aus Angst nehme ich meinen Mew aber jetzt habe ich gerade Angst dass es jetzt sein Schaloko immer noch nicht entwickelt Stimmt Flasche wie wird das nie passieren einfach doch eigentlich schon vielleicht aber vielleicht ist das ein Fehler da bei Surrender ist das oh nein ich kriege das Impergator nicht down es ist so gut ich habe nur Wasser muss ich jetzt einfach Wasserattacken machen gegen Impergator oh Gott ich habe Angst dass Impergator eine Unlichtattacke schon kann wenn mein Mew stirbt ist NASA am Arsch ich finde es aber so lustig ne ich habe ja noch Grunt also ich habe die ganze Zeit Grunt gelevelt weil das einfach alles wegdenkt ich habe ja noch Grunt auf Level 16 Level 19 es kann eine Unlichtattacke bis gut dass ich meinen Mew zurückgezogen habe ich schrecke zurück meine Güte oder 18 hatte der bei dir jetzt die gleichen Pokémon nee ne Relikant war neu Relikant war neu der behält wirklich nur den Einstarter alle anderen gehen durch er ruft Impergator Schämen damit ich mal gute Wasserattacken hätte kann Schämen Pflanzenattacken stimmt nicht oder Gott ich habe nichts ja hättest du mal einen Rosanna ja dann könnte ich jetzt einen geilen Eissie machen ich level gar nicht den Starter was redet ihr ich trainiere auch die ganzen anderen Pokémon weißt du ich habe den Starter nie draußen ja aber hä aber du benutzt deinen Starter um die anderen zu trainieren du könntest ja auch die anderen benutzen um die anderen zu trainieren ich könnte ja auch nur den Starter draußen lassen ja aber du weißt ganz genau was du da tust ja meine Pokémon und sorgfältig trainieren manno alter streamen wir wirklich schon fast sechs Stunden ist krass gell es geht so schnell vorbei langsam kann ich auch nicht mehr weil ich Essen machen muss richtig ich verhungere deswegen esse ich Schokowaffeln hast du aber nicht selbst gekocht also zählt's nicht der kann Zauberblatt aber der kann noch nicht Zauberblatt oder Shaman kann noch nicht auf 20 Zauberblatt ja noch nicht einmal neu gestartet einen Haufen Pokémon verloren aber wir haben volles Team also ich habe hier ein volles Team ich weiß nicht was die haben doch ab Level 10 kannst alles gut Shaman ist weg Imperator ist das nächste Problem Tauros oh das gibt viele Erfahrungspunkte vielleicht Wandhose Windhose Wandhose oh Windhose schreckt zurück wie geil wann trainierst du Torgelpy niemals das wird auf Level 2 gehen und sich entwickeln mit den 1000 Schritten die wir gemacht haben muss man das draußen haben eigentlich oder einfach nur im Team es muss nur im Team sein und dann musst du damit Schritte machen achso und bei Level Up entwickelt sich es dann wenn es genug Freundschaft hat wie viele Schritte waren es jemand hat es geschrieben 60.000 oder so sehr viel ja die habe ich doch locker schon mit Mark Brandt geht das bestimmt schneller wegen der Hitze oh ein Gardevoir gerade war ja war gerade wegen achso der war wegen Kingstein dachte mir schon Windhose macht doch keinen zurückschrecken Lampi also dann kommt er so ja also ich hab's aber Lampi hat er glaube ich ah ne Lampi ist der Starter bei mir so genau Lampi ist bei ihm auch nicht entwickelt wird wahrscheinlich auch nicht Wunschtraum was Wunschtraum ist das ne gute Attacke ne macht ihm nicht glatt oder oder die Entwicklung bei Randomizer ist so dass es halt wenn er auch im Echten die letzte Entwicklung hätte dann hat er auch bei dir die letzte Entwicklung das kann gut sein halt nicht Level Up sondern ab dem Kampf dann 50% Heilung von wie viel von dem was du hast was es hat also ich bin jetzt nicht mehr so krass überlevelt ich mein hier 22 24 na guck mal ich bin sogar unterlevelt sagte er bevor er seinen Magbrand eintauschte du bist aber auch kleinlich heute ok jetzt hab ich Angst das ist kein Fungensprung ich hab Angst nicht vor wirz nein ok das Elektro Pokémon kann eine Elektroattacke ich bin nicht so ein guter Jokester wie der Pappnase Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina sie reiten geschwind ein Fritzelblitz ich muss hier raus Jessys Welt vielen Dank für dein Follow herzlich willkommen Dankeschön also wir müssen zuerst die verscheuchen unten ne dass die Arena dass da jemand drin sitzt oder war das der der hier am Anfang stand Udo Udo ich erinnere mich nicht was nochmal ich hab voll nicht aufgepasst um was geht's wie komm ich hier wieder raus Alter äh ist der Arena Leiter jetzt schon drin oder müssen wir erst die ich glaub du musst erst die Hunde befreien er hat grad Hunde gesagt Leute der nächste Punkt wo wir uns aufregen können das hört nicht auf das sind eindeutig Hunde mhm der Löwe der Tiger und der Jaguar sind eindeutig Hunde man nennt sie auch ja war es jetzt genau die Frage war keine Frage es war eine rhetorische Aussage ok direkt wieder defollow oh no aber ich sing's sehr schön hab ich damit den Follow wieder ergaunert könnten wir eigentlich machen wenn 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 Leo dann kochen geht dann können wir Musik machen hörst du da nicht auf ich mach dann Musik und dann stream ich noch was anderes also dass ich um 15 Uhr anfange bedeutet ja nur dass ich dann trotzdem genauso lang streame ok that was the plan warte ich wollte jetzt in die Arena schauen ob ob du wenn ich früher aufhöre dann macht ja das frühe Anfangen überhaupt keinen Sinn wo ist die Arena hier er ist da nein ist es normal dass es hier komplett schwarz ist nee absolut nicht ist das normal dass es beim zweiten Besuch immer noch schwarz ist mhm das wird eine unsichtbare Arena ist das nicht auch die Arena wo du auf den auf den Wegen bleiben musst oder so schaff ich schaff ich wie schlimm wird das jetzt hier mit dem man entwickelt sich Säber ich guck jetzt nach Säber hab ich gerade gestorben warum ich glaube es war Geduld was war das für eine Attacke ich hatte volles Leben wahrscheinlich Geduld nein das kann ich was es war Geduld ok ok da muss ich mein mein grunt alter den ich stundenlang trainiert hab ah Leo ich wollte nur mein Säber trainieren mein Säber ist 6 Level stärker und ich hab es also auf jeden Fall Säber entwickelt sich auf Level 32 es hätte eh noch ewig gedauert das war es gar nicht wert also ich bin vielleicht am heutigen Samstag schuld an den ganzen Toden aber wir haben noch nicht komplett gewiped das soweit habe ich es noch nicht geschafft was sind denn mit diesen Special Attacken immer die nicht nach normalen Systemen funktionieren Geduld ist ja wohl Standard was ist Standard an Geduld dass wenn ich ihm wehtue er die Kraft sammelt und mir doppelt wie ist das möglich ein kleines Mini Viech gibt mir doppelt so viel Schaden zurück wie ich ihm gegeben habe wie ist das denn physisch biologisch und chemisch möglich was macht denn der Pokémon Neuling Leo eigentlich sonst für Content nicht Naslox spielen und nicht mit Pokémon kämpfen denn das ist doof denn da gibt es komische Regeln wir haben Togepi du hast noch ein Smetbo wir haben noch ein volles Team ist alles gut ich sag dir wenn du dein Mew irgendwann noch verrecken lässt weil du nicht hinguckst dann ist aber dann ist aber hier selbst wenn ich das Geduld gesehen hätte hätte ich nicht gedacht dass es mich fehlt dann ist aber hier der Friseur mal arbeitslos das macht KP technisch gar keinen Sinn dass es mich gewiped hat als ob das ich hab doch so viel mehr KP als naja Speed Up Fast Forward schnell 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 ich lerne Attacke Tempo Heap nehm ich Run Zerstörer Nocchan wird bald mein stärkstes Pokémon was ist heute das Ziel keine Pokémon mehr zu verlieren jetzt hab ich sogar eine Stahlattacke Vergeltung 60 Tempo Heap 40 aber ist schnell Verfolgung Kometen Heap Kometen Heap ne wir brauchen schon Kometen Heap Chabdors ich finde nach 5 klingt schon verlockend du solltest auch dein Pokémon weglegen hab ich schon hab ich schon also wirklich already dead mediti mediti einfach Geduld und macht einem 6 Level stärkeren Pokémon das sitzt ja schon im 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 Meditations natürlich kann das Geduld ja aber selbst wenn ich das Geduld gesehen hätte hätte ich meinen Pokémon nicht ausgetauscht weil es einfach 6 Level höher ist und mehr viel mehr KP hat aber ja SEPA ist nicht so KP lastig wahrscheinlich ich geb dem Spiel die Schuld nicht mir dann nehm ich jetzt mein oh guck mal ein Regirock das kann bestimmt Explosion oh scheiße auf Level 14 wahrscheinlich äh äh Sale hält das aber aus oder? mein Magbrand ich sag gar nichts mehr ich hab ich hab ich mach alles falsch äh du hast deinen Smetboi aber genommen ne? äh äh hast du gar nichts genommen? ich wollte warten was du nimmst achso ich kann nur auch noch was so nehmen Grunt hätte die Explosion getankt das stimmt hast du geflüchtet? ja angst also das Smogon so darf ich jetzt weiter gehen endlich ja die Anzeige müssen wir gleich mal aktualisieren jetzt warten wir erstmal was wir gleich noch verlieren nen Kader bist du in der Arena schon oder was machst du noch? ich versuche immer noch hier durch zu gehen ich war in der Arena aber da kann man auch nicht rein wir müssen die achso du hast die gerade alle verscheucht okay da bin ich noch nicht ja ja ich bin schon durch ich bin schon fertig dann Speed Up ich speede ich speede und passe nicht auf wie kann es eigentlich sein dass du schon wieder hinten dran weil ich vorhin gegen einen Nokchan gekämpft habe 20 Minuten lang und zwei meiner Pokémon verloren habe dadurch dann wechsle ich halt ich wechsle halt die ganze Zeit dann wechsle ich halt nicht und renne durch so wie du ich renne gar nicht durch auch mit deinem Mackbrand also ich bin in keine Geduld reingelaufen aber gestern weißt du auch warum Leo? die Ironie an der Sache weil ich geduldig spiele geduld geduld so wenn ihr glaubt es gibt eine dritte Folge nix da wird es geben das hier ist das Finale ich opfere jetzt das komplette Team okay ich habe vergessen zu wechseln meine Zuschauer wissen ganz genau warum ich Nasslogs nie mache genau aus dem Grund ich akzeptiere es nicht also ich finde es sehr unterhaltsam muss ich sagen nicht flüchten okay flüchten ist besser als warte kann ich zu Trümmerer? kann Zorke P zu Trümmerer? das ist eine VM kann jeder ach stimmt stimmt wir müssen dann dringend unser Team aktualisieren wenn du aus der Ruine wenn du durch bist Fausttafel schau das gebe ich jetzt mal achäus na die Fausttafel ist aber gut gegen Kampf also für Kampf also ich kann die dadurch wird mein Nokchan stärker wenn ich sie finde die Fausttafel hier wenn mein Mew mal eine Psychiattacke kann dann kann es die Hirntafel kriegen wie viel Chaos habe ich verpasst? gar nix wir haben gerade sehr strategisch gespielt nichts ist passiert ich muss diese eine Ebene mal nicht so hin wie Zorro gegen den Kampf gegen Bartholomeus B hier ist gar nix passiert ich kenn jetzt nur die One Piece Fans ich hasse One Piece was? ich hab nur 800 Folgen gesehen achso dann geht's ja wieso fehlen so viele Pokémon bei Nasus? stimmt warum fehlen so viele Pokémon bei dir? ja ja bla 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 ich hab das nicht gefragt Speed up fort schnell 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 ich hab mich immer so geärgert dass das Shiny Nocturne nicht so aussieht wie das von Ash in der Serie das so wirklich komplett goldes? glitzerfarbenes ja ach es ist ja schon hier so schnell geht es also muss ich nicht das reicht ich muss jetzt nicht dieses Rätsel hier machen hier gibt's kein Rätsel doch diese Steine da verschieben achso ja du hast ja noch keine Stärke richtig da wird das ein bisschen schwierig raus hier hat er noch ne Chance zu wipen? gegen Starre Lili weißt du was ich hätte gerade fast angegriffen weil ich so dumm bin okay ja aber wenn du jetzt gleich im Pokémon Center bist dann können wir mal aktualisieren ja Kuschilla Medium Gundula die Gundula hast du denn das von der Anneliese gehört Gundula schlimm schlimm okay du bist im Pokémon Center den können wir abgleichen ich bin da dann machen wir was haben wir denn jetzt so also ich hab immer noch Noble dabei mein Dawnbring Fetzi Angel und Sail bei mir steht's hier grad Sail Angel Raizia brauchst du noch also dein Smetbo mein Smetbo brauche ich noch dann müssen wir jetzt aber mein Smetbo wir müssen uns nur schnell die gleiche Reihenfolge machen also was war mein Nocchan dein Nocchan war was hattest du da gefangen so ja Dings warte mal ich muss auch gucken Angel hab ich noch Sail hab ich noch Fetzi hab ich noch äh wie heißt der Nocchan? Dornbridge Dornbridge äh dann hab ich das Driftlon da naja ich mach das an zweiter Stelle ok ok ist das nicht Driftlon? Driftlon na das doch na das doch dann brauche ich noch einen Goalbart da fehlt mir immer noch die Zunge aus Gen 1 weiß nicht was das soll wo Zunge? mach dein Goalbart unten hin und dann was ist das andere? achja Yugong Yugong ist dann das was du jetzt gerade machst was will ich mit diesen ganzen Wasserpokémon ich hatte so ein schönes Elektropokémon es gibt einen Giga Dynamax Smetbo what the fuck ja sieht sehr schön aus so also dein Nocchan ist mein Driftlon ne? da ist doch jetzt schön dein Yugong wie hieß wie? Noble? war das Noble? ja dann muss das Amoroso Raeta sein Schmetbo oh Gott so guck mal jetzt haben wir schon wieder sau viele Pokémons ja schau wir haben mal ein bisschen neuen Wind in die ganze Sache rein nicht die ganze Zeit Rosanna Hypno wer braucht denn Grunt? Grunt einfach einfach heute sechs Stunden trainiert hallo das war mein SEPA was ich unbedingt entwickeln wollte es hatte zu wenig KP es sollte nicht sein du warst ein Golbert Moment bist du ja auch Noble Golbert und Yugong was hast du für ein Smetbo Sprite genommen aber es geht zu Fuß schnell einkaufen oh no no ein Dragonier wie läuft's bisher? super voll gut unser Team ist sehr durchtrainiert wir wechseln immer mal wieder durch für die Spannung ja ich mach Aqua Team Only zu Ehren von Team Aqua mhm not sure about that voll gut dass ihr schaut das nicht so leid ey wenn dein Mew demnächst verreckt ne dann wird's endlich wieder spannend mhm ne du musst sagen wie lang du machen willst weil ich stream sowieso bis um 12 wahrscheinlich so äh ich will die Arena noch machen dann haben wir ein schönes Ende richtiges Ende oder ein To be Continued ja dann mach ich äh noch schön Musik danach Chat und dann zocken wir noch irgendwas die Arena ist bestimmt einfach wieder weiß ich nicht also der erste Trainer hat direkt mal 5 Pokémon ach du bist schon drin na klar wie willst du nicht mal dein Team trainieren unser halbes Team ist gerade gewiped ich trainiere doch mein Team ja anhand der Arena light und I don't see any problem hier man muss halt nur drauf aufpassen dass der Gegner kein Drachen Pokémon oder Geduld einsetzt oder Vergeltung nach 20 Angriffen was für ein Level haben die da in der Arena ich sehe die Arena wahrscheinlich eh nicht so bis 20 ungefähr okay dann sind zwei Pokémon von mir ready Liebreiz was ist denn Liebreiz nein 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 der Run existiert noch das stimmt ich habe irgendwie hier nichts zum trainieren das dauert ewig also entweder gehe ich jetzt mit den zwei 24 Level 24 Monster rein oder ich trainiere jetzt noch zwei Stunden lang mein Nokchan auf Level 24 ich glaube der Arena Leiter hat eins Level 22,24 und der Typ hat halt einfach von Ho-Oh das kann man auch mal machen gar kein Problem nämlich ich mache Spaß das aber beim Level Up auf Togepi machen mal schauen was passiert überlebt Angel einen Angriff von Ho-Oh ich meine du könntest einfach auf PokéBG nachschauen welche Attacken Ho-Oh auf Level 22 könnte wenn es sowas wie ja das wird so einfach Sturzflug ist das stark ja das ist die stärkste Flugattacke die existiert das ist schlecht oder wirklich die stärkste Flugattacke die existiert also Angel ist damit also hierüber du hast meinen Meilotech umgebracht das einzige starke Pokémon von mir das ist natürlich sehr schlecht ich habe nur noch Mew jetzt Leute habt ihr gehört wie ich gesagt habe wir könnten nachschauen was Ho-Oh auf PokéBG hat nein nachgucken ist doch total langweilig aber es ist ein Ho-Oh ich kann nicht mal Bolterus jetzt wahrscheinlich besiegen weil einfach mein mein Angel tot ist ich wollte auch mal ein Pokémon verlieren heute aber ich habe nur unwichtige verloren relativ unwichtige ich habe zwei wichtige Pokémon das ist Mew und Milotick wie viel Schaden macht denn dieser Sturzflug bitte ja das ist die stärkste Flugattacke das hat hier sogar mein Sese auseinander gehauen hier Grunt war nicht so wichtig Milotick war Milotick war viel wichtiger ich kriege nicht mal dieses Grunt jetzt hier down dieses den Bolterus down oh Gott ich flüchte es läuft gut es läuft richtig gut ich gehe jetzt nicht meinen Charmian umbenennen nur damit ich sechs Pokémon im Team habe ich hatte halt ich hatte halt gedacht dass es ein Hit aushält weißt du so einen einen Leji ist Himmelsfeger nicht stärker dies das Zenitstürmer tschüss Milotick du weißt wer dich auf dem Größen hat sag mal ist das eigentlich als Endless Projekt geplant das Projekt ist so lang geplant bis der Frust zu hoch ist und wir sind gerade so bei 90% also bei mir also ich habe noch starke Pokémon du hast ein starkes Pokémon genau wie ich nur deins hat zehn Level mehr als meins hier Dingens ist immer noch sehr stark hier wie heißt es Fetzi ich habe Tokepi stark trainiert krass ich schaue jetzt mal was meinem Tokepi passiert wenn wir es jetzt einem Level geben das entwickelt sich jetzt zu Rayquaza Entschuldigung Angel ich konnte es ja nicht ahnen dass Hohe so stark ist auf Level 22 ich glaube langsam müssen wir davon aufgehen dass die alle stark sind wo ist denn hier wo kann ich denn hier besser trainieren das ist alles Schrott Rote 38 die ist neu soll man noch ein neues Pokémon fangen schnell ich habe ja kein Rosana mehr ich gehe jetzt hier echt rein weil ich brauche ein sechstes Pokémon die können in der Stadt angeln das könnten wir auch machen ja aber ich gehe mal hier hin noch ein Wasser Pokémon Yippie so das ist unser Milotic Ersatz anscheinend ich verliere ein Wasser Pokémon ich kriege ein Wasser Pokémon ja aber jetzt gebe ich dir quasi volles cooles es ist ein cooles Pokémon ich habe nicht gesagt aber es ist wieder ein Wasser was ich nicht brauche und es entwickelt sich auch nicht aber Imperator ist geil ja es ist aber halt auch nur ein geiles Wasser Pokémon also es ist jetzt kann vielleicht auch Unlicht Konfurtstrahl muss erstmal drin bleiben dann angle ich noch aber ich traue mich ehrlich gesagt nicht mit meinem Team in die Arena es ist ja die Viecher sind schon stark also Level 20 eben ich habe nur noch Mew alle anderen sind Schrott also nicht mal kann ich nicht mal ins Team eigentlich nicht mal rauswerfen Superball Time Team Aqua lasten oh es ist keine Rasserei okay alles gut ich hoffe dass sich Fetzi halt sowas geilem entwickelt so wenn es sich irgendwann entwickelt ja mittlerweile wir müssen doch schon 60.000 Schritte haben oder okay ich habe Imperator nice bitte fang deins Spitznamen Spitznamen wer will Imperator und Fragezeichen sein gern ich Rabbit war zuerst Rabbit Grabbit Grabbit Rabbit Rabbit Roger Rabbit so jetzt kann ich hier trainieren aber jetzt angeln wir noch wo kann ich denn hier angeln oh Tockeby hat sich nicht entwickelt ne ich habe es ja auch gerade probiert das dauert ja wir sind doch schon voll viele Schritte gelaufen okay dann gehe ich auch mal nach links und versuche irgendwas zu fangen ja hat Angel es hier mal gucken was kommt vielleicht kommt ja auch mal was Gutes für mich so ich muss Pelipper ausblenden was trifft du und trifft du was bekommen wir Achtung Achtung es ist wieder da es ist reinkarniert worden wir haben es wieder als Baby Grunt 2 ich rede nicht mehr mit dir Grunt 2 ich habe jetzt kein schlechtes Gewissen mehr es ist wieder da Grunt 2 sogar auf höherem Level wahrscheinlich schau es ist Level 16 es ist nicht mal weit weg wann entwickelt sich Schildterus ja es ist ein Fossil also es dauert aber aber es ist wieder da Leute wir haben eins wieder bekommen ups 40 und ich habe ein Rosalia ein Pflanzen Pokémon ein Pflanzen Pokémon ist Pflanzen nicht quasi wie Wasser was ich habe in der Stadt geangelt ja okay ich äh mach mal Wandler und jetzt kann ich ihm vielleicht wehtun genau so Schildterus brennt ja dann schmeiß ich will nicht mein Impergator verlieren Kollege möchte Rosalia sein okay Level 30 ja das geht ja 11 haben wir ja schon Schildterus ist so süß kann ich ihm wohlig sein mit Angel 2 eigentlich sollte Schildterus auch Grunt 2 heißen ich habe Rosalia okay ich habe Schildterus wie hast du es genannt Rabbit oder der Rabbit 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 kannst du nochmal einen Chat schreiben damit ich es abschreibe A B B I T Dankeschön Rabbit kannst du nochmal einen Chat schreiben damit ich es abschreibe Rosalia du heißt jetzt Kollege äh Rabbit mit 0 so also das heißt es muss in die Stadt und angeln ich höre mir vor nochmal ein paar Pokebilder falls irgendwas geiles kommt weiß man ja vorher nie ich hoffe du kriegst auch irgendwas weil ich würde gerne Rosalia ins Team tun damit ich nicht nur Wasser habe anstatt Amorose zum Beispiel und Don Niklas auch dir vielen lieben Dank für den Follow Dankeschön Bam 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 und Empagados im Team ey mein Milo Zick ist einfach weg ich switch dann gleich ich fange noch das Pokémon hier in der Stadt ja jetzt wieder Raikwasa ich habe nämlich echt Angst dass einfach wieder Raikwasa kommt man kann es halt nicht einschläfern das ist das Problem oder Arkeos ich habe jetzt mit Rosalia Stachelspuren mal schauen mal ob wir hier was mit ein bisschen was kämpfen können Schalocco Schalocco komm der Schalocco kann uns nix oder du hast einfach hier irgendwo geangelt ne ja rechts können wir sogar noch mehr Pokémon fangen nicht weiß gar nicht sollen wir noch ein Pokémon fangen aber jetzt haben wir ja keinen Platz mehr im Team ja nur wenn wir noch mal eins verlieren wir dürfen es halt nur nicht vergessen vielleicht update ich mal später unsere Tabelle dass wir da nicht die Übersicht verlieren ein Krawumms das ist doch geil ja aber es entwickelt sich halt mal wieder nicht ja aber am Ende ist es dir egal weil du hast einfach ein starkes Pokémon ich meine es ist zwar schade weil keine coole Animation und haha aber du hast trotzdem einfach ein starkes Pokémon ich will aber was entwickeln dann streichel dein Togepi und dein Golbat ja ich versuch's ja äh Odicek kann ich machen oder auf Krawumms ja 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 doch Kapador will ich auch weil Kapador entwickelt sich auf Level 20 easy 21 20 20 20 ok gefangen dann machen wir Roselia Krawumms aber du musst es noch benennen und zwar nach Kollege aber auch schön mit der 0 hast du es geschrieben der 0 und der 3 hast du es so gemacht ja so wie das da steht oh geil aber was willst du hergeben dafür dein Smetbo ja ne du willst dein Smetbo hergeben dafür ok ja warte mal ich muss erstmal checken lass mich doch erstmal hier zurück nein nein ich hab das alles schon durchgeplant oh komm wir sind da Roselia wird mit Leuchtstein zu Roserade das könnte ich irgendwann machen wenn so nicht mit dem Sonnstein oder das ich weiß es nicht so also Smetbo würde ich ablegen erstmal und dann halt äh Krawumms mitnehmen ne du willst ja Roselia dabei haben jup du willst doch auch Krawumms das entwickelt sich halt nicht das finde ich immer so schade ja aber das ist ein starkes Pokémon oh mein Gott ja stark Schmark äh Schildteruss Schild hm wie schreibt denn sich das so wie man spricht Schildteruss ach Schild ohne D was Dildteruss Schild Schild das hat doch ein Schild vorne ja aber Schild schreibt man das mit D oder was Schild weg das strafft man das mit D echt muss ich dir das erst schildern hallo wer da und Krawumms wobei Krawumms nehme ich halt immer bei meinem Smaragdurchgang immer weil es einfach so stark ist mit Aufruhr eben 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 Leuchtstein schon oder ich glaube Leuchtstein so äh was habe ich für für deinen Imbegator Schildteruss ne ja und Krawumms ist Smet wieso hast du da eigentlich noch kein Plugin dass das automatisch geht ich habe ein Plugin dafür das habe ich dir angeboten das ist ein Skript und kein Plugin das ist ein bisschen kompliziert du brauchst muss ein bisschen IT lernen aber das kannst du ja ich habe schon mal PC eingeschaltet das nervige ist halt die Qualität von den Bildern die dann reingetan werden ist noch schlechter du kannst wenig also du kannst dir keine Sprites aussuchen es ist dann einfach das was die Datenbank halt hat oh ich habe nicht geheilt was hab ich nicht geheilt was 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 gleich kriegst du noch mal ne Geduld drauf er geht direkt wieder in die Arena kein Pokémon über 20 außer sein einziges Pokémon ich sag's dir ja was soll schon schief gehen der darf halt nur kein Wasser kein Gestein kein Eis Pokémon oder sonst irgendwas haben dann ist alles easy wird schon nicht so schwer werden Leute ihr habt es gesehen ich habe dumme Fehler gemacht aber das waren Fehler aus dem Effekt heraus er hat Zeit sich zu überlegen diese Fehler zu machen und er macht sie absichtlich nein nein das ist ich denke ich schaffe ihn okay mit einem einzigen Pokémon das über 20 ist klar obwohl er alle über 20er Level Pokémon hat die Rehorn das ist schon mal schlecht ja schon mal sehr schlecht vor allem wenn du nicht mit deinem Level zum 30er reingehst natürlich ich muss doch ich muss doch die Pokémon das sage ich doch die ganze Zeit ich muss doch meine Pokémon aber nicht im Arena Leiterkampf der wurde denn sonst macht ja sonst keinen Sinn guck Rion brennt schon perfekt quasi ja 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 man muss auch mal was riskieren warte mal Kampf geht gut gegen Unlicht oder Unlicht gut gegen Kampf Unlicht ist gut gegen Kampf so rum nee wie rum ah ich vergesse es immer wieder seht ihr Rion schon mal down gleich kommt irgendwas mit Abgangsbund oder Eis ist Kälte ja dann kann ich sowieso nichts gegen machen ja doch aufpassen aufpassen Don Phan okay kann halt Walzer ne Walzer ist egal du musst sowas wie vor Erdbeben Angst haben Gutes Kampf gegen Schlecht hallo hallo ich die Zitate auspacken Aua was hat er gemacht für eine Bodenattacke Identität Intensität Jep 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 Bronzong was war Bronzong für ein Viech Stahl Psycho also mach Feuer okay aber Bronzong ist hart Bronzong hält viel aus in 10 hat mich gewonnen hinter dir wahrscheinlich der hat einen fucking Klurak ja und was hast du so für Wasserburg was hast du so für ein volles KP Sale es geht schon du bist du hast keine Schwäche Mach ich auch den jetzt eher Feuerschlag oder eher Finte Feuerschlag Feuer hat keine Schwäche gegen Feuer oder ah doch die Typen haben immer eine Schwäche gegen den eigenen Typ trotzdem Feuerschlag physisch physisch du bist ein physischer Angreifer du hast den Feuerschlag Kevin sagt Finte dann mach Finte wenn du Kevin glaubst ja ich hab mich schon als sehr unzuverlässig erwiesen das kann Drachenboot du lebst noch weil du Level 33 bist so ich warte hier mal das wird ein Teamvibe ich warte hier mal und schau dir zu wie du jetzt das wird ein Teamvibe ja okay warte wie wärs wenn du jetzt erstmal überlegst wir zusammen überlegen jetzt bevor du und du wartest bevor du etwas machst okay und einmal möchte ich kurz sagen told you so vielleicht nicht nur mit nur einem starken Pokémon in den Arena Leiterkampf gehen wenn jedes ja bei Drachenboot wärs eh egal gewesen ja aber hä ja so als erstes gucken wir mal was für Heals nein Pokémon die sind alle nein schau okay warte oh mein Gott so schnell er macht so schnell ohne zu gucken Sinebeere okay halt nicht viel hast du noch mehr Items nein Status Items hast du aber noch okay okay ich hab ja Tränke gekauft ich hab kein Geld mehr wegen den Pokébellen die ich brauchte auf jeden Fall geh noch mal auf deine Pokémon weil Driftun hält eine Attacke aus ja das bringt mir glaube ich nichts oder Driftun hält eine Attacke aus dein Krawums auf Level 10 hält eine Attacke aus dein Nobel hält auch eine Attacke aus alle halten eine Attacke aus außer das wunderschöne Schildterus wenn du Schildterus opferst jetzt ist mein Impergator weg äh muss das sein ja hätte ich jetzt mein Krunt noch ja Mensch hättest du ein bisschen gelevelt um wieder ein Team zu haben das tatsächlich level hat ich level schmeveln warte ich werde auch an können dass das scheiß Viech Drachenwut kann alle beschweren sich immer dass es kein Drache ist und dann beschwert man sich dass es aber Drachenwut kann äh dann also was ist äh Ding Storbridge ist mein Nokchan bitte nicht also muss jetzt irgendwas opfern was ist denn besonders schnell wahrscheinlich ist Golbert am schnellsten aber es ist so schwach kann irgendeiner von den Attacke kann irgendjemand von denen sowas wie Konfustrahl Paralyse ja bestimmt kann Nobel Konfustrahl Konfustrahl guck mal das ist schon wieder Drachenwut ne das ist schon wieder Drachenwut ja klick mal auf auf Golbert ob das aber auch nicht eintauschen klick mal auf Golbert ob das Konfustrahl kann kann ich das einfach so ja du solltest ja du solltest jetzt Bericht drücken können äh Attacken jetzt bist du auf Schild Terrus hoch runter Kleideschrei Blutsauger Superschall verwirrt das heißt du könntest ja aber Nobel ist doch nicht schneller als Glur achso du meinst ich muss jetzt ein Mon opfern damit ich Glurak reinkomme Superschall auf Superschall hoffen also es ich ich Golbert ist verdammt schnell aber schneller als Glurak ist es wahrscheinlich nicht da hast du recht lass mich kurz schauen hat irgendjemand eine eine Taktik schon im Kopf die wir machen könnten ähm es hält eine Drachenwut aus aber wenn ich es ein wechsle dann kommt ja automatisch Drachenwut und dann müsste ich eine Attacke machen und dann ist ja Glurak schneller wenn du nicht schneller bist dann wird jetzt Golbert geopfert aber du musst so oder so müssen wir was opfern damit du wieder deinen Markbrand opfern kannst ähm ich hatte Grunt mit Schutzschild aber das ist leider tot ähm also Glurak hat einen Speed von 100 Golbert hat hat einen Speed von 90 fuck und das ist auch schwächer ich glaube nichts von dir schneller als Glurak war Markbrand schneller ne auch nicht das war jetzt das Problem okay dann mussten wir jetzt überlegen durchrechnen wenn du jetzt was opferst wie oft kann kann Glurak Drachenwut einsetzen oft genug aber vielleicht setzt du auch andere Attacken ein das weißt du nie ja gut dann ist einfach der Plan aber wenn du sowieso langsamer bist als Glurak dann stirbt ja dein Markbrand so oder so egal ob du es jetzt benutzt oder ob du es einwechselst später ja aber der Plan wäre warte auf Rapid zu wechseln Rapid stirbt Noble einzuwechseln Superschall genau hoffen dass es trifft genau und dann mit Markbrand oft genug angreifen und es ist verwirrt aber Noble würde dabei auch sterben müssen ja let's go oder warte gibt's noch was besseres opfert das Ei einfach schon wieder Drachenwut das ist so eine dumme Attacke also ich finde übrigens auch dass Togepi geopfert werden sollte und nicht Schildterus aber er mag ja Schildterus nicht das kriegt zwei das kriegt ja zwei ab mit Fetzi könnte ich nochmal angreifen im Zweifelsfall mit Rabbit kann ich gar nicht angreifen eben mit Fetzi kannst du nochmal angreifen ich meine opfern musst du sowieso du musst Noble ich kann ja Metronom machen und gucken was bei rumkommt zum Beispiel eben du könntest jetzt Fetzi rufen drück noch nicht drauf weil wenn du deinen Rabbit umbringst bringst du meinen Imperator um wenn du deinen Golbert umbringst ist mir egal also es ist jetzt nicht egal aber mir wäre das egal und Fetzi wäre mir auch egal naja Fetzi wenn ich jetzt Fetzi einwechsel kannst du ja trotzdem nicht angreifen ich wechsle es ein Clorock macht Drachenwut dann mache ich meine Attacke Clorock ist schneller genau du müsstest zuerst was einwechseln was einfach nur geopfert wird hat jemand noch einen anderen Vorschlag vor allem wahrscheinlich geht Superschall daneben Schutzschild wird nicht fehlschlagen wann es das erste Mal einsetzt Schutzschild schlägt nur fehl soweit ich weiß wenn du es mehrmals einsetzt in der Runde sonst wäre es ja unfair ich habe keine Heilgegenstände gekauft weil ich mein ganzes Restgeld für Pokébälle ausgeben musste weil wir so viel Pokémon verloren haben hätte wir hätten noch ganz viel machen können aber er wollte ja den Clip Sale hat eine Grimassa bekommen die ist schon klar Sale ist zu langsam Sale wird wahrscheinlich sterben aber vielleicht wird es kann auch irgendwas anderes haben wir Paralyse haben wir irgendwas was hat denn Krawumus eigentlich für Attacken ja bringt alles nichts haben wir schon geguckt aber ja Metronom ist halt lustig und Superschall wäre cool aber Superschall trifft leider auch nicht immer glaube ich ne ok ich mein setzt trotzdem Schutzschild ein aber ne es bringt nichts es kann immer noch sein dass Glorak jetzt einfach nicht Drachenwut einsetzt und dann kannst du Schutzschild ich mein diesmal ist es ein Trainerkampf ah naja das andere war auch ein Trainerkampf ok es ist immer Trainerkampf mit Drachenwut los erstaunend erstaunend ist ne Erschlag Attacke tja ist aber auch krabbums das macht Drachenwut Drachenwut natürlich ich mein das ist ein kluger Trainer er ist schließlich Teil einer Arena Leiter fucking Clorak mit Drachenwut seit wann lernt du das überhaupt auf Level 25 das ist noch nicht mal Teil der Arena Leiter das ist der Arena Leiter ne das ist der Arena Leiter komisch dass der ein starkes Pokémon hat ok äh Superschall Drachenwut Golbert ist langsamer das war knapp Superschall wirkt jetzt das ist die einzige Chance jetzt wechseln oder wenn du jetzt wechselst verlierst du halt den Vorteil aber du verlierst auch ne Verwirrung aber ich kann Erstauner machen oder so Erstauner ja Erstauner aber warte weil weil ich also man könnte kurz ich hab die Erfahrung gemacht die nicht statistisch glaube ich bewiesen ist dass wenn du ein Pokémon frisch verwirrst es immer die Wahrscheinlichkeit ist höher dass es in der ersten Runde verwirrt ist hab ich immer das Gefühl gehabt ähm aber da sowieso Mark Brandt in der zweiten Runde erst angreift musst du sowieso zwei aushalten Kreideschrei schreibt jemand klingt das was Kreideschrei schwächt halt die Verteidigung von Glurak und da Mark Brandt ein physischer Angreifer ist wenn du Feuer was hast du vorhin gemacht Feuerschlag oder Feuerschlag Feuerschlag ist halt ein physischer Angreif und Kreideschrei senkt die Verteidigung ich weiß nicht ist das in Gen 4 ja Spezial und sowas ist schon unterschieden hier und er hat einen Trank das macht nichts weil wir viben den jetzt setzt er Glut ein weil er halt er spart seine Drachenwut er ist smart okay jetzt muss ich halt probieren und Glück haben probier Finte oder ich meine du könntest alle anderen Pokémon auch noch probieren bevor du Mark Brandt probierst aber ich meine du könntest auch immer noch nein ich probier Finte okay aber Finte schau mal schau mal hören wir nur zu Finte Finte ist 60 Stärke Feuerschlag ist glaube ich 65 Stärke Feuerschlag ist Stab aber halt keine Schwäche jemand mit eurem Stab Stab und Schwäche quasi aber Feuer also ich glaube im Endeffekt ist Feuerschlag um 5 besser als Finte aber macht Finte für meinen inneren Seelenheit probiere ich jetzt Finte aus ich werde eh sterben weil er macht Drachenwut das war auch interessant weil das ist vielleicht vergiftet zu einer sehr gering wahrscheinlich ja das bringt aber Vergiftung bringt dann auch nichts mehr du bist schneller wegen Finte wegen Finte wahrscheinlich viel mehr Damage es war nicht viel mehr Damage doch viel mehr aber der hat noch so eine komische Zitrobeere verwirrt setzt Drachenwut ein auf Wiedersehen Mew ciao das ist das ist Ripp das ist Ripperoni warte warte Metronom das hätten wir zuerst mal sagen Metronom Explosion Explosion wird es nicht mal umbringen glaube ich ja aber das Problem wäre jetzt auch gewesen gegen Glurak völlig egal wenn ich trainiert hätte mit Drachenwut mein Telefon geht warte ich muss kurz dem Nachrichtensender sagen dass hier ein unglaublich krasser Kampf stattfindet jetzt Metronom mit der Attacke abgesangen oder so was ist das taucht unter hey taucher ist wegen die Wasserattacke die Wasserattacke die Wasserattacke geht daneben ja ne selbst wenn ich trainiert hätte hätte er mich aufeinander genommen nein natürlich du hättest viel mehr Attacken ausgehalten ach du hättest viel mehr starke Attacken vor allem gehabt du hättest Golbert wäre vielleicht schneller gewesen nicht mit den Trainern die links von uns wären ja wir können ja nur links wären noch ein paar Trainer gewesen und dann nur noch Pokémon trainieren das wäre ja halt im wilden Gras ja aber das sind ja keine starken Pokémon ja ich habe die ganze Zeit im wilden Gras trainiert ja mit Vorspulen ja das kannst du ja auch machen sogar mit Glut wirst du umgebracht noch nicht mal mit Drachengut sad alles dead ich dachte ihr wolltet Level Cap machen nein wollten wir nicht aber wir wollten auch nicht underleveled in den Kampf gehen naja ich war jetzt nicht underleveled mit einem Pokémon warst du nicht underleveled naja ich hatte ja meinen Grunt also ich hatte ja also ich hatte ja so zwei drei Pokémon die wegen die wegen Moment ich guck nochmal nach wegen Geduld gestorben sind ja du kannst alles mir die Schuld geben was vorhin passiert ist ich habe nicht aufgepasst aber ich bin nicht gewiped wir haben immer noch ein Team das gut funktionieren würde wenn man es denn trainieren würde und du bist aus reiner Langeweile nein ich habe einfach nur nicht gesehen dass der einfach einen Klurak haben könnte ja alles andere er könnte auch drei er könnte auch drei Knackrax haben ja das wäre aber unwahrscheinlich das könnte Medity sein was einfach Geduld macht ne da hätte ich einfach die angegriffen oh NASA hatte ein Markbrand Team genau das lang das war das einfach nicht gegen ein Klurak angekommen ist vor allem hattest du vor allem hättest du den anderen Kampf mit den anderen also die anderen Pokémon mit den anderen besiegen können dann hätte Markbrand mehr Drachenwute überlebt weil du keine KP verloren hast tja Leo ist für meinen Tod verantwortlich ja ich weiß nicht mehr aber ich weiß nicht mehr wer du warst es sind schon so viele Tode ich weiß nicht mehr Grunt war das aber ich weiß nicht mehr was das bei dir war weiß ich nicht mehr Rosana ne war das Rosana ne 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 ah mein SEPA mein SEPA hat Geduld abbekommen von einem Medi-T von einem unterlevelten Medi-T und irgendwo ist ja auch dein Rosana gestorben mein Rosana und mein Rotom sind gegen Nokchan gestorben weil es die ganze Zeit nichts gemacht hat ich verstehe auch nicht warum ich keine trainierten Pokémon habe was ja das ist der Grund warum du keine hattest aber es ist kein Grund ohne Pokémon in die Arena reinzurennen Magpant hätte alles gelegt aber da war halt ein Drachenwut ja alles gut ihr werdet erfahren ob wir weitermachen nein und es war ein tolles Erlebnis Leo ist jetzt begeistert ich habe ihn überzeugt von Soulink und Nasslock Challenge ihr merkt es richtig ne das kann super ja ne ja ne ich glaube wenn wir es nochmal probieren müssen wir die Regeln festziehen und ich bin für Level Cap und äh so lange trainieren bis alle Pokémon auf Level Cap sind und dann gehst du in den Kampf dann müssen wir ja bei Arena Leitern gucken und was passiert wenn Pokémon plötzlich aus Versehen überlevelt dann musst du es in die Box tun darfst nicht benutzen bis das Level Cap wieder wenn du den Arena Leiter besiegt hast mit allen anderen dann hast du ein neues Level Cap der Arena Leiter ist immer das Level Cap also hier wäre das Level Cap gewesen von deinem Mark Brandt 25 und nicht 34 aber das klingt ja furchtbar ja das ist halt Grind deswegen macht man Fast Forward dass man die Pokémon grindet auf alle das Level Cap und dann besiegt man dieses Fast was ist die Alternative guck dir die Alternative an aber das war doch voll lustig ja das stimmt aber es wäre auch noch lustiger wenn es knapp gewesen wäre so wie bei mir vorhin der Fast Guy ist auf meiner Seite wisst ihr der schreibt in deinem Chat auf meine Argumentationsschiene und ohne Vorspulen Leo wenn ich nicht vorgespult hätte dann wäre ich immer noch in Ducatia City und ja ich hätte meine Pokémon noch und hätte einen Arena-Kampf geschafft esse ne ich wäre auch ohne Vorspulen wäre ich hätte ich zwei Pokémon verloren ich habe nicht wegen Vorspulen die Pokémon verloren hier ist die Musik ja viel besser aber bin ich hier nicht hingegangen ja beim Randomizer ist das halt das Blöde weil du nicht weißt auf welche Pokémon du dich vorbereiten musst also ich glaube mit Level Cap im Randomizer werden wir komplett auseinander genommen das kann halt passieren wir können auch ohne Level Cap machen aber dann muss man halt trotzdem die Pokémon alle gleichmäßig trainieren 90 Stunden komme ich mit meinem Mackbrand klar und dann kommt einmal Drachenwut schon wieder aber du kannst auch nicht eine Soul Link Nuzlocke Randomizer durchspielen wie du damals Gen 2 durchgespielt hast mit deinem Starter durchrennen also meine letzte Nuzlocke habe ich genauso gemacht Chat war dabei war das auch ein Randomizer und hat auch jemand sich sabotiert von der anderen Seite nein wir brauchen kein Max Cap sondern einen Min Cap genau ab jetzt Arena nur noch betreten mit mindestens dem Level vom Arena Leiter Nase kann halt nicht so schnell im Gegenteil ich kann nicht so schnell deswegen muss ich ja ich kann nicht so langsam okay das war's so sad das war's schreibt eins traurig schreibt eins wenn ihr das nochmal sehen wollt mit genau den gleichen Schreibt zwei wenn ihr es nicht sehen wollt schreibt drei wenn ihr es nochmal sehen wollt aber mit einem anderen Partner wow schau ganz viele schreiben eins oh mein Gott ihr wollt das echt nochmal erleben vor allem die ersten zwei Stunden wo nichts passiert aber wenn jetzt die Leute drei bei mir in den Channel schreiben muss ich dann mit einem anderen Partner ich verstehe das ja ja wenn eine Leute drei sagen dann mögen sie mich nicht und wenn meine Leute dreien sagen dann mögen sie dich nicht eins und drei hey also ich mag ich mag euch beide nicht ich will sehen wie die Story weiter geht ja das wird hier schwierig erklär mal die Lore Leo Lore Schmore die 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 poked oder gekostet hat. Außer Achtung, das kann Finale. Achtung, Achtung, Geduld. Achtung, Drachenwut. Ah, egal. Du solltest Levelnase. Ah, egal. Ich glaube, ausnahmsweise hat hier nie jemand etwas geschrieben, was uns etwas gekostet hat. Ohne Vorspulen ist schrecklich bei sowas. Rekis können explodieren. Ah, so. Ist das so? Aber wenigstens episch gegen einen Glurak verloren. Das hat auch ein schlechteres Pokémon sein können. Magbrand war mal mein Lieblings-Pokémon. Ich hasse es jetzt. Gut. Okay. Ich hör jetzt auf. Ich schmeiß euch rüber zum Lord. Und die singen da jetzt und spielen dann ein Spiel. Ja, ich singe euch ins Mikrofon. Dann könnt ihr Feedback da lassen, wie es klingt. Weißt du, du hast jetzt einen Witz auf den Lippen. Aber ich sage ihn nicht. Den du jetzt sagen würdest an meiner Stelle. Ich hab ihn schon vergessen. Okay. Fällt keinen Witz ein. Feedback, Mikrofon. Hoffentlich hat dein Mikrofon kein Feedback. Dann wäre das Feedback nicht so gut, was die dir... Okay. So offensichtlich. Verstehe ich nicht. Schau. Okay. Er ist schon weg. Ja dann, danke und du meldest dich. Wenn du wieder bereit bist für ein Teamweil. Drei Arenen haben wir geschafft. Das war mehr als letztes Mal. Sonst zwei. Okay. Tschüss, Nase. Ciao, ciao. Bye, bye. Viel Spaß noch beim Essen. Jo. Meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich rate euch jetzt zu dem Nase. Ich hoffe, ihr habt alle schon das Video gesehen über die Nase-Log. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht. Okay. Nächste Woche kommt das Video zu Level 9 Brutalanda. Das mache ich die Woche. Ich glaube, ich werde morgen auch streamen, weil Rosa nicht da ist. Rosa ist am Spa-Wochenende. Und deswegen werde ich vielleicht morgen was streamen. Vielleicht Zelda. Vielleicht was anderes. Und ja, das war's. Es war wunderschön. Es hat zumindest ein Ende gefunden jetzt. Ich dachte, ich dachte, wir kommen locker ewig weit. Leute, wo ist diese Raid-Channel-Taste? Hier. Wünscht euch Mr. Mendelsohn von Lord Pappnase alle jetzt reinschreiben Mr. Mendelsohn Mr. Mendelsohn Mr. Mendelsohn Mr. Mendelsohn Kommt es nochmal? Ich habe es nicht gesehen. Dankeschön für Patreon. Da war was mit Patreon. Vielen Dank. Dankeschön. Ich weiß nicht, was das war. Meine Lieben. Nein, ihr schreibt nicht Hohensohn rein. Nicht jeder versteht diesen schlechten Witz. Wenn dann Mr. Mendelsohn. Nein, ihr könnt machen, was ihr wollt. Dankeschön und tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. 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 Kah Ada Hohensohn Tschüss. Ich bin heric